Folge 445 vom Aufwahn-Podcast wird präsentiert von... Niemandem leider. Wir haben irgendeinen Fehler gemacht, aber egal. Was ist denn hier los, Leute? Das kann nicht... Das kann nicht sein so! Wir müssen in Deutschland alle mehr leisten. Das spüren die Menschen in unserem Land. Das sehen vor allen Dingen auch die Unternehmer so. Ich hab nur gehört, dass es dann Bürgergeld mehr sein soll irgendwie. Ja, sonst keine Ahnung, was ein Unterschied sein soll. Da ja alles Mögliche teurer wird, sind 50 Euro jetzt auch nicht gerade viel. Also, ich weiß es nicht. Der Unterschied ist darin einmal der Name und zum anderen wohl, dass das Bürgergeld kaum noch Sanktionen enthält. Nach wie vor gibt es auch Sanktionen. Dass es da eine sanktionsfreie Zeit gäbe, ist schlicht falsch. Und da muss man schon fast von Fake News reden. Sie bringen Leistungen aus an Leute, die nicht arbeiten wollen. Die Mehrheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kann von einem solchen Vermögen nur träumen. Diejenigen, die etwas leisten, die müssen auch selbst empfinden, ja, dieser Sozialstaat soll die unterstützen, die es nicht können. Aber jeder, der kann, der muss auch arbeiten, der muss auch etwas tun. Ich denke, man sollte hier nach Vernunft entscheiden und die Vernunft gebietet, ein sozial ungerechtes Vorhaben einfach nicht umzusetzen. Nein, die CDU hat recht, sagt die AfD. Das ist eine perverse Debatte an der Stelle. Also, die CDU, die gemeinsam mit der AfD behauptet, durch die 50 Euro mehr jetzt würde es sich nicht mehr Lohn arbeiten zu gehen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die CDU ist immer gegen eine Mindestlohnerhöhung, ist immer gegen bessere Löhne gewesen. Friedrich Merz spitzt zwar die Lippen öffentlich, ja, und er geht sich in Vorurteilen gegenüber Menschen, die betroffen sind, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, die arm sind, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen leben, schürt Sozialneid ohne Ende eine solche soziale Kälte in Krisenzeiten kaum zu ertragen und verantwortungslos. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Einen schönen guten Morgen, die Sitzung ist eröffnet. Deutlicher kann eine Warnung nicht sein. Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle, mit dem Fuß auf dem Gaspedal. So UN-Generalsekretär Guterresch. Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting insane. It feels so good just staying dead. And I know they're talking hands, but you can sleep when you are dead, so wake up. And now, in order to make our country successful, safe and glorious again, I will probably have to do it again. Ist heute der große Tag, an dem Donald zurückkommt? Genau, das ist der große Tag heute, ja. Ich würde eher sagen, guten Morgen. Es ist der große Tag, an dem er seinen endgültigen Rückzug, der aber nicht von ihm selbst, sondern von Seiten seiner Partei veranlasst werden wird, ankündigt. Wer schießt ihn ab? Wer schießt ihn ab? Wer schießt ihn ab? Und wie? Wird es auf der Fifth Avenue passieren? Nein, in diesem Sinne abschießen natürlich nicht. Aber ich finde, es gibt interessante Anzeichen, dass eine Mehrheit der Konservativen einfach nicht mehr gewillt ist, ihn da nochmal hochzuhiefen. Also ich möchte sagen, wir können da nicht mal von Konservativen sprechen, bei den Republikanern, Hans. Ja gut, eine Mehrheit der Republikaner, wenn dir das Wort lieber ist. Das ist mir lieber. Hm. Ich als bekennender Republikaner finde das eher unangemessen. Ja. Was? Reaktionäre. Wir sind hier wieder alle Monarchisten, immerhin ist Charles jetzt 74 geworden. Ja! Ich sag nur Last Week Tonight zur Monarchy. Sehr empfehlenswert. Nein, guck sowas nicht. Blasphemisches Zeug. Übrigens, Charles ist mir, der mir ja ein Leben lang fast ein Zwillingsbegleiter ist. Der Mann ist knapp ein Jahr älter als ich. Der ist mir richtig sympathisch geworden jetzt im Zusammenhang mit COP27. Liz Truss hat ihm ja verboten, dass er da hinfährt. Wusste ich gar nicht, dass sie das kann. Hat sie aber. Und was hat er dann gemacht? Er hat, er hat, ich glaube, im Buckingham Palace einen Empfang für COP27 gegeben. Das finde ich eine großartige, also wenn man, wenn man das, wenn man, wenn man royal als Untergrundkämpfer arbeiten kann. Interessante Kombinationen. Ein King-Podcast ist nicht gut. Ein King-Podcast, meine ich. Ja, ja. Geil. Als er König wurde, gab es auch einige Interviews mit Leuten, die ihn kennen. Und einer seiner besten Freunde ist so ein bekannter Umweltaktivist in Großbritannien. Mhm. Hatte letztens auch so eine Debatte gesehen zu Kapitalismus abschaffen. Als ich mich für Ulrike Herrmann vorbereitet hatte, da hat der Kumpel auch da mitgesprochen. Und dann kam sie und wollte den Kapitalismus gar nicht abschaffen. Der ist ja toll, der ist ja toll. Weil er sich ja selber abschafft. Genau. Richtig. Alles Axel. Oh, wir kommen nachher auf die marxistischen Axelitaristen. Seid gespannt. Oh ja. Es ist ja einiges los hier im Internet gewesen. Oder wie Martin Röller sagt in den sozialen Medien. Wir müssen uns bei den HörerInnen mal entschuldigen, dass wir zweieinhalb Wochen nicht gesendet haben. Es ist ja einiges angesammelt. Darum wird es heute ein bisschen länger, glaube ich. Yes, das stimmt. Was passiert in dieser aufregenden Zeit? Es ist ja eine Klimakonferenz. Oh, heute. Ja, vor allem. Es ist 15. November. Heute ganz offiziell. Kein Spaß. Wir sind Spaß-Podcast. Aber das ist jetzt echter Ernst. 8 Milliarden Menschen sind jetzt auf der Welt. Mhm. Wer es nicht wusste, jetzt wisst ihr Bescheid. Okay. Weil ihr eben von den beschleunigten Zeiten gesprochen habt. Das stimmt. In Zeiten, wo viel los ist, wo es so aufregend ist. Da kommen einem dann, manchen kommen ja zweieinhalb Wochen wie zweieinhalb Jahre vor. Da sind es tatsächlich nur zweieinhalb Wochen, in denen aber so unfassbar viel passiert. Das ist alles abhandeln jetzt. Hans, das ist mit Zeitenwende gemeint. Ja, ja. Ja. Urlaub wusste frühzeitig Bescheid. Ja. Das ist Zeitenwende. Ja. Soviel dazu. Weißt du, in der Zeit kann eine ganz neue Regierung stehen und so. Ja, ja. Und fallen. Aber noch steht sie. Ich weise darauf hin, dass ich ungefähr 117.000 Clips habe. Thilo möchte aber zuerst uns mit was eigentlich. Ich habe mich heute beschränkt. Ich habe nur 31 Themen und Clips mitgebracht. Ja. Aber dafür für die ganze Familie. Ich habe für die ganze Familie die Podcast-Familie, die HörerInnen-Familie. Ja. Sachen mitgebracht. Ja, ich dachte mir, weil wir jetzt ein bisschen Pause gemacht hatten. Wir haben eine Sache verpasst die letzten Wochen. Die müssen wir nochmal durchgehen miteinander. Ja. Nämlich. Moment. Jetzt habe ich es hier. Ich bin ganz verwirrt, wie ich das hier machen muss immer noch. Hier. So. Seht ihr jetzt? Ist es schwarz bei euch? Aha. Wir sehen die Spielregeln der Spielleiterin Bass. Genau. Wird ihr nicht mit Doppel-S geschrieben? Sollte man nicht mal ein bisschen mehr Wumms in den Bundestag bringen? Doppelwumms vielleicht? Es ist nicht Bärbel Bass. Es ist Bärbel Bass. Bärbel Bass. Genau. Ist ja Bundestagspräsidentin. Und letztes Mal haben wir das gespielt mit Max Jakob Ost. Grüße nach München. Da war Hans leider verhindert. Darum müssen wir das diesmal zum ersten Mal mit Hans spielen. Hans, du kennst es nicht. Ich muss hier kurz noch den klicken. Oh, das scheint ein sehr aufwendiges Spiel zu sein. Thilo muss sich konzentrieren wie nie. Ne, ich muss nur den. Zeit für ein D-D-D-D-Duell. Hans, du weißt aber noch nicht, worum es geht. Stefan müsste es schon wissen, weil er es schon gespielt hat. Hans, die Spielregeln werden dir von der zweiten Frau im Start erklärt. ich rufe auf den tagesordnungspunkt 5 die eidesleistung der bundesministerinnen und bundesminister ich werde den eid jetzt vorsprechen und bitte dann die mitglieder der bundesregierung einzeln zum mikrofon und zu kommen und den eid mit den worten ich schwöre es so wahr mir gott helfe oder ich schwöre es zu bekräftigen der eid lautet ich schwöre dass ich meine kraft dem wohle des deutschen volk widmen seinen nutzen mehren schaden von ihm wenden das grundgesetz und die gesetze des bundes waren und verteidigen meine pflichten gewissenhaft erfüllen und gerechtigkeit gegen jedermann üben werde läuft das volk des volks hier ohne genitiv es oder hat sich verschluckt oder habe ich mich verhört oder wie ist es mit der grammatik heute hans du bist der germanist hier keine ahnung das ist die expertise die wir hier im podcast leisten also hans es geht darum du musst mit hans du musst hans du musst mit stefan jetzt ein duell austragen es geht nämlich darum wer hat auf gott geschworen und wer nicht es diesmal besonders schwer weil ein letztes mal genau letztes mal war die sache eindeutig habe nochmal nachgeguckt er hat stefan haushoch gegen max jakob ost gewonnen der hatte auch den vorteil dass er halt aus dem katholischen bayern kommt oder aus dem evangelischen christlichen bayern und evangelisch genau und damals war glaube ich nur drei minister innen die nicht auf gott geschworen haben und zwölf oder 13 haben auf gott geschworen das verhältnis hat sich diesmal ein bisschen geändert ich werde aber nicht verraten in welche richtung das müsst ihr nämlich herausfinden ihr habt mitbekommen das war ja war ja schon bekannt das war letztes mal auch schon bei der ministervereinigung so dass olav scholz nicht auf gott geschworen hat das hat er jetzt auch beim kanzlerheit auch nicht getan aber jetzt geht es in die erste runde hans darf anfangen weil er zum ersten mal mitspielt hat robert habeck auf gott geschworen oder nicht hans nein stefan nein und wenn dann wäre es ja poseidon oder so namentlich gewesen nein vor allem man kann nicht auf sich selbst schwören also auflösung dr robert habeck bundesminister für wirtschaft und klimaschutz ich schwöre es herzlichen glückwunsch okay punkt das vielleicht 1 1 jetzt geht es weiter mit christian lindner frau präsidentin ich schwöre es so wahr mir gott helfe herzlichen glückwunsch frau präsidentin auch noch angefügt okay also hans hans führt zwei zu eins im gott duel warum hat er das gemacht ist sind wir so alten republik dass er echt um eine show zu machen für oma ernerich gesagt hat deshalb kein gläubiger mensch oder der glaubt an sich selbst und damit er gott warum hat er dann kirchlich geheiratet für seine frau keine ahnung warum wohl um ein paar cdu wähler abzuholen ja glaube ich auch das konservative erbe antreten das ist alles eine show ich gebe mir trotzdem diesen punkt mit es war nicht ernst gemeint es zählen nur die realen antworten nicht die mitgedacht gut nancy faser stefan nein oh gott aus essen würde mich überraschen wenn sie es gemacht hat ja er kann sein keine ahnung nee ich glaube nicht stefan sagt nein hans sagt ja nancy faser bundesministerin des innen und für heimat nancy faser faser ich schwöre es so wahr mir gott helfe was passiert 1 zu 1 apropos hans jessenschuh wir haben sein sein themes auch gar nicht gespielt stefan moment ist alles hier wir sind hochgeschwindigkeits podcast alles hat seine zeit genau also hans für 3 1 jetzt kommt anna lena baerbock never man ich würde sagen nein beide sagen nein anna lena baerbock bundesministerin des auswärtigen ich schwöre herzlichen glückwunsch sie hat mich nicht gottlose außenministerin wie soll das mit dem gottesstaat usa funktionieren das ist keine christliche außenpolitik sondern feministische ach so also es steht vier zu zwei jetzt wird spannend muss man kommt herr buschmann unser justizminister wo kommt er her wieder an wo kommt er her ich guck mal es ist ja so ein nrw typ es ist auf jeden fall ein wessi in gelsenkirchen geboren wo in gelsenkirchen ich sag nein ich könnte es mir einfach machen und auch nein sagen das würde den abstellen aber um es spannend zu machen sage ich ja hans sagt ja meins hat ja gesagt dr marco buschmann minister der justiz frau präsidentin ich schwöre es so wahr mir gott helft was ist los mit der fdp das ist absprache fraktionsdisziplin beim thema gottesbezug im eid das geht nicht finde ich wieso an uns vorüber gegangen warum hat deutschland darüber nicht diskutiert das ist doch jeder aufwachen podcast wir sind die mit den richtigen themen das ist ein skandal das ist ein schlimmerer skandal als das sich frank walter steinmeier in kiew luftangriff bestellt hat um mehr medienaufmerksamkeit zu bekommen jetzt ist es raus schlimm ist das schlimm ist das schade schade auch für deutschland also es steht stefan hat wieder unrecht gehabt steht fünf zu zweit gehabt stefan du musst aufholen ich weiß das wird ja das wird ja schlimmer als mit max jakob ost jetzt kommt steffi lemke grüne umweltministerin hans darf wieder ich würde sagen nein nein beide nein es gab keinen osten gott im osten steffi lemke bundesministerin für umwelt naturschutz nukleare sicherheit und verbraucherschutz frau präsidentin ich schwöre es wenn man für nuklearsicherheit zuständig ist und auf gott schwört wäre man eh falsch obwohl der hat schon so häufig den finger dazwischen gehalten das stimmt das stimmt habt ihr gerade gesehen ja sie hat nachdem sie gesagt ich schwöre ist hat sie der präsidentin zugezwinkert ist das ein geheimes zeichen sie wollte es nicht mit einem auge machen es wäre verdächtig gewesen keine ahnung was da los ist ja beide nein gesagt da steht also sechs zu drei jetzt kommt svenja schulze wer aufgepasst hat vor vier oder fünf jahren der weiß es jetzt schon ja ja sie schwört auch auf gott ist ja ich denke auch sie war vier jahre umweltministerin sie weiß sie braucht gott es ist ja auch die schöpfung richtig aber der fdp ist bei fdp ist ja die religion kapitalismus also da ist klar auf den gott schwört genau also zwei jahre schulze svenja schulze bundesministerin für wirtschaftliche zusammenarbeit und entwicklung beide sagen ja frau präsidentin ich schwöre es okay wenn sie gott nicht braucht okay brauche glück bertus brauche bertus heil gott stefan ja er braucht den auf jeden fall aber er schürt nicht auf ihn er weiß er kann es selbst was sagt der niedersachse hans ich denke er braucht ihn und er schürt auf ihn echt das ist ja gut hören wir mal rein hubertus heil bundesminister für arbeit und soziales beeilung präsidentin ich schwöre es so war mir gott hilf hans wieso kennst du dich so guten politik aus keine ahnung ich gucke gelegentlich kluge podcasts hans hans ist westdeutscher stefan der kennt das gemüt besser anscheinend ja sieben vier anne spiegel wurde damals vereidigt als familienministerin das würde mich jetzt echt überraschen grüne stefan sagt nein macht spannend hans sagt ja ich kann ja nur meinem gewissen folgen und das sagt nein fragt gott fragt gott hans karo gott ihr sagt beide nein anne spiegel bundesministerin für familie senioren frauen und jugend und hochwasser und urlaub frau präsidentin ich schwöre es herzlichen glückwürgen sie fehlten hier ein bisschen ehrlich gesagt ich bedauere das sehr dass wir uns in den zweieinhalb wochen die wir kein podcast gemacht haben verloren haben dass wir sie nicht ordentlich verabschieden konnten ja naja also bei der rechte gabe steht acht zu fünf aber du musst weiterhin aufholen jetzt christine lamprecht unsere kriegs bundesministerin die wir das sogar noch mit kuss zum himmel glaube ich machen stefan sagt ja ist das show ich denke auch ja christine lamprecht bundesministerin der verteidigung verteidigung frau präsidentin schwöre es so wahr mir gott helfen und so hatte sie damals gewusst wie sehr sie gott braucht in dem moment war sie bundesministerin der vereidigung sehr gut steht 9 zu 6 jetzt kommt der muslim james demir schwörter auf allah oder nicht nein also allah ist ja auch gott dennoch dennoch denke ich er wird nicht schwören also nicht auf gott hans du gibst stefan keine chance aufzuhören du bist wie du bist wie max verstappen der verwaltet nur noch seinen sieg richtig fahr da mal rechts rüber hans dazu würde ich mich jetzt im verstappenschen sinne äußern wegen gewisser vorfälle in der vergangenheit zu denen ich mich geäußert habe habe ich mich so verhalten wie ich mich verhalten habe gesagt beide nein zu sie mir jem özte mir bundesminister für ernährung und landwirtschaft özte mir frau präsidentin ich schwöre es das war eine richtige ansage gerade gehört zehn zu sieben jetzt bin ich gespannt was ihr zu karl lauterbach sagt nein ja ja stefan warum sagst du nein ich hätte jetzt gedacht er ist ein mann der wissenschaft aber ich könnte mich täuschen es geht ja auch beides hans wie rechtfertigst du dann ja weil er westdeutsche ist nein weil weil lauterbach immer zu überraschenden wendungen gut war und ist vielleicht hat er ich vermute mal er hat in der nacht vor der vereidigung eine studie gelesen und die bringt er jetzt ein gut mal sehen bei uns mit dem gottesvirus infiziert professor doktor karl lauterbach minister bundesminister für gesundheit frau präsidentin ich schwöre es sogar mir gott helfe interessant hätte ich nicht gedacht als ich geguckt habe erstaunlich stefan liegt jetzt mit vier punkten zurück elf zu sieben für hans jessen hans hat bisher nur einmal falsch gelegen jetzt kommt volker wissing unser jahres und digital minister geld geld gott hans bleibt die fdp bei ihrer kapitalismus linie ich glaube auch erschwört ihr sagt beide ja und wir das dr volker wissing bundesminister für digitales verkehr frau präsidentin ich schwöre es so wahr mir gott helfe oh interessante betonung das ist ja dieses ich schwöre es ja also nicht so wahr mir gott helfe so wahr mir gott helfe das ist eine subtile distanzierung zu christian lindner genau er sagt nämlich er sagt nämlich nicht so weit mir christian lindner hilfe helfe sondern so wahr mir gott helfe er musste so ein bisschen überlegen wer hilft mir jetzt ach so ja da steckt auch diese kritik drin ja ja das ist die andere fdp leider nicht ernst meine ich aber schon ja aber nochmal also bei der betonung ist ja klar er geht davon aus dass er die wahl hätte hätte von wem er sich helfen ließe und dann hat er sich für gott entschieden ja wenn gott gnädig ist so ist das war auf jeden fall der beste gottes schwur den ich jemals im bundestag ja absolut absolut wohl schauspielkunst ist sofort auf meinem soundboard gelandet klara geivitz nein sbd oder doch 12 zu 8 nee aber du musst ins risiko gehen klara geivitz aber die ist doch da in brandenburg jetzt angetreten ja ja ich glaube auch nein klara geivitz bundesministerin für wohnen stadtentwicklung und bauwesen und lange weile präsidentin ich schwöre es so wahr mir gott helfe okay ich gebe das auf mit diesem politischen podcast es passt einfach nicht jetzt kommt wolfgang wolfgang schmidt die kanzler amtsminister den kenne ich zu wenig aber ich würde mal sagen wo männer mit vollbart verwechseln sich gerne selbst mit dem pastor und deswegen würde er hier ordentlich gott zur hilfe nehmen hans also kommt auch aus hamburg wie olaf scholz ja eben er ist sozusagen der engste buddy von olaf scholz falls olaf jetzt auch wieder gott nicht zu hilfe hat holen wollen würde ich mal vermuten dass wolfie das auch nicht macht lassen uns überraschen wolfgang schmidt bundesminister für besondere aufgaben frau präsidentin ich schwöre es herzlichen glückwunsch tja ja ich gebe auf zum schluss betina stark watzinger unsere bildungs- und forschungsministerin weiß fdp aber das fände ich jetzt zu kitschig wenn sie es macht würde würde mich sehr wundern wenn eine forschungsministerin an gott glaubt hans ja ich schließe mich da der mehrheitsmeinung an gesagt nein fdp ne betina stark watzinger bundesministerin für bildung und forschung frau präsidentin ich schwöre es so wahr mir gott helfe herzlichen glückwunsch okay ich dachte jetzt wenn es wirklich eng sein sollte was hier wieder nicht passiert ist dann haben wir noch eine bonus bonus track weil lisa paus ja neue akkwölner familienministerin ist sie nicht gemacht das glaube ich auch nicht wir hören rein sie dürfen den eidleist fließen ich schwöre ich schwöre versammelt sorry ja aber doppelt das war aber auch eine irritierende aufforderung kannst du mal spielen moment sie dürfen den eidleist verlesen ich schwöre was ist ein eidleist was ist ein eidleist ja das musste sie aus der bahn werfen und wer hat das vor allem gemacht da das muss eine vizepräsidentin gewesen sein kennen sie nicht kubicki war es nicht pau war es nicht ich glaube cdu und das ist die cdu vizepräsidentin müsste jetzt nachgucken die haben ja alle vizepräsidenten außerdem aber das ist eine schöne formulierung sie dürfen den eidleist verlesen die dürfen das eidverlesen leisten okay gut ich habe verloren schließen wir dieses kapital schnell ab kommt zum nächsten hat mal wieder verloren und hans glückwunsch zum ersten sieg des tages das wird der einzige bleiben ja ich habe ein paar wochen ich habe ein paar wochen fernsehpause gemacht und hab da mal wieder nachrichten geguckt und ich mir festgestellt stefan so großartig viel hat sich ja nicht geändert doch es gibt eine veränderung und zwar also zum einen wenn man momentan zu einer aktuellen debatte zusammenkommt dann weiß man gar nicht womit man eigentlich anfangen soll bei all den krisen themen ist es euch aufgefallen dieser kameraschwenk es ist eine sendungseröffnung und man fliegt von links einmal über das ganze podium das da ist wenn man momentan zu einer aktuellen debatte zusammenkommt dann weiß man gar nicht womit man eigentlich anfangen soll bei all den krisen themen so und da wir auch nicht wissen wo wo wir jetzt anfangen soll bei all diesen krisen themen müssen wir vor allem unseren veteranen hier im kreise mal fragen kannst du es noch mal kannst du es noch mal bitte machen ja ich ich hatte eben ein aussetzer auf dem bildschirm technische schwierigkeiten dann hier wenn man momentan zu einer aktuellen debatte zusammenkommt dann weiß man gar nicht womit man eigentlich anfangen soll bei all den krisen themen du siehst ja ja ich habe es jetzt gesehen man gibt sich ein bisschen mühe und man sieht dann auch nein 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 das ist was völlig anderes im tagesthemen studios sind ja keine von menschen hand bedienten kamera sondern das sind robotkameras die aus der regie ferngesteuert werden und entweder da ist in der regie jemand unvorsichtig gegen den joystick gekommen und das ding ist abgedriftet ungewollt oder aber es hat einen technischen fehler und die mühle hat sich einfach selbstständig gemacht das ist nämlich darüber müssen wir drehen das ist alles absicht nämlich wir diesen großen und guck mal nicht nur die kamera werden ferngesteuert sondern auch die sprecher guckte mal wie heißt der schreiber er steht noch in die kamera und jetzt wo es auf abut geht dreht er sich noch achtung zu ihr und gibt uns noch mal den fokus mit auf sie sie haben wir in den tagesthemen schreiber ist so ein roboter also das ist es ist so dass er weiß ja dass am anfang sie alle drei zu sehen sind und dann weiß er dass eigentlich anschließend entweder es einen umschnitt geben soll auf die hauptmoderatorin oder eine zufahrt und deswegen blickt er zu ihr hin und würde dadurch die zufahrten wenn sie klappen würde logisch machen meinst du das hat nicht geklappt meinst du ja was anderes geplant nein 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 das ist also garantiert ist dass das war niemals geplant das ist wie ich schon sagte da ist entweder die automatische kamera entweder da ist ein operateur im in der regie aus versehen gegen den joystick gekommen und dann hat das ding stumpf den befehl ausgeführt es hat ja ich versuche ich jetzt weil ich meine dieses ja eine andere ja die saßen in den tagesthemen zusammen haben gesagt ah diese ganze podcast welle und so wir müssen ja auch mehr so community wir brauchen hier baddie mäßig wir müssen drei freunde sein im studio wir brauchen hier so ein bisschen gemeinsamkeit und so wir müssen es für die leute machen und deswegen das ist natürlich guck mal diese kamera blick aufs ins studio ja das ist eine dreier völlig klar das ist auch ausgewählt und das ende hier ist auch ausgewählt nein der weg dazwischen ist auch naja aber guck mal das ist doch programmiert worden das ist doch eine kamera fahrt die programmiert auf sie und dann ist sie bereit für das erste thema die die neuigkeit ist jedenfalls und das gucken wir uns mal in drei clips an die sendungseröffnungen sind jetzt immer radikal neu und versuchen die tagesthemen so auf community podcast artiges gesprächssituation zu trim pass mal auf hier ist das erste deutsche fernsehen mit den tagesthemen heute im studio ingo zamperoni und konstantin schreiber guten abend zu den tagesthemen ja schön dass sie eingeschaltet haben und für den sport heute dabei ist ocker gundl ja und im sport gibt es gleich den neuen alten spitzreiter der fußball bundesliga aber zuerst schauen wir nach brasilien und jetzt ja genau und also was macht die bewegung naja ich habe zum schluss aber sie fährt dann genau in diese wie bei abu das dann nur noch ingo zamperoni zu sehen ist dings dreht sich wieder da so hin ja sage ich ja aber es ist eine zufahrt auf ihn die war geplant was wir da vorher gesehen haben war ja eine zufahrt an ihr vorbei da war sie ja nur noch links im bild ranzusehen und das war der fehler jedenfalls hätte jetzt immer solche begrüßungen ja ja ich finde es irgendwie ziemlich witzig weil ich könnte mir echt vorstellen dass ich da wochen lang geübt getestet kamerafahrten wie können wir das machen können wir noch mal ins studio gehen heute ab 10 uhr ist wieder stellprobe und so um dann sowas zu machen also wir haben jetzt schon ein beispiel gesehen hier noch mal so ein bisschen übertrieben ist heute im studio aline abut und konstantin schreiber wir selber willkommen zur späten stunde und ein ganz herzliches willkommen auch von mir und für den sport ist heute julia bei uns ja hallo ein 17 jähriger hat heute die fußball bundeslieder verzaubert zwei traumtore gibt es gleich hier bei uns genau das kann doch nicht sein die erste nachricht die jetzt die du anhand von zwei beispielen über also oma erner vermittelt wurde war fußball ja bundesliga aber ja da du es ansprichst das war gerade die erste nachricht die hat sie gerade schon untergebracht ja oma erner freudig bundesliga kommt gleich jetzt könnte man denken auch das ist aber gut für den fußball leider haben sie sich jetzt und das finde ich ziemlich geil 13 11 also vor zwei tagen wir sind jetzt kurz vor katar und so weiter hört euch mal an was und da würde ich auch sagen gratulation deutsche fußball liga durch diese kleine umstellung im programmablauf der da jetzt ganz vorne auf top 0,1 gerutscht aber das hier ist meine richtig harte meldung die wird dem deutschen fußball glaube ich noch einiges zu denken geben und ich sage nochmal ausdrücklich zu einer wm zeit und damit zum sport da beginnen wir heute nicht mit fußball sondern mit football ocker gundl ja american football genauer gesagt wenn das ist dann muss natürlich etwas besonderes passiert sein ist es auch denn heute fand zum und jetzt hört man auf die zahlen also wir haben jetzt fußball ist sowieso mega ding erstes thema wenn hier der sport und so weiter ist immer fußball es ist auch noch wm und jetzt haben die aber es echt geschafft die nfl in deutschland als top 1 hier zu platzieren erst mal ein offizielles spiel der nfl auf deutschem bodenstadt die nfl goes germany ein historischer moment in der umgebauten arena in münchen trafen die seattle seahawks auf die temper bay buccaneers drei millionen tickets hätten verkauft werden können so groß drei millionen tickets wissen wie viel katar wie viele deutsche nach katar fahren 35.000 das ist ein faktor 100 oder sowas im vergleich zu wenn du nfl in münchen machst was du dann tickets verkaufen kannst groß war die nachfrage der anreiseweg ist auch kürzer alles eingepreist trotzdem faktor 100 waren auch die namen die diesen besonderen ausflug unter namen der größte tom brady superstar und quarterback legende der buccaneers tom brady ist glücklich der erfolgreichste american football spieler zeiten gewinnt und hat viel spaß in münchen das ist eine der größten footballerfahrungen in meinem leben und das nach 23 jahren in der liga die fans waren unglaublich es war elektrisierend von dem moment an als wir auf das feld lief und jetzt mal ganz ernsthaft ne du hast eine wm katar europa deutschland bayern münchen das stadion tom brady der die hier sagt zwar der geilste moment in meiner ganzen spieler karriere ich hätte gern vor allen drei millionen die sich eine karte kaufen wollten der amerikaner der weiß was er sagen muss die wissen warum sie da sind aber trotzdem hast du recht also der andrang war groß max jakob aus war ja auch da hat gesagt war geile sache für den dfb sieht es ganz übel aus wenn katar schief geht und die stimmung ist zwei wochen lang drei wochen lang wirklich nur jeder moderator jede freie minute um dir zu sagen wie scheiße katar ist dann hast du glaube ich eine stimmung wo die leute nächsten sommer aber dann ist wie eine nfl das werden sie nicht machen die werden ihr eigenes produkt hier jens weinreich friend of the show der ist ja fifa experte und da guckt sich die ganzen ard journalismus sachen zu katar und meint so ganz schlimm teilweise also gestern abend die katar doku soll übel gewesen sein die war geil die war sowas von geil ich habe es nicht gesehen aber du bist auch kein experten bitte du bist auch kein expert jens weinreich war da ziemlich häufig drin zu sehen ja aber andere leute auch die offenbar fehlerhaft geframed wurden naja gut nichts gesehen wird wird ja bald die gelegen was ich interessant finde keiner von euch beiden hat die wirkliche politische dimension dieses events und der berichterstattung offenbar erkannt welches events hier nfl nfl ja darum bist du ja ja wenn es so etwas gibt wie eine kulturelle unterfütterung des transatlantischen gedankens dann dieses richtig hollywood film erreichen uns nicht wir brauchen auch noch deren sport ja aber darum ja auch darum darum haben die amies piraten geschickt ja die bakuniers ja freibeuter meint ihr es kommt so in den nächsten fünf jahren zu der situation dass die nfl und dann irgendwie so ein europäisierter nfl um die wette bietet und den samstag platz in den stadien kriegt das das nicht aber zum beispiel bei die tour de france fängt ja seit ein paar jahren auch schon nicht mehr in frankreich die machen das auch ja sondern irgendwo im ausland und erst dann geht es nach frankreich das ist marketing mäßig nicht ungeschickt und es fördert den im entweder ratsport oder american football auch in den gastländern also da haben viele was davon okay jetzt haben wir gerade diese sonst haben sie ja schon in london gespielt ich frage mich nur wer hatte denn jetzt daheim recht haben beide ein heimspiel gehabt oder bei den auswärtsspielen interessante frage keine ahnung ich glaube eher bei den auswärtsspielen kann uns ja max jakob mal erklären okay schließen wir den kleinen block nach ab das war hier nur exkurs wir werden ja beobachten wie das weitergeht mit der nfl diese sendungseröffnung wir haben es gesehen kamera bewegungen programmiert und so weiter sie versuchen ja lass mich lass mich dazu noch was sagen zu diesen eigenartigen versuchen es gab ein oder ich kenne einen regisseur bei der ard der sprach davon ja das sind gox und das sind ja das sind gox und das sind fox und da habe ich haben wir gefragt was meinst du und da meint er naja das eine ist eine kamera fahrt und das andere ist ein gang wenn moderatoren sich durch studio bewegen um bewegung im bild zu erzeugen und gox sind gänge ohne grund und fox sind fahrten ohne grund und das haben wir hier erlebt das war ein klassischer fog das war eine fahrt eine kamera fahrt völlig ohne grund einfach nur um das doch die ästhetik ein bisschen gewähren hans ja wenn es mal so wäre dass ja nicht ästhetik gewähren sondern das ist simpler augenreiz und das hat nichts mit ästhetik zu tun na dann trauen wir uns noch ein ästhetisches urteil zu ich sag mal so während sie wahrscheinlich monatelang überlegt haben wie machen wir diese sendungseröffnung können kurz hallo sagen und so wie geht man eigentlich aus so einer sendung raus da hat man glaube ich den moderatoren einfach sagt ist egal macht was ihr wollt da schlafen die leute eh schon ja soweit die tagesthemen jetzt geht es weiter mit dem jeder tagesthemen moderator oder moderatorin braucht einen einzigartigen abschiedssatz bleiben sie zuversichtlich grusam good night and good luck good night and good luck wir gucken uns mal hier so eine neue typische sendungs verabschiedung an das ist die vom fünften elften also die gleiche sendung wo wir gerade auch die begrüßung moment moment eine sache doch man könnte wenn man nicht genau hinguckt meinen sie ist eine sie ist eine puppe oder so weil sie keine beine hat so ihre hose so blau dass sie ein bisschen ja das stimmt blue screen ungeeignet ja stimmt aber so ist es ja soweit die tagesthemen und jetzt geht es weiter mit dem wort zum sonntag die gedanken über hoffnung und zusammenhalt in schwierigen zeit und morgen begrüßt sie helge fuß zu den tagesthemen und wir drei versuchen jetzt mal so ein abschieds ich dachte schon bei ich dachte schon mal kurz den schreiber wort zum freitag dann wird er aber ganz im islamkritiker wieder richtig ja genau das versämmeln versämmeln aber richtig ja so geht es gelungen das wichtig war das wichtigste abhandeln in ganz wenigen in ganz wenigen sekunden mach ein quiz raus was das wichtigste ja das ist ich mache einen sound raus das sind wir die freunde freiheit und spaß hier fühlen wir uns zu haus aus dem rücken der pierde den wind im gesicht halten wir gemeinsam aus ausländ das heißt dabei sein glücklich und frei sein unsere pferde rams so hans jetzt ist eine menge passiert in den letzten zweieinhalb wochen sind auch in der langen version oder haben wir es eilig ich habe ihn jetzt so lange nicht gehört jetzt hans wir haben einen neuen spitzenrad oder neue spitzenreiterin was hat sich getan in der zweiten wochen wer führt wobei denn ach so du meinst in den in den pols barometer ja natürlich es ist die es ist die frühere dritte bei den deutschen jugendmeisterschaften im trampolin premiere für annalina baerbock sie führt zum ersten mal die top ten der beliebtesten politikerinnen und politiker an gefolgt von robert habeck und kanzler olav scholz also ich gratuliere ihr nicht oder was ich höre so eine gewisse ja ich finde es gut was war die frage wir können jetzt noch mal vergleichen wie die eingerankt werden ich hab mal den top 5 einzug genau also die beiden gottlosen die drei gottlose führen vor lauterbach und söder es sind nur ich würde sagen es sind nur vier politiker im positiven bereich also in dieser zdf politbarometer logik auf platz vier ist lauterbach auf platz fünf ist söder aber auch schon im minusbereich wir gucken mal weiter hier platz sechs christian lindner auch im minusbereich platz sieben friedrich merz platz acht lamprecht platz neun wagenknecht platz 10 weidel aber im aufwind genauso wie wagenknecht haben die das also also hans laut zdf sind die zehn wichtigsten politikerinnen in deutschland baerbock habeck scholz lauterbach söder lindner klar merz klar lamprecht wagenknecht und weidel ja dazu muss man natürlich das müsste man das gesamte panel kennen das den befragten zur auswahl vorgelegt er die 10 wurde nein es müssen ja mindestens elf gewesen sein oma erner hier ich sagte ja bei ihr das sind das sind unsere zehn wichtigsten du musst jetzt nur noch ranken ja aber aber ich aber ich mag den bodo ramelow doch so gern der zählt nicht er zählt nicht aber der aber der söder ist doch auch nur ministerpräsident erzählt haben wir nicht ja also wie gesagt man kann ja nur auswahl treffen kann man ja nur unter dem oder zwischen dem was zur wahl steht und das ist das ist die wirkliche krux bei diesen politiker rankings die werden diese panels werden immer wieder neu zusammengesetzt und die zehn wenn es zehn sind aus dem man auswählen kann die zehn namen die am anfang des jahres zur auswahl stehen sind nicht unbedingt identisch mit den zehn die ein jahr später und ein halbes jahr später zur auswahl stehen dann sind natürlich sind sozusagen die drei vier fünf spitzenreiter die immer dabei sind sind immer dabei aber die anderen setzen sich neu zusammen ich will wissen wo merkel ist ja das wo merkel ist ja genau wo ist merkel merkel ist ja im grunde wie wagenknecht oder so ein bisschen aussortiert mit einer frohsäule kommentiert aber noch viel also naja merkel 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 ist im abklingbecken im politischen abklingbecken und ich glaube nicht neue brennstäbe bestellen ja aber keine neuen merkel brennstäbe beziehungsweise der neue merkel brennstab ja nicht so heißt aber manchmal so agiert ist ja olaf und der hat zu dem zu dem kommen wir jetzt ja gut dann kommen wir mal zu olaf weil ich will dann ja ja pass auf hier ernste zeiten wir haben ernste zeiten das glaube ich weiß jeder und jede in diesem land wir gucken mal wie die deutschen das bewerten seiner arbeit ich habe da nur die grafik zu müssen also vorlesen da hat das zdf oma erner gefragt oma erner wie führt olaf scholz deutschland er durch die unsicheren zeiten geiler satzbau schlecht geiler satzbau kann man nicht die antwort möglichkeit die antwort möglichkeit war gut oder schlecht und dann haben sie noch mal in parteien aufgespalten also die deutschen sind sie unsicher die 47 prozent sagen der führt uns gut und 45 prozent sagen der führt uns schlecht und nur in der spd ist man sich sicher dass er wirklich gut ist bei den grünen bisschen mehr als die hälfte aber auch 37 prozent der cduler sagen nicht schlecht und 40 ich bin ja für große vereinigung die linken auch ja ja das war das war das olaf scholz wir gucken was war noch so hier klimaschutz kompetenz alles wie immer da hat mich nur überrascht dass die fdp klima klimakompetenz noch niedriger eingeschätzt wird als die der afd drei prozent das ist gut ja jedes ist doch klar für jedes länger laufende akw ein prozentpunkt und ich sage nur medien wirkungsforschung die linke der wirklich also die hat schon bessere klimaschutz ansätze als viele andere parteien wird sogar mit zwei prozent bewertet also die afd wird doppelt so stark beim klimaschutz gewertet als das stimmt die linke ja unfassbar aber 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 in dieser politischen logik die bundesregierung hat doch irgendwie nachgemessen nur drei prozent der leute missbrauchen irgendwie ihr hartz 4 und 97 prozent sind nicht diejenigen die die cdu meint wenn sie so großen stress macht unter dieser maßgabe wie die cdu auf die armut in deutschland schaut wenn wir hier auf die fdp schauen müssen wir sagen das ist eine mega klimaschutzpartei weil fokus auf die drei prozent dann gab es eine frage wollen die deutschen dass die atomkraftwerke ab januar 2023 abgeschalten werden bis april 2023 betrieben werden oder länger betrieben werden hans was sagt die mehrheit länger betrieben werden als april ehrlich ja das finde ich nicht gut was los mit den deutschen und nur neun prozent sagen abschalten ja und ein habe ich noch zum bürger geld das neue bürger geld da sagt dann die deutschen finde ich eher gut oder schlecht gut sagen 35 prozent und zu wenig anreize für neue jobs sind zu 68 prozent sagen das ist berechtigt alter sollen wir erst über das bürger geld reden bevor wir den spd konvent reden das ist ja schlimm was ist denn hier los in deutschland fehlen hier gute podcasts oder was wo ist die aufklärung das geht nicht ich glaube die die cdu propaganda funktioniert ja und also auf der einen diese beiden sollen die korrespondieren natürlich miteinander die jeweiligen farben diejenigen die für die finden dass zu wenig anreize geschaffen werden die finden dann natürlich das modell auch schlecht ist ja klar so und da kommt zum einen völlig klar eine propaganda zum zuge die medial auch vermittelt wird zum anderen fürchte ich aber auch dass relativ viele leute überlegen wie würde ich mich denn verhalten wenn ich eine menge kohle kriegte und nichts dafür arbeiten müsste na so also es gibt es gibt negative selbsteinschätzungen die aber auch viel über die attraktivität oder nicht von lohnarbeit mit aussagen das ist alles nicht so verwunderlich wollen wir damit einsteigen ich hatte ich hatte ein intro und dann kannst du thematisch da einsteigen ich hätte nämlich eine erklärung warum die deutschen so denken weil sie halt cdu propaganda oder csu propaganda aufsetzen zum beispiel diese lügen werden jetzt eine lüge von alexander doberndt also das muss man auch nach verhandeln sind das denn überwindbare knackpunkte zwischen ampel und union nein wir haben ja deutlich gemacht dass fordern und fördern dieses prinzip muss weiterhin erhalten bleiben dazu gehören natürlich auch die entsprechenden sanktionen die fehlen jetzt in diesem gesetz und dadurch wird ihr arbeitslosigkeit langzeit arbeitslosigkeit zementiert anstatt dass man den leuten aus dieser situation heraus hilft deswegen da muss deutlich nachgebessert werden das ist eine elendige lüge also es gibt weiterhin sanktionen es gibt weniger sanktionen ja aber es gibt weiterhin sanktionen und was er gesagt dass es keine sanktionen mehr gibt genau es bleibt bei sanktionen nur wenn du termine im amt verpasst wirst du nicht mehr sofort sanktioniert aber sobald du irgendwas ablehnst mit ach so ich muss bewerbungsschreiben machen und so üben dann gibt sofort sanktionen außerdem die wirkliche die wirkliche lüge besteht darin dass dieses richtige prinzip fordern und fördern natürlich fordern und fördern was denn sonst aber wenn er sagt moment wenn man sagt dass von fordern kann man nur reden wenn es auch sanktionen also strafmaßnahmen gibt was ist denn das für ein begriff von forderung ja das ist eine so wie ein inkasso unternehmen ja genau so das heißt das heißt es ist eine forderung offen ja es ist es geben sie ihren daumen es ist eine eine verlogene verbogene definition und deswegen wird aus einem richtigen prinzip eine manipulativ falsche anwendung gemacht ich habe mir einige sache angeguckt zum bürger geld jetzt die letzten tage damit ich kompetent mitreden kann eine anmerkung habe ich immer vermisst in all den beiträgen und interviews dass es ja hier nur um drei prozent alle hat es vier empfänger und empfängerinnen geht das haben wir auch mit bettina steinhaus bei jung und naiv mal durchgegangen kannst also nur drei prozent waren überhaupt sanktioniert und der moderator im bayerischen rundfunk hat das auch mal angebracht aber stefan das ist dubrindt egal ja aber zum beispiel bei den sanktionen das betrifft ja offenbar nur drei prozent der menschen ist das nicht ein bisschen zu viel streit für zu wenig bisher gibt es die sanktionen und deswegen gibt es auch wenige die davon abweichen aber ehrlicherweise drei prozent bei einer million personen geht dann auch um 30.000 menschen an der stelle und wenn man das signal gibt es gibt keine sanktionen mehr wird es der eine oder andere sich vielleicht auch leichter machen wollen die 97 prozent warten nur darauf dass ihnen das ja ermöglicht wird jetzt endlich zu faulen wenn man wenn man diese drei prozent regelung mal anwenden würde zum beispiel auf bestimmte sachverhalte auch im bereich der institutionalisierten politik wie viele naja zum beispiel bei wie vielen prozent von abgeordneten haben influenza oder wie heißen die lobbyisten einen einfluss der über das gebotene maße hinausgeht und so vielleicht käme man da in bereiche die noch höher lägen als drei prozent jetzt reiß dich mal zusammen was du hier ist verschwörung hatte christian wolf letztens noch erklärt der harz vier empfänger hat genauso viel macht wie ein influenza im bundestag natürlich das kapital hat hier nicht mehr zu sagen als ein harz vier empfänger es reißt sich zusammen ich habe noch ein schönes beispiel gefunden der bayerische kanzleramtsminister florian hermann von der csu hat noch mal ein schönes beispiel anhand von ich sage jetzt mal stephan schulz gebracht und stephan du solltest jetzt überlegen bürger geld empfänger zu werden anscheinend in der zweijährigen karenzzeit soll auch niemand umziehen müssen wenn das haus oder die wohnung zu groß ist das alles sei höchst problematisch sagt die union beispiel ein alleinstehender single mit haus 130 quadratmeter und 60.000 euro zusätzlichen vermögen könnte in den ersten beiden jahren auch auf kosten von mindestlohn beziehen ohne weiteres bürgergeld beziehen ja wir reden ja mittlerweile nur noch über aliens die ganze zeit also eine politische debatte kannst du auch über also morgen könnten durchaus aliens landen wir sollten anne will anrufen damit sie sofort eine sendung darüber macht was wir dann tun ich finde auch hier auch hier wieder eine schöne schöne wortschöpfung ein alleinstehender single ja alleinerziehen nein er hat gesagt ein alleinstehender single moment 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 beispiel ein alleinstehender single mit 130 quadrat nicht schlecht nicht schlecht welche anderen singles kennt er denn noch so ist du hans es gibt ja im grunde es gibt ja man kann ja auch single sein obwohl man mit seiner partnerin immer noch zusammenlebt dann ist man nicht alleinstehend oder aber auch nicht single also alleinstehend single ist glaube ich sehr kompliziert ist das sehr synonym eigentlich da muss man schon übernimmt autor sein oder so okay kommen wir zum bürgergeld wie das fernsehen uns davon berichtete 6 november es ist ein ziemliches durcheinander würde ich sagen die ampel fraktionen machen einen kompromissvorschlag jobcenter sollen besser überprüfen können ob ein leistungsempfänger nicht zu viel vermögen hat hat jetzt kosten sollen nicht in jedem fall übernommen werden sondern nur in angemessener höhe ein umzug in eine teurere wohnung soll nur mit zustimmung des jobcenters möglich sein die union überzeugt auch das nicht sie rechnet vor menschen mit geringem einkommen könnten unterm strich weniger in der tasche haben als bürgergeld empfänger stimmt nicht sagt der dgb und präsentiert eine gegenrechnung ja das finde ich am besten überhaupt man kommt jetzt nur mit insta kacheln irgendwie um die ecke wo irgendwelche zahlen draufstehen und ich würde ja sagen wenn wir da war warum lassen die den dgb das als fake news bezeichnet anstatt dass die tagesdem selbst vorzeigen dass die union scheiße weil du bist ja nicht es geht es geht wieder über bande ja hans warum muss das sein warum kann man ja was sagen die lügen ja weil die weil die tagesthemenredaktion kein eigenes sozialwissenschaftliches institut betreibt ja aber wenn wenn mehrere quellen das hat ja also das ist ja reihum gewesen spd linke grüne dgb parität die haben alle nachweisbar vorgerechnet dass das ja bullshit ist und deswegen zitieren sie die eine quelle die sagt die unionsquelle ist ja auch eine unionsquelle die behauptet das so und so und dann die nachrichtenagentur oder institutionen tagesthemen sagt da gibt es aber andere die haben das anders berichtet ja aber warum muss man diese lüge noch reproduzieren anstatt zu sagen die cdu bei ihrer kritik am bürgergeld lügt weiter geht's ja vor allem ich würde mal noch einen anderen fokus legen also zum einen ja was ist mit den tagesthemen trauen die sich das nicht zu zum anderen wenn die cdu mit so einem zettel kommt wo drauf steht übrigens ein paar ein paar also zwei erwachsene menschen mit zwei kindern im reichsten land der welt mit vier menschen in einem haushalt alle arbeiten die arbeiten können oder gehen in die schule und am ende des monats 2100 euro würde ich sofort diese partei mal zurückfragen was haben sie die letzten 16 jahre gemacht damit das der ausgangszustand ihrer argumentation ist ist doch irgendwie bescheuert wieso reden wir denn ja über bürgergeldbezieher und so weiter wenn wir hier vier leute in einem haushalt wo zwei ganztags arbeiten dann irgendwie 2000 euro also 500 euro pro nase nach hause schleppen das ist doch ein skandal und das wurde dann irgendwie gar nicht thematisiert also man hat über die drei prozent die bürgergeldempfänger und so weiter aber lohnabstandsgebot hat zwei seiten nämlich auch die den lohn und damit ihren anspruch auf abstand mit in die wachstelle werfen ich habe nachher noch ein paar clips aber das haben sie dann wieder durch die o töne mitvermittelt aber keine eigene position eingebracht die linken oder die grünen sagen ja das problem ist der niedrige mindestlohn und ja weil die ökonomischen die ökonomischen argumente werden von den o-tonen geben ja selbstverständlich richtig und das ist richtig so weil die redaktion einer nachrichtensendung eine nachrichtensendung ist und keine keine aktivisten organisation damit kann ich leben aber ist es nicht eine nachricht dass die union lügt das wird ja deutlich durch die entgegengesetzten berechnungen der andere aber aber da muss oma erner ja so ein bisschen um die ecke denken oder mitdenken dass es quasi implizit ist aber muss man oma erner das nicht explizit machen nein gut was absolut man man soll die klugheit des publikums die ein die einen sagen so die anderen sorgen und dann mache ich mir mein eigenes bild und so ist es gerade in den umfragen stehen 63 prozent wenn die cdu hat irgendwie recht was was genau die propagande funktioniert ja was ich interessant finde auch auch jetzt ist euch beiden offenbar eine wichtige botschaft entgangen dass nämlich sehr wohl in der politik die bereitschaft besteht vermögen anzutasten ja richtig das ist ja noch der andere punkt genau ja es sind nur eben nur eben nicht über den weg der vermögensteuer an die größeren vermögen sondern es sozusagen eine eine grassroot underground vermögen in anspruchnahme ja ich glaube die ganze cdu diszipliniert wenn du nur einen cleveren tweet schreibst in dem du sagst mein betriebsvermögen ist gefährdet ja zack ist also was ist die cdu vor allem die cdu aber auch teile der ampel parteien zeigen doch hier eine eine ziemliche bereitschaft an vermögen heranzugehen und dann ist ja auch nur logisch aber wir fangen nicht gleich mit den großen vermögen an sondern es war mit den kleinen wir interessieren uns ja hier dafür wie läuft denn die debatte so insgesamt wir sehen zum einen und das ist auch wieder wir könnten stundenlang über den journalismus reden der uns zum einen ein parteichef auf einer bühne zeigt und zum anderen ja was hat denn der andere parteichef dann bei twitter bei twitter einen deine tweets geschrieben der spd-chef wirft der union sogar fake news vor eine partei die unter marcus söder und friedrich merz lügt mit dem ziel die gesellschaft zu spalten da werden diejenigen die wenig verdienen gegen diejenigen die auf den staat gerade angewiesen sind gegeneinander ausgespielt doch der cdu-chef bleibt bei seinem nein zum bürgergeld es mache selbstverantwortliche bürger zu versorgungsempfängern sie werden immer kreativer damit tweets abzufilmen herzlichen glückwunsch tagsthemen das ist glanzleistung aber sie reden auch mit ihm wir hören jetzt gleich ein gespräch haben die tagesthemen stefan in irgendeinem beitrag mal die nähe zur afd position thematisiert also beziehungsweise dass die afd oder cdu genau dasselbe behaupten also bei ihrer opposition gegen das bürgergeld die haben also ich zeige es nachher auch noch mal die haben die exakt selbe position ja aber da würde ich sagen die cdu sollte sich nicht verunsichern lassen dadurch dass irgendetwas auch die afd sagte oma erner soll wissen dass die cdu das sagt was die afd sagt oder umgekehrt oder umgekehrt das problem mit der afd ist ja nicht dass sie manchmal auch irgendwas sagt kann auch durchaus mal ein argument sein dem man folgen kann das problem ist nur immer dass niemand nachfragt warum man deswegen jetzt gleich wieder menschen töten muss oder so auf und so weiter abstellt gut also wir haben hier märz zwils abgefilmt das ist natürlich glanzleistung umso besser mit ihm zu reden moment moment das ist ja gut mach erst mal ein interview also märz ist hier im gespräch dazu spreche ich jetzt mit dem cdu-vorsitzenden und oppositionsführer im deutschen bundestag der roll und abend der märz guten abend der märz wir hören jetzt genau auf seinen singen sagen denn meiner an meinem eindruck nach umso mehr die spd auf der debattenbühne auspackt austeilt und zwar nicht gegen koalitionspartner sondern gegen märz was für märz ja bedeutet cool sie legen damit fokus auf mich ich werde jetzt also angefragt ja sie kommen auf mich zu und wollen mich dazu sprechen ich lege mal meine krawatte ab und reihe mich ein in den neuen freundschaftsreigen der tagesthemen moderatoren ich bin sozusagen der vierte buddy im runde wir hören seinen sing sang er nimmt die einladung gerne an und gibt sich ganz zahm guten abend der fuß ihnen fehlt die eigenverantwortung beim geplanten bürgergeld wann ist eigenverantwortung für sie gegeben also in den augen der koalition ist eigenverantwortung ja nur dann gegeben wenn man allen vorschlägen zustimmt die diese koalition macht und alles andere ist dann unsozial aber ich will vielleicht mal ein bisschen die schärfe aus dieser diskussion herausnehmen ich werde jedenfalls morgen dem parteivorstand der cdu und dem vorstand der cdu csu bundestagsfraktion vorschlagen dass wir der bundesregierung anbieten noch in dieser woche einen verbindlichen beschluss des deutschen bundestages über die anhebung der regelsätze zu treffen sodass wir dann den ganzen streit nur noch um das verfahren in diesem sogenannten bürgergeld austragen können aber nicht mehr über die höhe der sätze wir sind mit der höhe der sätze einverstanden so schön und gut kleines zugeständnis warum auch nicht um den rest abzuwehren der da mit rein verhandelt wird so langsam auch im widerstand also gegen die ftp muss man ja auch mal sagen dass die ftp hier so ein bisschen auf linie gehalten werden soll merz versucht hier mal uns darzustellen dass die spd das falsche spiel spielt und er versucht sich noch weiter selbst aus dem feuer zu nehmen denn wir wissen ja es entscheidet der bundesrat und nicht die cdu fangen wir noch mal vorne an die ampel hat ja einige änderungen eingebaut und jetzt vorgeschlagen die haben wir eben gesehen in einem beitrag erkennen sie die nicht an ja die sehe ich schon das ist natürlich der versuch jetzt dieses gesetz auch durch den bundesrat zu bringen der bundesarbeitsminister adressiert ja gar nicht mehr den bundestag sondern schon den bundesrat das kann ich nicht vorweg nehmen da müssen die länder eine eigene entscheidung treffen ja das ist ziemlich clever nach 16 jahren cdu-regierung zu sagen ja der bundestag der macht ja nur noch theater weil die sind sich eigentlich schon einig die haben sich schon abgesprochen die werden das schon durchdrücken das ist nur noch spiel und sich dann aus dem feuer zu nehmen das entscheidet der bundesrat und nicht ich darf ich da habe ich eine these aufstellen die mir gerade einfällt ich erinnere mich an britta hasselmann die das ja im bundestag aufgezeigt hat die hatte kritisiert dass märz selbst beim bürgergeld nicht geredet hat ich glaube dass es alles taktik märz spielt on air also bei interviews und so weiter in sachen bürgergeld handzahm der also seine verachtung für die armen drückt er nicht aus und schickt als parteivorsitzender seine seine rottweiler los wie die doprinz und das ist das ist die die dürfen und sollen sich bürgergeld verachtend äußern sollen die armen verachten aber friedrich märz darf darf das nicht weil hans das meine these er kanzler werden will und in zwei jahren keine o-töne abgespielt haben möchte wie er harz vier empfänger genau oder bürgergeld empfänger verachtet und darum ist seine seine taktik ist on camera sehr sehr sachte und einfach nur politisch und ich will verhandeln das ist der trick also das ist sein weg den wir jetzt einschlagen und wir hören es jetzt im folgenden clip er ist hier nicht oppositionsführer sondern er ist eigentlich schon kanzler und zwar nicht nur im bundestag für ganz deutschland ja er gibt sich präsidial er gibt sich mit einer und im grunde ist er der anti märz und dass das die unbeliebtheit des friedrich märz in der im öffentlichen ansehen beruhte ja auch darauf dass man ihn wirklich lange zeit als neoliberalen blackrock aktivisten erlebt hat und von diesem image will er irgendwie weg und er weiß dass er davon weg muss wenn er irgendwann die chance haben will gewählt zu werden und zwar nicht nur als kanzler gewählt zu werden am ende nicht nur von hardcore fans sondern von menschen die sagen ja gut kann man dann auch mal machen so es geht es geht um diese ich nenne das jetzt mal ein stück weit mitte die nicht auf cdu festgelegt ist aber ihn denn dann auch wählen müsste für die will er sich also nicht nur die mitte sondern die breite der gesellschaft du darfst nicht nur oppositionsführer dieser fraktion im bundestag sein sondern muss die sperrspitze des fortschritts in deutschland sein und das verkaufte uns jetzt hier es sagen eben sehr viele und nicht nur die deutsche opposition sondern es sagen die fachverbände es sagen die kommunalen spitzenverbände dass dieses system in die falsche richtung führt und vor allem die falschen anreize für den arbeitsmarkt setzt und das wird auch durch diese veränderungen die die bundesregierung jetzt vorgeschlagen hat nicht korrigiert das sagen die alle fachverbände die spitzen der deutschen irgendwas und jetzt fragt füß ihn aber sie sind doch erstmal nur im bundestag so fraktionschef und so weiter will er aber nicht auf sich sitzen lassen haben sie sich nicht geärgert die spd fährt ja jetzt ziemlich hart gegen sie auf arbeitsminister heil wirft ihnen egoismus vor spd-chef klingbeil vergleicht sie sogar mit donald trump weil sie lügen würden das hört sich ja nicht nach vertrauen und annäherung von der anderen seite an oder das ist so ich muss sagen ich bin einigermaßen entsetzt darüber welche wortwahl da mittlerweile auf der seite der koalition gewählt wird weil trump ist jetzt schon das schlimmste schicksal was hier begrifflich unterkommen kann ich finde nur ich finde gut dass fuß sagt sie würden lügen ich will mir das nicht zu eigen machen also klar sie sie lügen tatsächlich aber habe ich jetzt nicht gesagt das sagen nur die anderen der koalition gewählt wird wir haben nur das wiederholt was zum beispiel der bundesrechnungshof kritisiert hat wir haben dieselben zahlen verwendet wie der bundesrechnungshof und ich vermute mal der parteivorsitzende spd kommt noch nicht auf die idee auch noch den bundesrechnungshof mit donald trump zu vergleichen nein wir wollen eine lösung ich würde jetzt als coach von märz sagen sag einmal bundesrechnungshof nicht dreimal in fünf sekunden das ist dann nicht zu kitschig das fällt auf er hätte ja auch er hätte ja auch ehrlich sein können und sagen können ja also das was ich sage sagen einfach die industrieverbände das deutsche kapital und die arbeitgeber und damit alle wichtig also die cdu die cdu macht quasi die politik des kapitals und die sind immer gegen mindestlohnerhöhung immer gegen lohnerhöhung an sich genau ein inhaltliches argument macht er dann doch aber er traut sich den ganzen sprung nicht und dann müssen wir uns über diesen systemwechsel unterhalten der mit diesem sogenannten bürgergeld vorgenommen wird und da sind wir eben nicht einverstanden dass hier im grunde genommen solche schonvermögen zugrunde gelegt werden solche karenzzeiten zugrunde gelegt werden und der fuß vielleicht darf ich mir den hinweis auch noch erlauben wir reden hier über ein system das erst nach der ausschöpfung der arbeitslosenversicherung eintritt wenn die menschen aus der arbeitslosenversicherung herausfallen also wir reden über menschen die schon über einen längeren zeitraum arbeitslos sind und eigentlich müssen alle maßnahmen die da ergriffen werden um sie zurück zu integrieren in den arbeitsmarkt viel früher einsetzen und nicht erst dann wenn sie in harz 4 oder wenn sie so wie die regierung es plant demnächst im bürgergeld sind so quiz für euch ihr kennt alle mein lieblingsthema wovor hat die cdu hier ernsthaft angst dass die alten sterben nee dass die alten sich einfach sagen ich bin jetzt 63 ich habe keine lust mehr ich mache jetzt erst mal zwei jahre bürgergeld und dann rente ohne weitere einschnitte ich habe jetzt nur gewartet dass er sagt herr fußt also in anderen ländern da gibt es noch ein oder zwei jahren arbeitslosenhilfe gar nichts mehr seien sie mal froh ja worüber reden wir denn hier ja aber das ist das eigentliche problem was die cdu hier hat dass das eine einladung für sehr viele leute ist zwei jahre früher zu sagen ich habe keinen bock mehr bisher hieß es ja immer rentenabschlag den rest seines lebens jetzt wird hier so eine brücke gebaut dass man sagt okay ich kann auch zwei jahre bürgergeld machen oder sogar wenn man sich feuern lässt oder wie auch immer man zu all geeinstern kommt dass man da drei jahre draus macht also mal sehen ob die cdu hier nochmal weil wenn sie es anspricht ganz explizit dann sagt sie den leuten im grunde was sie so machen können demnächst und das wollen sie auch nicht also in deren sicht sitzen sie so ein bisschen fest und kämpfen hier wie die löwen fußt versucht jetzt hier mal aber aber es ist doch auch die fdp im boot und so wie ist denn das jetzt zu verstehen aber nehmen wir da mal einen punkt raus schon vermögen haben sie eben erwähnt das könnte vielleicht auch das thema sein oder die kritik sein die sie am meisten ärgert nämlich von der fdp christian lindner wirft ihnen da populismus und einen schäbigkeitswettbewerb vor denn wer 60.000 euro vermögen hat der habe dafür gearbeitet und soll sie behalten können sie wollen das ja nicht so das haben sie geerbt wenn das so schäbig wäre wie christian lindner das zu meinem bedauern ausgedrückt hat dann frage ich mich warum schlägt er denn dann gleichzeitig eine anhebung des grundfreibetrages für alle steuerpflichtigen vor wenn er diesen vorschlag macht mit der begründung durch das neue bürgergeld sei dies jetzt notwendig dann zeigt das ja dass das lohnabstandsgebot eben nicht mehr eingehalten wird und hier reden wir über ein ganz grundsätzliches problem nämlich soll eigentlich derjenige der in unserem land arbeitet grundsätzlich mehr geld verdienen als derjenige der nicht arbeitet und soziale transferleistungen bekommt und dies stellt die koalition auf den kopf leider auch mit hilfe der fdp wenn ich ein redakteur wäre dann würde ich fragen warum sind sie denn wenn sie für ein lohnabstandsgebot sind nicht für höhere löhne ganz genau weil märz hat gerade der fdp vorgeworfen für höhere sie müssen hier noch keine einkommenssteuer zahlen beträge zu sein was ja bedeutet eine faktische lohnerhöhung für diesen ganzen niedriglohnbereich und dass märz hier einfach im fernsehen stehen kann und sagen kann die fdp ist so scheiße die gibt den leuten mehr geld die arbeiten dabei brauchen wir doch weniger geld bei denen die nicht arbeiten und kein redakteur oder das nicht zum thema wird in der sendung dass man ihn wirklich noch mal darauf anspricht ach so ihnen geht es gar nicht nur ums bürgergeld wo sie hier weiter drangsalieren wollen sondern sie sind jetzt auch weiterhin dafür selbst wenn die fdp sagt wir lassen den leuten mal mehr geld sind sie dagegen sie wollen also den 15 millionen die es betrifft weiterhin und so weiter das verstehe ich da nicht warum man da nicht einfach wirklich mal all in geht auch mit seiner eigenen redaktionellen haltung und dann einfach sagt märz das was sie gerade gesagt haben dröseln wir jetzt noch mal auf damit es oma erner wirklich versteht naja es wäre der simple satz gewesen abstand lässt sich von zwei seiten her herstellen entweder indem man sagt oh die unten dürfen aber nicht so viel verdienen oder indem man sagt ja dann müssen eben die die verdienen ein bisschen mehr verdienen dann ist der abstand ja auch wieder hergestellt dieser gedanke genau dieser gedanke unterbleibt weil da fürchte ich dann auch redaktionen oder moderatoren und interviewer die ihre texte und fragen selbst schreiben einfach in diese in diese thematik so tief nicht einsteigen aber das muss das musst du ja gar nicht können also du brauchst nur ein bisschen zeit das kommt ja es kommt ja überall vor also das ist ja auch keine tiefe thematik oder ein tiefer einstieg in der thematik wenn du über den lohn von 15 millionen leuten redest in deutschland also die überschätzt euch oder und nein über unterschätzt schätzt es nicht falsch ein die frage das lohnabstandsgebot was über jahrzehnte in deutschland in der politischen klasse eben wirklich immer nur so diskutiert wurde dass man sagte oh die die eine leistung kriegen die nichts mit lohnarbeit zu tun hat dürfen bloß nicht zu viel kriegen weil sonst der abstand zu den arbeitenden lohnarbeitenden zu gering wird ja das ist über das ist ein selbstverständnis was sich über jahrzehnte aufgebaut hat und dann zu sagen moment mal abstand lässt sich ja auch dadurch herstellen indem man dann die löhne erhöht ich finde das ist naheliegend finde ich ja auch für manche menschen ist dabei sehr fernliegend ich finde sowieso witzig wie das lohnabstandsgebot irgendwie als grundbegriff in deutschland so behandelt wird obwohl das einfach nur so ein ausgedachter keine ahnung ist halt so eine wortschöpfung irgendwie es ist ja nicht so dass das irgendwo steht ja das ist so es geben muss aber gut doch doch wo denn also das ist in der sozialgesetzgebung ich weiß jetzt nein 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 das steht da eben nicht drin es gibt kein lohnabstandsgebot im sinne von dass das mal irgendwo juristisch oder schon behandelt wurde nein der nein 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 der der begriff steht vermutlich nirgendwo drin aber das prinzip das ist dass das leistungsbezogene einkommen höher sein müssen als leistungslose in anstrichen das ist das ist irgendwo definiert oder formuliert ich weiß aber nicht aber das ist eine ist eine sekundäre frage genau und damit schlenken wir mal aufs finale um das es ja hier eigentlich geht denn wir überspringen die kurzmeldung zum thema der bundestag befasst sich damit will sich damit befassen in den ländern regt sich aber widerstand und so weiter die cdu setzt sich da wahrscheinlich durch wir kriegen dann am zehnten das war am freitag war es also im bundestag bundestag hat es beschlossen und hier hören wir mal gröhe wir haben ihn vorhin schon gehört wie er da im bundestag naja ich würde sagen schon so ein bisschen stilsichere asozialität zeigt bis heute verweigern sie jede sachliche debatte über die grundsätzlichen wehfehler ihres gesetzes glauben sie im ernst die arroganz der mehrheit im bundestag erhöht die chancen auf eine mehrheit im bundesrat so glauben sie im ernst das war also am freitag zwei tage zeit für märz die ganze partei darauf einzuschwören dass es im bundesrat dieses veto oder eben nicht durch enthaltung veto durch enthaltung und so weiter geben wird die frage ist nur wie macht es er kann es ja nicht anordnen er regiert ja nicht in den Ländern und so weiter und so fort sondern die cdu muss auf linie gebracht werden und jetzt kommen wir mal zu einem richtigen missbrauch des fernsehens so würde ich es bezeichnen denn die einladungspolitik wir kennen sie ja anne will hat also eine sendung es könnte auch jeder andere sein aber es musste halt ein tag vor bundesrat sein und die frage ist dann wen lädt man ein und man wählt sich das thema bürgergeld muss natürlich jemanden von der opposition einladen fragt also an bei der cdu die schickt denjenigen den sie schicken wollen in dem fall auch auf jeden fall einen neoliberalen ökonom genau carsten linnemann der ja eh gerade in der partei so ein bisschen bekannt ist und und einen neoliberalen ökonom den auch noch genau also wer saß mit drin hüter nee nicht hüter sondern clemens fuß saß mit drin genau der durfte dann nochmal so ganz handzahm so ein bisschen sekundieren aber diese rolle von carsten linnemann wir gucken uns das in zwei clips an war meiner meinung nach ähm allen in der cdu vor allem in den ländern klar zu machen äh ja ihr wisst bescheid wie abzustimmen ist aber wer es gibt nochmal irgendwie in baden-württemberg ein dreher oder so ne hier wird bitte auf linie geblieben ansonsten habt ihr es mit mir zu tun und mit mir meine ich ich bin hier echt geschickt von friedrich merz genau dieses theater jetzt aufzuführen was ich euch jetzt hier aufführe also hat sich carsten linnemann nicht die blöße gegeben hier komplett auf 110 prozent zu gehen es muss ein regelsystem im staat es muss es geben ansonsten verlieren sie die akzeptanz bei den leuten die jeden tag arbeiten gehen schauen sie doch mal hier in berlin die ganzen clans die ganzen clan mitglieder wollen sie weiter mit denen umgehen und sagen im ersten halben jahr ihr könnt das geld abgreifen oder gibt es hier auch eine verantwortung in diesem land das ist der unterschied zwischen ihrer und unserer herangehensweisen wir reden über zweieinhalb millionen erwerbslose menschen in deutschland in diesem system und sie eröffnen schon in den ersten minuten der sendung damit dass sie erstmal nur über leistungsmissbrauch über clans über faule haut und so weiter ich hab nicht zu faule haut gesagt die mehrheit und nicht nur das sondern hier wir gucken es jetzt eine minute 13 gegen ende der sendung mir geht es um die kopplung mir geht es nicht um die erhöhung da hat jeder verständnis gerade im unteren bereich bei den lebensmitteln mir geht es da drum dass sie die menschen vergessen in deutschland die das bezahlen das bürgergeld bezahlen ja nicht wir politiker das zahlen menschen die jeden tag aufstehen arbeiten gehen 40 stunden die zahlen steuern die zahlen beiträge und die zahlen dieses bürgergeld und diese gruppe muss das gefühl haben wir gehen vernünftig mit dem geld um und wenn diese gruppe das gefühl hat mit einem teil gehen wir gut um ein anderer teil muss keine arbeit mehr annehmen muss kein weiterbildungsangebot mehr annehmen keine schulung das ist der fall im ersten halben jahr das wollen sie jetzt gibt es nicht es gibt bei den pflichtverletzungen keine sanktionen im ersten halben jahr bei wiederholten terminversäumnissen gibt es auch dort anteilig abzüge das ist ja stelle ich jetzt klar ja eben haben sie gesagt es gibt da nicht es gibt nur eine sanktion wenn sie erneut nicht zu dem berater kommen zu dem vermittler im jobcenter aber arbeit anzunehmen eine nachschulung zu machen eine umschulung zu machen eine weiterbildung einen integrationskurs einen deutschkurs einen sprachkurs sie können einfach nicht hingehen und kriegen weiterhin das Geld ja also so verdient man sich die Sporen um später dann Wirtschaftsminister oder so oder Kanzler Merz zu werden aber man muss nach so einer Sendung dann auch erstmal drei Bier auf Ex trinken ansonsten darf ich mal was sagen was ihr vermutlich nie wieder aus dem Kopf kriegen würdet Friedrich Merz Friedrich Merz hat drei Kinder davon ein Sohn wenn er einen zweiten Sohn hätte würde der aussehen und sich verhalten und argumentieren wie Carsten Linnemann Linnemann ist sozusagen die jüngere Ausgabe von Merz in Argumentation in Denke in Gestik und mit kompletter Kopfbehaarung das ist der junge Merz ja der Mini Merz Hans wir versuchen ja Lindemann seit vier Jahren für junge Naiv zu bekommen hatte man keine Zeit nennen wir den Podcast heute Mini Merz kommt er auf die Vorschlagsliste ja so ist das die CDU ist eine logene Partei ohne Ende das Schauspiel ist gut aber ich finde man muss in dieser Sendung wenn man als Anne Will feststellt scheiße ich werde meine Sendung wird hier gerade missbraucht würde ich das ansprechen so wie damals wisst ihr noch als Heiko Maas in so einer Sendung saß und hinten so Klacköre und dann auch Ilna war es glaube ich da haben sie auch ihre Leute mitgebracht die und so und dann war aber Stille ab dem Moment ja im Plenum also das war gut das waren die Sprecher das waren die Ministeriumssprecher die da ja genau die dann einfach ja und so hätte man das hier auch machen können gut ich hätte als nächstes den SPD-Konvent aber ich habe auch noch Bürgergeldkram ich fand nochmal gut die Regionalmagaziner haben zum Thema Bürgergeld Betroffene zu Wort kommen lassen einfach nochmal zwei kurze Ausschnitte durch die Inflation und die ganzen Preiserhöhungen reicht das Geld einfach vorne und hinten nicht es müsste wesentlich höher gemacht werden als es sein sollte also die 50 Euro werden vorne und hinten nicht reichen der Hartz-IV-Nachfolger soll das Existenzminimum für Langzeitarbeitslose sichern tatsächlich aber müsste die geplante Erhöhung von knapp 50 Euro eigentlich um nochmal 220 Euro höher ausfallen um wirksam vor Armut zu schützen so die Berechnungen der Paritätischen Forschungsstelle auch Melanie Jülk weiß nicht wie sie auf Dauer über die Runden kommen soll die Preise steigen überall und es wurde nicht nach weiter aufgestockt also es ist ein Witz 50 Euro natürlich besser haben als nichts aber es ist ein Witz einfach ich komme damit nicht mehr klar naja dann war es offenbar kein Witz sondern eine große Tragödie und das was wir jetzt letzten 20 Minuten anhand von Stephans Clips kommentiert haben kommentieren die Betroffenen jetzt mal selbst also die Debatte die Debatte rund ums Bürgergeld halten beide Frauen für unfair was mich auch immer wundert sind die Leute die sich über das Bürgergeld beschweren dass die Sozialhilfeempfänger dann eher zu Hause bleiben faul zu Hause bleiben weil sie mehr Geld bekommen ich finde das ist der falsche Ansatz zu denken es gibt auch viele die arbeiten möchten aber nicht können körperlich oder psychisch hm ähm war das dein Bürgergeldkram dann sollte ich nämlich ähm wir müssen gleich noch Christina Schröder hören Hans erinnere mich dran du weißt um was es da geht gerne gerne jetzt noch mal ein bisschen Medienkritik Hans ich muss mit deinen Bremern meckern ja lass mich eben hier noch was dazu sagen ich bin ja bekanntermaßen großer Fan von regionalen und lokalen Magazinen wenn die einen Sinn haben dann darin dass hier am ersten die Chance ist Menschen die von Veränderungen und Maßnahmen betroffen sind authentisch zu Wort kommen zu lassen das haben wir eben auch erlebt das können die Tagesthemen auch ja ich wollte sagen die könnten die könnten auch die Betroffenen mit der Lüge der Union und AfD kommt rund hier ja es ist leichter in den es ist leichter in den lokalen und regionalen Medien auf jeden Fall booten und bin liebe kollegin die das jetzt hier gleich sagt es finde ich kritisch wenn man die Leute also die H2-Empfänger und Empfängerinnen ironiefrei als Kunden bezeichnet es wird sich einiges ändern für Kundinnen und Kunden im Jobcenter weniger Sanktionen mehr Unterstützung ab 1. Januar nee das ist nicht ironiefrei sondern das ist das ist der offizielle Sprachgebrauch ich würde das in Anführungsstrichen mit ich auch mit sprechen du kannst das nicht das ist doch schon Propaganda diese Jobcenter Kundenscheiße mitzureden wir nennen das Stadion hier nicht auch Deutsche Bankpark sondern das ist halt das Stadion weißt du ja das wobei in den in der Berichterstattung werden werden beide Sachen Synonym verwendet Hauptsache gegendert Hauptsache gegendert ja ja nein also das ist da den offiziellen Sprachgebrauch zu übernehmen finde ich völlig legitim man könnte wenn man es ganz geschickt ja mit Anführungsstrichen man könnte wenn man sagt wenn man sagt die Menschen die von den Institutionen als Kunden bezeichnet werden das kann man sozusagen so machen aber das ist ein lästlicher Fehler also da bin ich weniger dramatisch als du bist so altersmilde Hans der ist lustig weil bei dem Stadion Interview hat Hans darauf hingewiesen dass das immer ja also eine Redaktion die was auf sich hält eine Redaktion die was auf sich hält findet eigene Begriffe hat die in der Schublade unten schicken der Hospitant da kommt kriegt erstmal als erstes die Liste in die Hand gedrückt aber jetzt diese Worte benutzen und dann redet man nicht von Kundinnen sondern naja dann ist mir noch aufgefallen im Mittagsmagazin im ZDF wie die FDP Linie ist in Sachen Bürgergeld also die würden ja wenn sie nicht in der Regierung wären auch dagegen sein aber weil sie den Koalitionsvertrag unterschrieben haben und haben sich darauf geeinigt müssen sie das jetzt verteidigen und wie verteidigen sie das natürlich mit ihrem Narrativ Arbeitsanreize die sollen arbeiten ja wir werden ja die Regelsätze anpassen an die Inflation das ist ein ganz normaler Vorgang und insofern gibt es da Einigkeit zwischen Regierungsfraktion und Opposition aber spannender ist ja der zweite Teil da wo es keine Einigkeit gibt nämlich bei den Arbeitsanreizen denn Frau Meinert ist es doch entscheidend beim Bürgergeld dass es aktiviert am Arbeitsmarkt unterwegs zu sein und eben nicht von Transferleistungen zu leben und all die Dinge die wir da machen bei den Hinzuverdienstgrenzen insbesondere für Auszubildende dass es sich lohnt eine Ausbildung anzufangen obwohl man aus einer bisherigen Hartz-IV-Familie kommt all das lehnt die Union ab und dafür habe ich offen gestanden gar kein Verständnis dass gerade die Arbeitseinreize von der Union abgelehnt werden ist finde ich schon fast schizophren schönes Medienspiel zwischen den beiden die CDU und die FDP sollten mal noch ein bisschen Manege kriegen die Union muss es halt ablehnen um ihre Lügen Narrativ aufrecht zu erhalten dass es ja keine Arbeitsanreize mehr gibt und dann auch wieder lustig die Moderatorin pusht die CDU-Lüge anstatt das deutlich zu machen also die Union sagt zum Beispiel dass die Sanktionsmöglichkeiten nicht mehr so da sind wie früher und dass es sich für Menschen unter Umständen weniger lohnt zu arbeiten weil Geringverdiener kaum mehr hätten als die späteren Bürgergeldbezieher also ist da nicht durchaus vielleicht doch ein Gerechtigkeitsproblem ja also ich das ist hier die Lüge die verbreitet wird stimmt das nicht ne Thilo das ist schon das ist schon das ist Journalismus äh sag mal nicht böse es ist Journalismus wenn in einer politischen Debatte ne äh ein Player mit dieser These ankommt dann halte ich dem anderen Player diese These entgegen ich bin da Team Thilo ja ja gut ich bin Team Journalismus Los Farb ich will Dürr hören ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vor allen Dingen um und nach wie vor gibt es auch Sanktionen dass es da eine sanktionsfreie Zeit gebe ist schlicht falsch und da muss man schon fast von Fake News reden das ist das eine und das zweite ist das Thema Arbeitsanreize deswegen habe ich das vorhin so betont es ist geradezu absurd die Regelsätze zu erhöhen aber darauf zu verzichten die Anreizmechanismen die wir im Bürgergeld haben dass es sich lohnt auch einen Teilzeitjob anzunehmen dass es sich lohnt eine Ausbildung zu starten also dieses neue System des Bürgergeldes dass die Union das annimmt äh ablehnt Entschuldigung Frau Meinert das passt überhaupt gar nicht zu dem Argument dass die Arbeitsanreize aus Sicht der Union das Problem sind und der Ablehnungsgrund für das Bürgergeld nachher insgesamt ja wenn man dies wenn man die Position der Union als Lüge bezeichnet dann hat hier die wirkungsvollste Form der Demontage stattgefunden ja genau das was du was du bei der bei der Moderation vermisst wird durch den so befragten Gast geliefert wollen wir einen Kompromiss finden dass die Moderatorin hätte sagen können die CDU behauptet folgendes anstatt zu sagen die CDU sagt aber so ja allemal wir sind ja ein Kompromiss Podcast Hans ja natürlich dafür sind wir seit 445 Folgen bekannt so jetzt wir sind ja ja auch am Podcast und wir gucken was ist die Medienwirkung ja was kommt bei den Menschen an den Menschen Stefan was überrascht euch jetzt bei dieser Straßenumfrage in Ostdeutschland kann ich nicht das habe ich nicht so richtig verstanden ich habe nur gehört dass es dann Bürgergeld mehr sein soll irgendwie irgendwie ja sonst keine Ahnung was Unterschied sein soll der Unterschied ist dass es beim Bürgergeld 50 Euro mehr gibt und dass die Sanktionen wegfallen sollen und diese Schonvermögen dass das nicht angetastet wird die ersten zwei Jahre glaube ja die Bedürftigkeitsprüfung ist glaube ich eine andere soll sie jedenfalls sein mehr weiß ich dazu aber auch noch nicht der Unterschied ist darin einmal der Name und zum anderen wohl dass das Bürgergeld kaum noch Sanktionen enthält und dass es wohl finanziell etwas höher angesiedelt ist als das Hartz IV also zumindest gibt es mehr Geld sag ich mal die Leute haben höhere Vermögensfreibeträge deswegen wird es den Leuten helfen die quasi ihr ganzes Leben gespart haben und dann aus Gründen die sie vielleicht gar nicht verschuldet haben ins Hartz IV fallen und zumindest haben die die Chance ein bisschen von dem was sie sich ihr ganzes Leben erarbeitet haben halt zu behalten und das ist auch fair ohne Ende fair ohne Ende ist das ohne Ende Gelände geiler O-Ton das ist fair ohne Ende Apropos Regionalmagazin Hans lobt das zu Recht weil wir dann immer wieder stimmen wie diese jetzt hören also das ist ein Stadtteil Kaffeeleiter ich glaube irgendwo in Rheinland-Pfalz und der geht nochmal auf die Meta-Ebene was es eigentlich bedeutet Hartz IV Empfänger zu sein und wie viel Angst man dadurch vom Jobcenter bekommt im Stadtteil Kaffee hilft Stefan Hesping Anwohnern seit 24 Jahren bei verschiedensten Lebensfragen in den meisten Beratungen geht es aber um Grundsicherung und die vielen Auflagen und Formulare vom Amt die Menschen haben eher Angst vor dem Jobcenter und haben Grauen wenn sie da hin müssen sie bekommen ganz viel Post und Briefe die sie nicht verstehen und ich kann es auch verstehen weil die Sprache unserer Sozialbehörden nicht gut ist deshalb sei eine Reform auch dringend erforderlich im Stadtteil Treff Gonsenheim hat Stefan Hesping die Erfahrung gemacht dass Druck ohnehin nichts bringt am Ende von der Sanktionskette steht dass Leute in Verschuldung geraten die Leute fliegen aus ihrer Wohnung raus landen unter der Brücke deshalb sollten wir kein System machen wo wir mit Strafen dafür sorgen dass die Menschen noch weiter runterrutschen und wir dann trotzdem ihnen wieder helfen müssen sondern wir sollten ein System haben und auch kommunizieren was dem Menschen sagt ich stehe an deiner Seite und helfe dir für zwei Jahre soll ihnen auch Sparguthaben bis 60.000 Euro bleiben wenn die Leute sich anmelden beim Jobcenter dann haben die schon keine Eigentumswohnung mehr oder sie haben kein Auto mehr die Anzahl von Fällen wo wir über die wir gerade diskutieren ist so gering weil das keine normale Hartz-IV-Biografie ist und insofern ist diese Debatte einfach überzogen und ein bisschen am Thema vorbei hä aber das verstehe ich nicht der meint ja gerade es gibt wahrscheinlich nicht einen einzigen Einzelfall wo jemand wirklich 150.000 Euro in Bar und dann noch ein Haus hat und dann zum Bürgergeld beantragen geht ich sehe aber nur Diskussion darum aber es könnte sie geben es könnte es könnte sie geben ich bin nochmal dafür wir sollten wirklich über die Alien-Invasion die morgen stattfindet reden sonst haben wir dieses Thema verpasst weißt du das wäre nicht gut da fällt einem immer wieder nur Wolf Biermann ein man kann auch mit traurigen Wahrheiten lügen richtig Wahrheit wird sein dass es einzelne solcher Fälle gibt und zur Lüge wird es dann wenn einzelne mögliche oder tatsächlich existierende Fälle genommen werden und umgedengelt werden zur Behauptung das sei der allgemeine Trend oder die große Gefahr da wird da wird die anekdotische Evidenz mit Tatsachen verwechselt ich habe ein bisschen meine Meinung geändert in Sachen CDU das Hartz IV das Hartz IV jetzt Bürgergeld genannt wird weil ich ich habe es ja auch immer so ein bisschen gesagt naja aus wir nennen Kacke jetzt einfach Scheiße aber das ist Menschen die Hartz IV Empfänger und Empfängerinnen sind tatsächlich was etwas bedeutet dass es nicht mehr Hartz IV heißt wurde mir anhand dieses Clips deutlich es ist kein Grundeinkommen aber es ist zumindest sich weg von Sektionen zu bewegen der erste Schritt es ist eine verhältnismäglich auf die Jahre gesehen ein großer Schritt von einer 50 Euro Erhöhung andere sind sich unschlüssig was sie vom Bürgergeld halten sollen da ja alles mögliche teurer wird 50 Euro jetzt auch nicht gerade viel also ich weiß es nicht die meisten Betroffenen seien wirklich am Ende vielen macht das Bürgergeld nun etwas Hoffnung bei einer Hartz IV Zeit war nicht so eine angenehme Zeit das war allein schon da könnte dieser Bürgergeld vielleicht helfen das soziale Stigma dieses von Hartz IV das war schon sehr belastend also ich bin dafür es gibt kein Feierabend mehr wir nennen jetzt Urlaub bis morgen früh dass die Kaufhalle jetzt Supermarkt heißt finde ich schon gut sollten wir beibehalten sehr wichtig und dass wir Hartz IV jetzt Bürgergeld nennen finde ich astronomisch ja und ich finde da bin ich jetzt bei Thilo ich finde es gar nicht schlecht weil man diese Umbenennung auch definieren kann und sagen wer es umbenennt formuliert damit einen neuen Anspruch und dann beanspruchen wir dass dieser neue Anspruch auch umgesetzt wird ja also nicht nicht zu sagen nicht mit dem Etikett sich zufrieden zu geben sondern man sagt okay wenn ihr diesen neuen Begriff in die Waagschale werft oder an die Tür schreibt dann fordern wir dass dieser Begriff auch dann doch sehr anders inhaltlich ausgefüllt wird als das alte Hartz IV und zwar weit über das hinaus was ihr bislang an Veränderungen macht ansonsten ist kein Bürgergeld ja genau also von daher wenn man einfach nur zu sagen Gottreider heißt jetzt Twix und Hartz IV heißt jetzt Bürgergeld wenn man das so macht finde ich vergibt man sich die Chance daraus einen berechtigten Anspruch zu formulieren gegenüber denen die diese Umbenennung vornehmen ich werde aber es trotzdem weiter Hartz IV nennen falls die CDU sich durchsetzt und es nur eine quasi 50 Euro Erhöhung gibt und ansonsten alles gleich bleibt weil dann musst du weiter von Hartz IV reden wir sollten wir sollten solange sich die Ampel nicht durchsetzt mit dem Bürgergeld vom März 1 reden dann fand ich nochmal gut wir bekommen jetzt eine schöne Gegenüberstellung in einem Beitrag Arbeitgeber Propaganda und dann die sozialwissenschaftliche Realität von Stefan Sell Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA in Rheinland-Pfalz ist dagegen Wir halten das Bürgergeld für das völlig falsche Instrument zum völlig falschen Zeitpunkt weil alle Branchen auch das Gastgewerbe händeringend Mitarbeiter suchen und durch das Bürgergeld einen Anreiz gegeben wird eben nicht in Beschäftigung zu gehen sondern von staatlichen Transferleistungen zu leben Kurze Frage Hans wenn das Gastgewerbe händeringend Mitarbeiter sucht dann könnten sie einfach die Löhne erhöhen und damit vielleicht Anreize setzen dass Leute sich die Arbeit holen Ich habe mich jetzt die ganze Zeit bildsprachlich gefragt ist das Absicht dass er sich die dahingestellt hat und die Schlinge schon selbst um den Hals gelegt hat Ja das ist das ist quasi eine Drohung für Oma Erna wenn das Bürgergeld jetzt kommt dann geht es uns an den Kragen Ja ja eben dann mein Kopf steckt schon in der Schlinge als Gastronom ich kann diese Horrorlöhne nicht mehr zahlen Jetzt haben wir Stefan Sell ganz ganz zu gehen sondern von staatlichen Transferleistungen zu leben Sozialwissenschaftler Professor Sell erklärt dagegen dass sich Arbeit immer lohne selbst wenn jemand weniger als das Existenzminimum verdiene könne er aufstockende Leistungen bekommen und da werde zusätzlich ein Freibetrag von rund 350 Euro gewährt Jeder der Erwerbseinkommen hat stellt sich finanziell besser als jemand der ausschließlich auf Hartz IV oder Bürgergeld Leistungen angewiesen ist das ist Fakt alle anderen Behauptungen oder Zahlen Beispiele sind fehlerhaft oder falsch das eigentliche Problem ist die wirklich teilweise hundsmiserabel schlechte Bezahlung für Erwerbsarbeit in unserem großen Niedriglohnsektor Ist das etwa dieser Gaststättenbereich oder was? Niemals Niemals Der große Niedriglohnsektor Dieser Film war übrigens sehr charmant geschnitten man wähnte sich dauernd in einem Werbeclip für Callcenter Gut Um da mal eine grundsätzliche Kritik von links einzubringen hören wir mal den linken Fraktionscheffe Meg Pom Weil wir grundsätzlich der Auffassung sind dass man die Sanktionen in Gänze streichen sollte Das wird auch mit dem Bürgergeld der Ampel so nicht passieren Und weil wir der Auffassung sind dass die Regelsätze einer grundsätzlichen Überarbeitung bedürfen und auch das wird nach allem was man bisher weiß nicht stattfinden Was will man in einer Ampelregierung erwarten Dann Hans jetzt hast du kurz die Aufgabe weil wir waren ja zweieinhalb Wochen weg Stefan kurz über die Frau die wir jetzt hören ein bisschen was zu erzählen was du mit ihr erlebt hast Stefan das ist jetzt die grüne Fraktionsvizechefin in mcpom landtag anne schäppli bündnis 90 die grünen sehen das völlig anders sie halten die von csu cdu begonnene diskussion über sinn und unsinn des bürgergeldes für nicht sozial die cdu muss dringend ihre blockade haltung lösen wir haben in den letzten wochen viel gesehen von fake news bis verleumdungskampagnen es kann einfach nicht sein dass dieser parteipolitische kampf den die cdu da austrägt auf dem rücken unserer ärmsten in der gesellschaft ausgetragen wird deswegen mein appell an die cdu wenden sie sich sozusagen den menschen zu die hier helfen wollen und hören sie auf diese wichtige reform zu blockieren erinnert sich noch also das war eine der absurdesten interviews die ich geführt ab Stefan fandest du ich fand ich fand es nicht so absurd der war lustig sie war glaube ich sie war Spitzenkandidatin der grünen im landtag im landtags wahlkampf sie war ein jahr vorher glaube ich gerade erst in die grünen eingetreten wurde dann gleich Spitzenkandidatin kommt aus der pr und es war erfrischend anders also jetzt wo ich sie hier so sah eine sekunde lang hätte ich echt gedacht wenn die kamera nur eine sekunde länger drauf geblieben wäre hätte sie sich nochmal reingedreht und gesagt wo es ihr mantel zu kaufen gibt das passende ja sie ist eine massenmedial erfahrene offensichtlich Person und wenn sie es noch schafft sich politische Inhalte intensiver anzueignen dann macht sie den Job vielleicht gar nicht schlecht also diese Nominierung zur Spitzenkandidatin nach nur einem Jahr Parteimitgliedschaft das war glaube ich bei den Meck-Pom-Grünen eine Investition in die Zukunft vielleicht auch Mangelsalternative aber angesichts der Tiefe und Raffinesse der inhaltlichen Themen die wir bisher im Fernsehen so dargeboten bekommen scheint das ja nicht sehr schwer zu sein sich diesen kleinen Rucksack auch noch aufzusetzen ach ja ich brauche ja Themen das lustige im Interview war also sobald wir an irgendeinen See vorbeigekommen sind wo Eis drauf war musste ich sie noch nicht mal rauf setzen sondern sie selber aufs Eis gegangen und hat sich dann da mutig gedreht und ist ausgerutscht so jetzt für alle für alle HörerInnen die hier nur den Podcast hören und nicht das Video ihr dürft jetzt mal raten Stefan und Hans werden es gleich sehen aber ihr dürft jetzt mal raten hört ihr jetzt eine CDU-Stimme zum Bürgergeld ohne eine AfD Stimme nein die CDU hat recht sagt die AfD Landtag von Mecklenburg Vorpommern oh schwierig Geld schafft nach unserem Dafürhalten wenig Anreize um aus der Bedürftigkeit herauszukommen zusätzlich sorgt es nach unserem Dafürhalten für Ungerechtigkeit gerade bei den Menschen die im Niedrig- bzw. Billiglohnsektor arbeiten für die lohnt es sich dann am Ende des Tages nicht mehr einer Arbeit nachzugehen wenn am Ende dann nur 50 oder 100 Euro mehr im Portemonnaie sind oder wenn ich durch die weiten Fahrtwege wie es in Mecklenburg Vorpommern habe mehr an Spritkosten verfahren würde als das am Ende in meinem Portemonnaie übrig bleibt dann kann ich mir auch überlegen zu Hause zu bleiben Bürgergeld Empfänger zu werden also jetzt mal ganz ernst wie wäre es wenn die SPD jetzt einfach sagt Leute Bürgergeld wir laden euch wir laden den Abstandsgebot bitte regeln es heißt nicht Armuts Abstandsgebot das heißt Lohn Abstandsgebot damit ist auch der Haken kognitiv gesetzt wo jetzt politisch anzusetzen ist ich frage mal was der Kanzler zu deinem Vorschlag sagt ich kann es ganz kurz machen ich bin mit ihrer Rede zu 99 Prozent einverstanden siehste Kanzler ist einverstanden ja auch semantisch Lohn muss sich lohnen soll doch die CDU ihren Lohn muss sich lohnen Lohnabstandsgebot weitergehen und sagen liebe Unternehmer ihr müsst an den Löhnen schrauben heißt natürlich dann auch es wird dann auch für die Kunden etwas teurer also uns kaufenden Kunden und so aber nicht zwingend genau die Margen sind ja durchaus da so kommen wir zu Christina Schröder kurz oder um es abzuschließen also also Christina Schröder ich dachte du wolltest SPD konvert und Christina Schröder genau wir schließen nur kurz ab Christina Schröder den Bürgergeld und so weiter denn es gab eine Veranstaltung Denkfabrik 21 ich weiß nicht genau warum man es nicht nur Denkfabrik nennen kann oder warum überhaupt Denkfabrik warum Denkfabrik R21 nein nein es heißt es ist eine Denkfabrik und der Titel oder der Name des Unternehmens ist R21 wie Republik 21 Rassisten es ist mir alles schon zu kompliziert wir kommen nachher darauf zu sprechen ich will nur diesen einen Clip vorziehen denn was ihr alle nicht wusstet und ich auch nicht es gibt keine Armut in Deutschland also zum Beispiel an eins erinnere ich mich immer noch so wie wir im Kabinett sitzt mal so im schwarzen Frühstück zusammen und es ging darum dass jetzt der Armutsbegriff der eben Armut misst als 60% des Durchschnittseinkommens vereinfacht ausgedrückt dass dieser Armutsbegriff nun quasi europaweit als der entscheidende Armutsbegriff festgeschrieben wäre da habe ich gesagt aber wenn wir diesen Armutsbegriff der misst ja gar nicht Armut der misst Ungleichheit und bei diesem Armutsbegriff können wir argumentativ eigentlich immer nur mit dem Rücken zur Wand stehen also wir haben kein Problem mit Geschwindigkeit auf der Autobahn Tempolimit und so weil es ist ja Fortbewegung versteht ihr das ist ja nicht Tempo kannst ja kein Tempolimit machen wenn du eigentlich die Fortbewegungsgeschwindigkeit begrenzen willst ist doch Quatsch ist ja Quatschpolitik immer für ein Lacher gut sie ist ich weiß gar nicht in welcher Rolle sie wird immer noch eingeladen für die CDU sie war mal mehr keine Ahnung sie ist doch Weltkolumnistin also sie ist sie ist da in der Rolle der Vizepräsidentin dieser Denkfabrik wir sind auch alle Vizepräsidenten oder Vizepräsident Hans ja aber wir sind ja wir sind ja keine Denkfabrik sondern wir sind eine wir sind eine Denkmanufaktur und euch ist nicht auf Denkmanufaktur komm wir leveln uns ein bisschen ab ok euch ist nicht aufgefallen wo die ehemalige Ministerin sachlich einfach falsch lag wenn ich mich nicht irre Monen wie hat sie denn Armut definiert ja gar nicht in Armutsbegriff nein 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 mit den 60% Median eben eben nicht Median sie hat gesagt Armut werde definiert als 60% vom Durchschnittseinkommen hat sie gesagt hat sie gesagt ah ja das ist falsch das ist falsch weil es ist nicht Durchschnittseinkommen sondern mittleres Einkommen und das ist eine völlig andere Kategorie und dass eine ehemalige Ministerin diese Begriffe wenn sie sich mit der Materie beschäftigt diese Begriffe nicht auseinanderhalten kann das spricht dann auch nicht für die geistige Durchdringung in dem Falle würde ich sagen war sie Ministerin für Gedöns und hat es ernst genommen gut der SPD Konvent ist eine keine Ahnung Veranstaltung die nun mal so stattfindet wo der Kanzler mittlerweile auch vorbeikommt denn die SPD stellt ja den Kanzler Abut moderiert die SPD redet an diesem Wochenende in Berlin über alles von Krieg bis Klima und nennt das Debattenkonvent dabei geht es um den Schutz des Planeten und die Proteste gegen zu lasche Politik die diese Woche auch die SPD Zentrale erreichten ja die SPD Zentrale jemand hat Tomatensuppe auf den SPD Würfel nein das ist Farbe ist wahrscheinlich schwer abzumachen keine Ahnung der Regen wird es nicht leisten naja die SPD trifft sich jedenfalls zu ihrem Konvent und jetzt und das fand ich sehr amüsant Saskia Weber kennt ihr sie nein niemand kennt sie denn sie ist eine Ortsvorsitzende in irgendwo Berlin und sie kommt hier mal mit einem Anspruch und jetzt hast du ja vorhin gesagt Hans in der lokalen Berichterstattung oder regionalen kann man ja so ein bisschen die Probleme der einfachen Leute und so weiter weil das ist da besser unterzubringen als irgendwie in der Bundesliga Thematisierung der Tagesthemen in dem Falle sind es die Tagesthemen und wir hören eine Ortsvorsitzende mit einem Anspruch von dem wir sagen das ist nicht nur legitim sondern auch gut Saskia Weber ist SPD-Ortsvereinsvorsitzende in der Rosenthaler Vorstadt das ist in Berlin-Mitte auf dem SPD-Debattenkonvent will sie heute die Chance nutzen dem Kanzler eine Frage zu stellen Wir führen natürlich die Debatten vor Ort mit großen Aufmann-Mitgliedern aber das ist eben auch genauso wichtig dass wir das hier hochspielen können und direkt mit unseren Parteivorsitzenden mit dem Bundeskanzler in Kontakt kommen können und spiegeln können was eben in der Basis wichtig ist und was uns bewegt So ihr habt zugehört sie weiß sie hat ein Thema einen Schuss und sie möchte gerne ihre Themen hochspielen aus ihrem Ortsverband zum Bundeskanzler wir merken uns das im Hintergrund Eine Frage Sie darf auch keine Nachfrage stellen Wahrscheinlich nicht Sie ist eingeladen ist da vor Ort und sie weiß Eine Frage Ich stelle mir das mal wieder beim Bürgerfest beim Bundesfinanzministerium im Sommer da gibt es dann auch so 100 Leute die um Linden herumstehen und erinnern so ja ihr dürft alles fragen und dann stellen sie ihre Frage und dann wird das Mikro sofort weggenommen damit es bloß keine Diskussion oder eine Nachfrage gibt Genau Jenny kann davon Geschichten erzählen Genau Wir behalten das aber im Hinterkopf denn wir hören ihre Frage jetzt noch nicht wir müssen uns erst warm hören wie läuft denn die Veranstaltung und so ich würde sagen es ist ein großer Themenfriedhof jeder darf noch mal fragen zum Beispiel zum Tempolimit und immer wieder zum Klimaschutz Ich bin Finn aus Berlin und meine Frage ist warum wir das Das ist wie bestellt für die Tagesthemen Ich bin Finn aus Berlin ich bin 8 Jahre alt Juso Juso Vorsitzender Berlin wahrscheinlich Ich bin mini mini Juso Tempolimit noch nicht umgesetzt haben weil es würde CO2 einsparen Menschenleben würden dadurch geschützt und Menschen würden nicht sterben und es wäre kostenlos Jawohl Diese Forderung steht ja in den Beschlüssen der SPD und auch in unserem Wahlprogramm wir haben keine Gesetzgebungsmehrheit zustande gebracht Übrigens wäre das Tempolimit nicht kostenlos wenn die ganzen CEOs demnächst drei Minuten später am Headquarter ankommen kostet das Geld Ja und die ganzen Schilder kosten auch Geld Ja Das war übrigens die Bewerbung eine geschickte Bewerbung als Kinderreporter bei der ARND Ich glaube auch Wir werden ihn wiedersehen Der hat als Juso Vorsitzender in Berlin Mitte eine Menge zu tun Es werden die großen Themen behandelt Du kennst das Eintrittsalter für die Jusos 8 8 Jo Es ist eine Nachwuchsorganisation Ja Werd erstmal doppelt so alt bis du immer noch nicht wählen darfst ist dann die Botschaft und dann bist du raus Also große Themen Tempolimit haben wir schon gehört Nächstes Thema Tomatensauce Es kommt auch die Frage auf wie der Kanzler zu den Klimaprotestaktionen der sogenannten letzten Generation steht Uiuiui Ich gebe gerne zu dass ich das nicht gut finde wenn jetzt Kunstwerke irgendwie bemalt oder mit Brei beworfen werden Das ist so irre dass wir eine Klima-RAF-Diskussion von der CDU CSU bekommen während wir gleichzeitig faktisch darüber reden dass Tomatensauce in einem Museum ausgekippt wird und der Kanzler danach sagt das finde ich jetzt nicht gut Naja noch weniger gut finde ich es dass er sagt das war ja der Wortlaut ich finde es jetzt nicht gut wenn Kunstwerke bemalt werden dann gäbe es dann gäbe es viele Kunstwerke nicht Stimmt denn üblicherweise das Wesen der Malerei ist dass Leinwand bemalt wird Naja mittlerweile geht man auch manchmal in so Ateliers also was heißt Atelier eine Schauausstellung und dann hängt wirklich nur einfarbiges Zeug wo man sagt fehlt da die Farbe noch oder ist das schon fertig das hat eine hundertjährige Tradition Kasimir Malevich das war mal wirklich große Kunst wir können froh sein dass wir einen SPD-Kanzler haben der sich so vorsichtig äußert hätten wir jetzt einen CDU-Kanzler würde ja von Terrorismus reden und fordern I have two words for you Predator drones ich glaube Merz hätte sich vorbereitet als Kanzler und dann hätte ich gesagt wie hätten sie es denn gefunden und dann hätte er eine Tomatensauce voll drauf gehauen auf den Typen so Scholz hätte eine Tomatensuppe mitbringen müssen auf die Bühne und dann quasi an das SPD-Ding schmeißen müssen wie finden sie es denn jetzt wo sie es gemacht haben ist es natürlich große Kunst Herr Scholz das ist Kunst das sieht schick aus das lassen wir so kann das mal bitte jemand in Glas einhüllen damit es nicht kaputt geht die Ortsvorsitzende Saskia Weber hören wir jetzt wir wissen noch ist ja erst drei Minuten her Ortsverband ihre Themen nein nein es ist weder Ortsvorsitzende noch Ortsverband sondern bei der SPD heißt es Ortsverein Ortsvereins Vorsitzeststandige die SPD hat eine Vereinsstruktur ja sehr gut es ist im Grunde sind alle Parteien Vereine darum bist du hier Hans darum bist du gleich ganz gut sie möchten jedenfalls jetzt durch die Hierarchie ihrer Vereins- und Verbandsstruktur e.V. ihre Themen und sie weiß sie hat nur einen Schuss nach oben spielen wir hören jetzt ihren Versuch auch Saskia Weber kann ihre Frage stellen es geht um die aus ihrer Sicht gespaltene Gesellschaft was ist eigentlich unsere Antwort auf zum Beispiel eine März-CDU die so eine Spaltung noch weiter vorantreibt weil das unsichere Zeiten sind sind die Fragen groß und das Schlimmste was man machen kann ist in dieser Situation nur zu reden und nicht zu handeln mit seinen Taten will Scholz die Bürgerinnen und Bürger also überzeugen ey das ist liebe Saskia wie heißt die Saskia Saskia Weber fragt nach der März-CDU schwache Frage weil sehr offen und einfach nur so ein damit kann Scholz alles machen und weiß okay die Kameras sind gerade drauf das ist eine gute Gelegenheit immer zu schießen es ist wahnsinnig dumm so verschenkt ich verstehe das gar nicht nun gut Wortspende Saskia Weber kleine Nachlese nach ihrem Auftakt aber ich habe mich mit dem SPD-Konferd gar nicht beschäftigt haben die sich auch an der SPD-Politik abgearbeitet im Sinne von was machen wir eigentlich für eine Scheiß das hören wir gleich das hören wir gleich der Journalismus hat uns da eine eigene Meinung gleich vorbereitet wir hören nochmal kurz Saskia Weber die eine kurze Nachlese zu ihrem Einfragen Schuss macht Saskia Weber erwartet genau das von ihm dass er in der Regierung diese Themen Klimapolitik Digitalisierung aber auch ganz aktuell die Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger weiter vorantreibt hätte man ja mal danach fahren können oder Entlastung und so oder Bürger und Klimaschutz an ein März CDU Gut Finale in dieser Berichterstattung vielleicht Hans Hans kann es sein Hans dass die ARD die Saskia begleitet hat auf dem Konvent einfach so ein paar Tipps gegeben hat Weißt du was uns gefallen würde wenn du ihn einfach nochmal zu Horserace fragst frag doch nochmal zum März Ne das das halte ich für ganz unwahrscheinlich es ist natürlich so dass der eine rhetorische Frage ja nein es ist so dass der Reporter sozusagen entweder losgeschickt wurde mit dem Auftrag personalisier das Thema mal finde mal eine Hauptperson so und hat er sich umgeguckt wer wäre denn hier vielleicht geeignet Kamera und Bildschirm geeignet Wozu fragst du Ach Inhalt Ne Wozu fragst du Ach Inhalt Ne März Sehr gut Und dann ist er eben auf Saskia Weber gestoßen jetzt ich weiß ja nicht welche Fragen sonst noch so gestellt wurden was die Alternativen gewesen wären ähm ja so ein Beitrag läuft dann so wie er läuft wenn man sich dann auf eine Person als Hauptfigur dramaturgisch für den Beitrag festgelegt hat Sie zeigen ja uns auch nicht mehr was Männer da fragen wir marginalisierten an den Rand gedrückten nur noch Kinder nur noch Frauen ja ja so ist es wir hören hier mal einen Autor von Klingbeil auf der Bühne und wir hören raus wurde er richtig gegrillt oder nicht so viel Zuneigung wie heute hat Scholz trotz kritischer Fragen wohl selten von seiner SPD bekommen die Partei steht offenbar fest hinter ihrem Kanzler ja ich musste nochmal kurz die Schlange die Selfie Schlange zeigen jetzt da stehen sie fest hinter ihm genau da stehen sie ganz fest hinter ihm jetzt kommt Klingbeil auf der Bühne ihm wurde anscheinend richtig Feuer gemacht er muss sich hier richtig erklären wir sind eine Partei die gerade in den Zeiten der Krisen der Unsicherheit des Umbruchs auch in Deutschland die sehr darauf achtet dass das Land zusammengehalten wird und dass die dass das soziale Miteinander dass das in Deutschland nicht verloren geht es geht um die Zukunft sozialdemokratischer Politik wie wollen die Genossen mit Klima Digitalisierung und demografischen Wandel umgehen ja wie denn also seid ihr jetzt da um uns zu sagen dass sie darüber reden oder um uns zu zeigen was sie sagen also in der Sicht sehr wer weiß allerdings wie hält man zusammen indem man sich öffnet dafür gehen sie hier einen neuen Weg erstmals dürfen auch Nichtmitglieder mitdiskutieren was ja wie sie reden jetzt auch mit Laien und das sind doch die SPD Mitglieder Satanisten und jetzt schwenken wir so langsam ein ins Finale wie ist jetzt die Stimmung so guck mal im Hintergrund da hinten jetzt weiß ich wo sich die Scholz-Fans getroffen haben bei der Fanmeile was hinten links ach da ich hab gerade auf den Mann der ganz zentral hinten im Bild sitzt da ist wieder so ein ausgestoßener mit dem will da keiner mehr reden alte dicke weise Männer wir machen hier nur Klimaschutz mit Kindern und Frauen wir treffen uns mit Scholz in der Fanmeile im Vollgutlager ja genau steht da ja und hinten der einsame also wie ist jetzt die Stimmung das ist dieselbe Werbeagentur die in Berlin die Müllabfuhr und 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 das ist gelebt Solidarität ja natürlich so Bericht also wie ist die Stimmung worum ging es dort eineinhalb Stunden hätten Mitglieder wie Gäste Zeit gehabt dem Kanzler auf den Zahn zu fühlen tatsächlich wird es zeitweise eher eine Ehrerbietung ja hallo Johannes Jusos Friedrichshain-Kreuzberg jawohl in erster Linie vielen Dank für deine Arbeit finde ich so thank you for your service erstmal wollte ich auch auch ich noch sagen dass du eine wirklich super Arbeit als Bundeskanzler machst boah kann man auch mal applaudieren ja da kann man doch auch mal applaudieren siehst du die Männer werden hier nur noch als Lakaien irgendwie gezeigt das ist auch was soll das repräsentieren für wen steht das gab es irgendjemand der gesagt hat ja ich wollte nur mal sagen Cum-Ex äh warte mal Cum-Ex nein 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 Olaf also der Cum-Ex Olaf steht hier auf der Bühne und rettet die Welt für uns alle und selbst mit hochumstrittenen Themen wie seiner Reise nach China punktet Scholz bei den Genossen alleine weil es gelungen ist dass sowohl die chinesische Regierung der Präsident als auch ich dort erklären konnte es dürfen keine Atomwaffen in diesem Krieg eingesetzt werden alleine dafür hat sich die ganze Reise gelohnt weil er Xi davon überzeugt hat Xi war vorher unschlüssig wir sind ja immer der Meinung es sind so ganz aufgeregte Zeiten und es ist bestimmt voll scheiße jetzt Kanzler zu sein überleg mal wie viele Themen und so weiter aber noch nie konnten ein Kanzler so gut ach ich hab da irgendwie 30 Milliarden aus der Steuerkasse worden geklaut ich bin so ein bisschen mitschuld egal ich hab den Weltkrieg verhindert ja ich hab Atomwaffen im Bunker gelassen stimmt bitte Applaus jetzt in der Ansicht Krise muss auch Spaß machen ihr habt gesehen wie Thomas de Maizière sich im Bundestag verabschiedet hat bei Lanz wo er meinte also Krise muss auch Spaß machen als Politik sonst hat es alles keinen Sinn das Interessante bei diesem Event ist ja dass Scholz nicht seine Genossinnen und Genossen zum Applaudieren drängen musste sie wollten es ja es war ein das zeigt sich gerade in der Reaktion jetzt hier auf seinen Satz es war ein ganz großes Bedürfnis da solche Events sind Formen der Selbstvergewisserung an denen der SPD-Funktionärskörper das war es ja im Wesentlichen ein großes Bedürfnis hat und das hat Scholz relativ geschickt auch ausgenutzt wie er da so steht in diesem Bild übrigens hat ein bisschen was Engelhaftes als wenn er zwei große rote Engelsflügel hätte das stimmt ich habe eher in Beerdigung gedacht nee nee das ist St. Olaf er selbst ja also Krise muss auch Spaß machen folgende Zitat dazu das ist gut für unser Land so eine Haltung wollte ich nur festhalten lange nicht mehr ihr habt ja den Mahlkampf damals verfolgt ich habe mich ja mit Wolfgang sehr drüber lustig gemacht du hast irgendwie SPD-Veranstaltungen die im Internet weil Corona nur online stattfanden und dann gab es irgendwie das außenpolitische Treffen mit wem auch immer und dann haben das irgendwie 17 Leute in den ersten zwei Wochen gesehen wie Olaf dann 90 Minuten sich einen abgestrampelt hat und so und nur weil er jetzt Kanzler ist und so es ist so ein Wechsel in dieser das kann er selber gar nicht ganz richtig glauben irgendwie so erstaunlich wie sehr wir uns alle nur dafür interessieren was Olaf zu sagen hat weil er Kanzler ist und er kann uns auch alles erzählen er hat die Atomwaffeneinsätze verhindert nur eine Frage weil es ein SPD-Konvent war was ist denn mit den Parteivorsitzenden gewesen Esken und Klingbeil wurden die dann kritisiert von ihrer Basis? wir hören mal den finalen Clip im Heute-Journal und dann ziehen wir so unsere Schlüsse draus die SPD heute ist nicht mehr die Trauerkloß-SPD von 2018, 2019 die SPD von heute hat eine Bundestagswahl gewonnen stellt den Kanzler die Hälfte der Ministerpräsidenten und arbeitet hier an einem Zukunftsprogramm da muss ich doch hier nicht wie ein Schluck Wasser rumlaufen fast ein Viertel der Bundestagsabgeordneten der SPD sind Jusos jahrzehntelang waren die der Stachel im Fleisch der SPD auch das vorbei es muss ein klares Gerechtigkeitsprofil der SPD geben wenn das der Fall ist dann sind wir auch als Jusos zufrieden am Ende heißt es dann noch Schlange stehen für ein Selfie mit Olaf Scholz die SPD ist auf dem besten Wege ein Kanzlerwahlverein zu werden Zusammenfassung toller Nachmittag der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat so ist es da war übrigens noch eine Bewerbungsrede nicht nur die um den Kinderreporter sondern da haben wir gerade eben noch eine Bewerbungsrede gehört ist euch aufgefallen? nein mein Name ist Kevin Kühnert und ich möchte selbst mal SPD-Vorsitzender und auch Kanzler werden ja wahrscheinlich würdest du ihm das echt unterstellen dass der mal ein Chef der Partei werden will er ist ja ganz clever nein niemals niemals ganz schön clever niemals das war die SPD wollen wir auf die Tribüne? Tribüne Moment ja ich aktiviere den Tribüneneingangsbereich warte das klappt nur mit Passwort aber dann wissen wir wer alles auf der Tribüne sitzt bin gespannt ye are many they are few willkommen im 1% Club es waren so 45 Euro über den Schnitt bereut? na überhaupt nicht wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren also wir haben null von niemandem was bedeutet ich glaube wir sollten den Podcast aufhören ich weiß nicht woran es mangelte irgendwie wusste niemand Bescheid oder was haben sie die Bankverbindung vergessen oder Paypal verloren ja Leute das geht so nicht so geht es nicht ja Hans kannst du das erklären? nein wir müssen nicht auf Hans versorgen berührt ey das kann doch nicht sein also so schwach war der 1% Club noch nie oder? ja was ist hier los? raus aus dieser dürre Wüste also wenn das so weiter geht Leute ich schwöre es so wahr mir Gott helfe und außerdem wir schaffen das schaffen das schaffen das wir schaffen das schaffen das schaffen das ja habt ihr Lust auf Ossis? immer Lust immerhin war ja 9. November ich weiß selber nicht mehr genau was sich hinter diesen Clips verbirgt sie sind ja immerhin schon drei Tage alt das war eine Punkt Jelinek hat moderiert zu Montagsdemos steigende Energierechnungen und Lebensmittelpreise vermurkste Corona-Regeln Wirtschaftssanktionen gegen Russland mehr Flüchtlinge die Gründe warum Menschen besonders im Osten Deutschlands wieder montags auf die Straße gehen sind vielfältig Extremisten von rechts schwafeln schon länger von Diktatur und versuchen die Proteste für sich zu nutzen nach dem Motto wir im Osten wir im Osten sind aufmüpfiger weniger Mainstream ticken anders wir im Osten sind vielleicht grundlegend geerdeter wird gleich ein Künstler im nächsten Bericht sagen auf jeden Fall sind die im Osten viel mehr als Wutbürger und Montagsdemonstranten ich erinnere mich ich war am siebten wo das hier lief in Erfurt bin abends rumgelaufen über den Anger kam ich wo die Montagsdemo startete ich habe mich erst gefragt was ist denn hier los so viele alte Leute ist ja unglaublich und dann ach ja Montagsdemonstration ich habe sie also mal gesehen und es gab keine Gegendemo weil es hat echt niemanden interessiert die Leute sind shoppen gegangen und Oma und Opa standen draußen haben Montagsdemo gemacht und interessanterweise die Leute haben sich selber nicht für ihre Montagsdemo interessiert die haben die standen so weit auseinander so richtig so ich habe eigentlich ein bisschen Distanz ich mag nur die Regierung nicht ich verbrüte mich aber nicht gleich mit diesen die hier rumstehen ja es war so ein ganz komisches ein Kilometer langes Ding obwohl es nur 300 Leute waren also wer weiß gucken wir doch in diesen Bericht kurz rein es sind nur zwei Clips hier taucht irgendwie so ein Bäcker auf es ist ein Dinkelstollen den Bäcker Paul und sein Vater Wolfgang Sipke aus dem Burgkeller holen eine ganz neue Sorte das andere Oste ist muss man die Stollen riechen wie beim Wein Verkostung auf der thüringischen Runneburg Paul ist 25 schon als Kind stand er in der Backstube jetzt ist er selbst Bäckermeister und Content Creator für seinen Follower im Netz und wenn man sich heutzutage nicht irgendwo darstellt wer nicht wirbt der stirbt das ist einfach so dem Osten geht's gut immer diese Beschwerden aber sie kommen auch auf diesen Künstler zu sprechen der Firmenwagen Pauls Idee bewusst ein Stück Heimat und Erinnerung in Erfurt hat der Künstler Marc Jung sein Atelier er ist 85 hier geboren reist viel um die Welt doch wo er herkommt da sieht der 37-Jährige auf seine Identität ich würde schon immer noch sagen ich bin trotzdem noch Ostdeutscher und ich glaube auch wenn ich jetzt andere treffe wir haben dann auch schon nochmal einen anderen Humor oder einen anderen irgendwie Lebensstil einfach irgendwie so ein bisschen grundlegend geerdeter aufgewachsen im Erfurter Plattenbau eine Jugend als Ringer in der Hip-Hop-Szene in den 90ern geprägt von Brüchen und Unsicherheit das politische Geschehen hält der Künstler in Bildern fest seine Botschaft ich bin ja einmal in so eine Demo-Situation geraten da war dann alles voll von Höcke-Demonstranten und da ganz andere Seite war dann voll von den Gegendemonstranten da ist dann auch ein Bild draus entstanden damals ich finde es halt erstaunlich wie man mit der ganzen Geschichte wieder so zündeln kann und aus der ganzen Sache nichts gelernt hat in der Bäckerei Sübke in Sömerdar beschäftigen sie heute 60 Mitarbeiter suchen immer Fachkräfte das Image des Ostens treibt Paul um das ärgert mich schon weil wenn man jetzt zum Beispiel mal an Dresden denkt dann denkt man immer als erstes auch an diese Pegida-Demos die es da damals gab und für mich ist Dresden eine absolut schöne Stadt tja was soll ich sagen langweiligste Ossi-Berichterstattung mittlerweile überhaupt wenn ich an Dresden denke Herr Budin wir als Dresdner schätzen Sie sehr kommen Sie nach Dresden und freuen Sie hier auf von ganz Deutschland ganz neue Würze in diesem Klipp Hans du bist Kunstkenner du hast jetzt gerade die Kunst von Marc Marc Jung gesehen was hältst du davon? dazu möchte ich mich nicht äußern what? das ist doch super geiles Zeug guck doch mal hier ich bitte dich dich zu äußern guck mal das ist ein Pegida-Bild ich find's geil ganz ehrlich jetzt meine ich das ist wirklich das sieht cool aus ja das ist also wirklich Kunst hat und hat sehr viel mit der Rezeption des Betrachters und der Betrachterin zu tun und da hat jeder sein eigenes Verhältnis dazu ich kenne den zu wenig und ich kann hier gar keine Schnellanalyse abgeben sorry du bist ja ganz Hans genau das erwarten wir von dir ja du bist ja schon der List Hans ja dann man kann auch von mir erwarten dass ich Erwartungen nicht entspreche also findest du es nicht gut das hab ich nicht gesagt also Hans du bist für mich jeder Kunstprofessor Professor Jessen erläutern Professor Jessen Professor Jessen erläutern und dann will er nicht erläutern nein es ist eine es ist eine Form von von Kunst die sich an Streetart und an Sprayart orientiert inwiefern da tatsächlich ein eigener eine eigene Aussage dahinter steckt das kann ich überhaupt nicht beurteilen wenn ich den Künstler nicht kenne wenn ich nur so ein paar Sekunden zwei oder drei Bilder von ihm sehe das kann ich nicht das kann ich nicht gut gut langweilig Hans Marc hat sich so viel Arbeit gemacht damit ja aber doch nicht für mich speziell ja aber was denkst du denn dazu müsste ich mich kann mich nur wiederholen länger damit auseinandersetzen das gilt das gilt für alle Kunst mit der ich mich in der Tat seit ein paar Jahren beschäftige es gibt da nie die Sekundenreaktion auf irgendwas ja dann pass auf Hans kann es sein dass hinter dir also von mir aus rechts ein Jung hängt wie findest du die denn ähm hinter mir hängt ein Bild das ist nicht von Marc Jung gut ich hab noch eine andere jetzt wo wir so tiefgründig und ausschweifend über Kunst und unser Geschmacksurteil reden hier noch ein kleiner Clip hallo zu den Tagesthemen hallo und einen wunderschönen guten Abend und für den Sport ist heute Okabellus schönen guten Abend auch von mir gleich gibt es Tore aus der Fußball-Bundesliga wieder Bundesliga Schauen wir am Anfang in die Ukraine wo aus einem Kunstwerk Realität wird in der zerstörten Stadt Borodyanka nahe Kiew ist jetzt ein Bild entdeckt worden von einem kleinen Jungen der beim Judo einen Mann aufs Kreuz legt gemalt wahrscheinlich vom bekannten britischen Streetart Stadtkünstler Banksy vielleicht eine Anspielung auf Putin der sich gerne mit schwarzem Gürtel zeigt jetzt aber in Kherson von der ukrainischen Armee auf die Matte geschickt wurde so wir haben hier eine Sendungseröffnung weil eventuell es könnte sein es ist nicht unwahrscheinlich dass es Banksy ist so jetzt haben wir das Problem niemand kennt Banksy wenn wir jetzt Hans fragen wie findest du das Bild sagt er ich kenn den Künstler nicht so gut Hans mag das Werk ich mag es auch ja bevor ich bevor ich dazu was sage wir hatten ja am Anfang über diese Einstellung geredet wo die Kamera da so schräg an ihr vorbeizielte ist eigentlich Stefan wenn du das hättest weiterlaufen lassen den Clip wäre dann auch von der Blauwand hinten ein solches Bild eingeblendet worden weil wenn das passiert wäre dann würde ich meine Kritik vom Anfang sofort zurücknehmen weil dann macht es Sinn das war ja hier die gleiche Kamerafahrt und die ist drauf zugefahren hat die Moderatorin am Rand eingesetzt weil dann eben aus der Blauwand ein anderes Bild kam wenn das die Absicht gewesen ist dann macht es völligen Sinn ich hatte ja gedacht du kennst diese Nischensendung Tagesthemen so ein bisschen aus eigener Anschauung und weißt wie die Kamera so feiert und wo Bilder auftauchen ja natürlich aber wenn wenn sozusagen eine Einstellung abgeschnitten wird ohne dass sie zu Ende gezeigt wird dann gehe ich davon aus es kam nichts hinterher Fehler meinerseits ab sofort gucken wir keine Clips mehr nur noch ganze Sendungen Nö nur Clipsy dann auch die entscheidenden fünf Sekunden das stimmt nicht vergessen das stimmt okay also wenn es in diesem Fall um das zu sagen diese diese Kamerafahrt die Zufahrt die auf einmal die Moderatorin links an den Rand setzt und dann aus der Blauwand ein eigenes Bild rauskommen lässt das macht Sinn das kann man und wie findest du jetzt das Bild den Banksy in Anführungszeichen ich finde Banksy wirklich ganz großartig jetzt kann man natürlich sagen kein Mensch kennt Banksy es gibt auch viele Menschen die wissen nicht wer Lisa Paus ist aber in der politischen Klasse bei denen die sich für Politik interessieren ist das schon ein Begriff und Banksy ist wirklich ein ganz bedeutender Gegenwartskünstler aus meiner Sicht man kennt seine Werke aber niemand kennt ihn wenn du das wenn du das so meinst es gibt bestimmt auch Menschen die ihn kennen Banksy führt ja vermutlich keine Diogenes Existenz wir wissen wir wissen noch nicht ob es ein er ist genau du sagst immer der Banksy ja der Banksy generisches Maxi ohne Artikel Banksy Banksy kannst du ausschließen dass du es bist bist du es ja wenn ich etwas ausschließen kann dann kann ich das ausschließen Banksy ist einfach deswegen großartig A weil diese Person es schafft sich selbst sozusagen aus der öffentlichen Wahrnehmung seit Jahren erfolgreich rauszuhalten und sozusagen die Wahrnehmung wirklich auf das zu lenken und zu fokussieren was sie oder er macht und das ist als Street Art ziemlich gut ja vor allem es ist die geilste Rolle überhaupt denn wenn irgendwo ein geiles Bild auftaucht sagen die Leute als bestimmten Banksy und es ist egal ob es ist oder nicht du bist der beste Künstler der Welt es ist schon und es gefällt mir auch deswegen ganz gut weil Banksy diese anonyme Person vielleicht ist ja auch eine Gruppe die sind ziemlich deutlich sozial und politisch positioniert ich glaube auch dass ein Teil der Honorare die inzwischen oder Gelder die gezahlt werden weitergegeben werden von Banksy an Initiativen die das verdient haben also es ist in vielfacher Hinsicht Kunst und Künstler womit ich sehr einverstanden bin und es gut finde na da muss ich Marc Jung auch ein bisschen anstrengen wenn man hört wie du Künstler von denen niemand weiß und so gut finden kannst aber bei Marc Jung so ja keine Ahnung ja aber mit Banksy guck mal ich hab ich hab doch vorhin gesagt ich kann nicht so aus dem Handgelenk raus und wenn ich was ein paar Sekunden gesehen habe mit Banksy beschäftige ich mich und seinen Arbeiten nun in der Tat seit Jahren und da ist ein anderer Wurzelgrund aus dem so eine Einschätzung gewachsen ist also mit Banksy beschäftige ich mich seit 150 Jahren seit ein paar Jahren 150 so alt bin ich noch nicht mal wer ist Banksy beschäftige mich seit 150 Jahren mit ihm aber ich weiß so was gucken oder ist hier Klima angesagt oder was ich könnte ein bisschen Krisenkram machen und na dann und ein bisschen an Ostdeutschland anschließen das passt doch wir haben wir haben einen Bundespräsidenten namens wie heißt der ich muss gucken hier Frank-Walter Meier der war in Ostdeutschland im Oktober zu Besuch ja ja pass mal auf kannte ich gar nicht dass Ostdeutschland Bundespräsident ne ja dass Bundespräsident eine Ortszeit haben Hans wusstest du das ja kannst du kurz erklären was das ist ja da verlagert der Bundespräsident der ja normalerweise im Schloss Bellevue in Berlin residiert präsidiert für ein paar Tage seinen Amtssitz in andere Städte in dem Fall Ostdeutschland nach Vorbild der alten Fürsten ja Reisekönig immer ach komm heute mal mal hier und so ich hoffe mal dass Stefan das alles noch nicht kennt weil in gewisser Weise ist das sehr lustig weil es ist natürlich mal wieder eine Simulation von Bürgernähe weil eine Kamera muss immer dabei sein wenn Frank-Walter Meier mit den Bürgern ich finde das so witzig ob ich das kenne oder nicht ich meine ich habe es auch du weißt was kommt du weißt was kommt ich habe es ja auch mit Mick so besprochen im Fernsehpodcast so unter dieser Wasgabe okay fangen wir mal an die Nachrichten der Woche zu besprechen und dann der Bundespräsident hält seine große Rede zum 9. November oder irgendwas jetzt so und wir beide haben uns erstmal darüber verständigt dass wir die Rede beide nicht geguckt haben weil sich niemand für irgendwas was der Bundespräsident macht interessiert und die Frage ob ich weiß wo Frank-Walter Meier eine Ortszeit gemacht hat ist natürlich nein er war in Neustrelitz in seiner Heimat da wo das stattfinden muss genau und was macht man da natürlich auf den Marktplatz gehen spazieren gehen einkaufen mit genau einkaufen unter dem mit Polizisten drehen Regenschirm aufspannen wenn es regnet der vorübergehende Amtssitz des Bundespräsidenten am Morgen mit transportablem Fahnenmast für die Dienstflagge der erste Termin des Tages ist für Frank-Walter Steinmeier eine Begegnung mit jungen Bundespolizisten herrscht die rechten Ordnung jawohl Herr Präsident steht meine Fahne mobil auf dem Neustrelitzer Markt ist indes Wochenmarkt noch ohne Präsidenten der naht aber bald zu Fuß wie Frank-Walter Steinmeier überhaupt seit gestern ausschließlich zu Fuß in der Stadt unterwegs die erste Station die Konfrontation mit der ersten Krise der Energiekostenkrise bei den Bäckern wir müssen ja halt die Preise anziehen wir bleiben uns ja nicht an der Übung verfolgen Sie das so ein bisschen was an politischen Debatten in Berlin läuft wie man versucht auch Bäcker zu entlasten von den hohen Energiekostenkrise wir sind ja um Handwerksbetrieb ja insofern wäre ich jetzt noch nicht so pessimistisch wie Sie am Anfang gesagt haben mit diesen wir müssen erst mal abwarten mit diesen Angeboten ist durchaus Hilfe möglich die die Achsenbelastung in jedem Fall Der Bundespräsident zeigt Verständnis und kauft dein Brot Den Satz bitte ausdrucken an die Wand hängen Der Bundespräsident zeigt Verständnis und kauft dein Brot Ja Großes Verständnis wird gezeigt wenn der Bundespräsident zwei Brote kauft Ey aber ist das nicht total peinlich Ja genau er hätte gleich mal 20 kaufen müssen aber die ganzen Laden leer kaufen Du kommst mit so einer Entourage die größer ist als der ganze Wochenmarkt und kaufst dann ein Brot dann musst du alles leer kaufen eigentlich Brot für alle Brot für alle Wozu ist er denn da? Ja wozu ist er da? Um die Ampelpolitik zu verteidigen Das hat er immer wieder gemacht Nämlich Ja ja Ich höre Sie I hear you I hear you Aber glauben Sie die Ampel kümmert sich Warten Sie mal die Debatten ab Ja Dann muss natürlich die Kamera und die PR-Show weitergehen Er hat mal eine Apotheke besucht Hans Weiter geht's zur Apotheke am Markt und den nächsten ganz anderen Ich brauche eine Kopfschmerz Problem gerissene globale Lieferketten bei Abschneimitteln Sie haben doch Ihre bewährten Großhändler Entweder haben die Wenn die es nicht haben Was machen Sie dann? Haben Sie VR gerade? Das sind gerade echt ein Problem Also gerade Fiebersäfte Fieberzäpfchen für kleine Kinder kriegen wir gerade nicht Es geht dann mal Ware rein dann freuen wir uns dann geben wir das noch ab Ja Zurück zum Wochenmarkt mit den Bürgern ins Gespräch kommen Und kaufen Sie immer hier ein? Ja Und ein örtlicher Dönerverkäufer will unbedingt ein Selfie mit Frank-Walter Steinmeier Machen Sie Oh Gott Das schönste war eben das genervte Gesicht der BKA Sicherheitsbeamten an seiner Seite Ja vor allem du läufst da über so einen Markt vor fünf Leute mit so einem Selfie-Stick irgendwie hinter dir mit dem sie so Gimbal-mäßig damit sie auch nicht verwackelt hinter dir herlaufen Das ist doch alles Ich glaube ja die meisten auf dem Wochenmarkt waren dann so Wer ist denn das? Ne das glaube ich nicht Walter ist bekannt Das ist doch Frank-Walter Meier Ja ja Soweit ist er schon bekannt Doch doch Und warum das eine PR-Show war erkläre ich jetzt anhand des Teils des Besuchs der eben nicht vor einer Kamera stattfand Wir nennen das jetzt mal oder Sie nennen das eine kontroverse Kaffeetafel Hans Der eigentliche Termin des Tages findet aber am Nachmittag statt Die vom Präsidialamt sogenannte kontroverse Kaffeetafel Gelebte Demokratie mit Kaffee und Kuchen Vertreter der Neustrelitzer Bürgerschaft die sie streiten sollen und dürfen unter anderem auch mit der Organisatorin der umstrittenen montäglichen Demonstrationen allerdings ohne Kamera und Mikrofon What? Also warte mal Warte mal Das heißt doch im Umkehrschluss Gelebte Demokratie ohne Kamera Genau Wenn ich eine Audienz beim Bundespräsidenten will einen Kaffeeklatsch mit dem Bundespräsidenten Was mache ich dann? Ich organisiere Montagsdemos Ja Und dann schaffe ich es Das ist die Einleitungspraxis Das sind die Zugangsregeln zum Bundespräsidenten Finde ich ganz schön bescheuert Also die Kamera darf dabei sein wenn Steini auf dem Marktplatz Hände schüttelt und tolle Bilder produziert Falls es dann aber kritisch wird oder eher vielleicht sogar in Bedrängnisgerät muss die Kamera draußen bleiben und dann würde ich erwarten naja dann interviewt das Nordmagazin im Anschluss die TeilnehmerInnen und fragt mal nach Kannst du vergessen Hans der Einzige der seine Zusammenfassung dieses Gesprächs geben darf ist natürlich Frank Ja Es gibt die einen die empfinden Krise als Pflicht und Verantwortung sich einzusetzen für das Gemeinwesen für die Stadt für die Region für Flüchtlinge und andere die die Krise eher dazu nutzen Staat und Politik anzuklagen über beides haben wir heute miteinander gesprochen natürlich sind wir nicht in allen Fragen einig geworden Zum Schluss gibt es ein Gruppenfoto mit Bundespräsident zur Erinnerung für alle die dabei waren Ja völlig klar also dass bestimmte Gespräche ohne Kamera stattfinden ist nicht nur zulässig sondern manchmal sogar auch geboten Das darf ich sagen Das ist ja zugestanden die Zugangsregeln zu dem Gespräch sind ein bisschen komisch Naja gut dass am ehesten dann wenn etwas konflikteus ist und man sagt jetzt muss sich aber mal einer kümmern das ist in der Aufmerksamkeits ökonomischen Gesellschaft einfach so drin Und dann wundern sie sich dass man mit Ketchup ins Museum läuft Ja genau das ist die das ist die Kehrseite dieser Ökonomie die man dann eben auch in Kauf nehmen muss ist völlig klar Nein aber Thilo hat völlig recht in dem in dem Punkt es hätte sich nicht nur angeboten sondern es wäre finde ich geboten gewesen dass der Kollege Reporter dann eben nicht nur Frank-Walter Mayer zum zusammenfassenden Statement bittet sondern gerade gerade diejenigen die vielleicht eher nicht so mit ihm einverstanden sind die mal hört ja wie war es denn was habt ihr gesagt was hat er gesagt das ist schade dass es nicht passiert ist Die Ortzeit hat jeweils drei Tage gedauert und zum Abschluss gab es sogar noch einen Staatsbesuch die Neustrelitzer durften sagen durften stramm stehen und einen slowenischen Staatsbesuch Echt das haben die Zeit dort gemacht oh Gott ja pass auf aber pass mal auf wen sie denn da eingeladen haben also das ist echt so Abschiebebahnhof Am letzten Tag seines Aufenthalts in Neustrelitz hat Bundespräsident Steinmeier den slowenischen Präsidenten Pahor mit militärischen Ehren empfangen das Wachbataillon der Bundeswehr war zusammen mit dem Stabsmusikkorps auf dem Marktplatz angetreten vor zahlreich schaulustigen schritten beide Staatsoberhäupter die militärische Formation ab dies war der letzte Besuch der slowenischen Präsidenten der nach zwei Jahren aus seinem Amt ausscheidet Hans ich mach jetzt mal eine Vermutung im Bundespräsidialamt hat man sich gedacht scheiße wir müssen mit diesem slowenischen Staatspräsidenten uns treffen der ist ja eh bald unwichtig wollen wir das nicht nach Neustrelitz verlegen dann haben die Neustrelitz dann aber irgendwas irgendwie zu berichten und hier mit Kapelle und so weiter interessiert eh kein Schwein Frank auch nicht ja das war eine kommunikative Win-Win-Situation würde ich mal sagen dass sie sagen ja das steht ja irgendwie an müssen wir machen wie wäre es denn wenn wir es da machen und so nicht als Abschiebung sondern sagen wir mal zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen ist so geht das Geschäft was aber nicht geht ist dass eine Moderatorin in einem Satz nun gleich zwei Begriffe falsch ausspricht es gibt kein Bataillon und es gibt kein Korps sondern es ist ein Bataillon und es ist ein Stabsmusik Chor und das darf man auch wissen also man kann sich auch als Moderator selbst entautorisieren wenn man solche Sachen da falsch in die Gegend tutet gut geile Veranstaltung er hat sich natürlich über die Ängste der Deutschen informiert kann man natürlich auch anders machen indem man eine Umfrage macht dafür ist ja jedes Jahr die R&V Versicherung zuständig wollte mal raten was die Top 3 Ängste der Deutschen im Jahr 2022 sind Recht Extremismus Klimawandel Malaria Energiekosten ja es wird die vielleicht Krieg Energiekosten Krieg Hans ist näher an den Menschen Aber wovor fürchten sich die Deutschen da hat die R&V Versicherung gerade eine Umfrage gemacht die Inflation und Rezession liegen ganz vorne die Deutschen fürchten dadurch ihren Wohlstand zu verlieren oder auch durch Steuererhöhung auch davor fürchten sich die Bürger und vor Krieg und diese Sorge ist besonders stark gewachsen ja nix mit Klimawandel was ich gut fand in der Amtschau wurden dann konkrete Angst Beispiele vorgetragen unter anderem das Dilemma dieser alleinerziehenden Mutter Lisa Richter aus Bohnsdorf ist alleinerziehend mit zwei Kindern ich treibe natürlich gerade das mit den Strompreisen sehr um auch dass die Lebensmittel teurer werden ich habe jetzt schon meinen Supermarkt gewechselt und bin beim günstigeren gelandet aktuell bin ich auch am überlegen da ich alleine bin mit den beiden Mäusen ob ich mit den Stunden runter gehe beim Arbeiten damit ich einfach mehr Zeit habe für die Familie zu Hause aber ist halt auch eine Frage des Geldes ob ich das kann oder nicht finanziell tja bereite teilweise schlaflose Nächte dass ich überlege was was ist jetzt im Endeffekt wichtiger ob ich halt die mehr Stunden zu Hause bin oder ob ich ein bisschen besser nachts schlafen kann weil ich mehr Geld auf dem Konto habe Lohnabstandsgebot ich glaube alle Kinder in Deutschland heißen Mäuse ja ich wollte gerade sagen auch hier wieder so eine kleine Seiten Anmerkung dass eine Mutter über ihre Kinder sagt die beiden Mäuse das ist liebevoll das ist authentisch das darf sie aber ob man dann einem solchen Beitrag den Titel geben soll alleinerziehende Mama das finde ich eine unangenehme Form alleinerziehende Mutter warum nicht Mutter also warum dieses randschmeißerische Mama das du meinst die Bauchbinde finde ich da nicht gut ja ja die Bauchbinde die Titelbauchbinde wir gucken mal was beim Opa der jetzt kommt in der Bauchbinde steht Thomas Edelink ist in der Nachkriegszeit aufgewachsen die größte Sorge ist die dass ich mit Mitte 70 nochmal in der Kriegsgefahr leben muss das hatte ich mir nicht vorgestellt also ich hoffe darauf dass inzwischen die Menschen und auch die Politiker so vernünftig sind dass sie wissen dass keiner einen Krieg gewinnen kann und das geruhigt mit ihm das sieht ja nicht so aus dann fand ich gut ein Angestellter hat auch seine Angst geschildert aber gleichzeitig gesagt warum ihm die genommen wird der Ukraine Krieg muss ich jetzt sagen die Angst davor dass es sich nach Deutschland trägt über Polen die Differenzen in der EU wegen dem Ukraine Krieg die treiben ganz schön um ich habe das Glück dass ich hier in der Werkstatt für behinderte Menschen arbeite und hier auch psychisch betreut werde dass die Ängste auch genommen werden weiß Karl Lauterbach dass das in seinen Verantwortungsbereich fällt die Behindertenwerkstätten ne die psychische Gesundheit achso ich war ja überrascht dass Karl Lauterbach jetzt den Krebskongress in Deutschland eröffnet hat ist ja ein Megathema in Deutschland eigentlich und anscheinend breitet er so ein bisschen sein Themenportfolio aus das finde ich gut ja ich meine Hans und ich kennen auch Leute die nah an ihm dran sind die ihm genau das unterstellt haben zumindest in den ersten acht neun Monaten quasi nur Corona im Kopf hat oder ansonsten den Rest den Rest der Gesundheit weglässt was war das für ein Satz dass er nur Corona im Kopf hat na ist ja so wer war infiziert oder am Covid ja ja Kopf Covid Kopf Covid zum Schluss noch die Existenzangst eines Vaters in Karo ist Lüftungsinstallateur Benjamin Klan allein erziehend dass ich alles verliere die Wohnung verliere wenn ich mir eine Miete nicht zahlen kann mir eine Rechnung nicht zahlen kann man arbeitet 40 Stunden in der Woche und im Endeffekt reicht es gerade mal so um über die Runden zu kommen da muss man eiskalt durch was tut man alles für ein Kind und da fehlt ein Bundespräsident der eine Ortszeit macht um zu ihm zu gehen und zu sagen verfolgen sie so ein bisschen was die Debatte in Berlin ist also ich kann sie beruhigen da kommt was und so tja apropos Berlin hier steht ja eine Wiederholungswahl an weiß nicht ob du es mitbekommen hast Stefan ja habe ich krass wir haben ja heute Dienstag morgen soll das Urteil kommen vom Verfassungsgericht eine sehr große Ankündigung inwiefern na Trump style das war ein die Wahl war gestohlen eine sehr große Herr Trump macht doch gibt doch macht doch heute hat doch eine sehr große Ankündigung ups sorry ja zur Wiederholungswahl kurze Erklärstücke für Stefan der nicht Berliner ist zum Glück puh wie sah denn wie weit klingt wie chaotisch war denn die Bundestagswahl die Landtagswahl die Bürgerschaftswahl letztes Jahr in Berlin unter anderem so chaotisch dass Wahluhren gefehlt haben im umfunktionierten Jugendzentrum hat Wahlhelfer Olaf Umblia im vergangenen Jahr lange Schlangen gesehen auch eine Wahlurne musste selbst gebaut werden um die Stimmzettel einzusammeln das finde ich gut Wahlurne selbst bauen ja mir ist mir ist ein Wahl Helfer bekannt der dann mit dem Fahrrad losgefahren ist um Stimmzettel zu holen weil die weil eben nicht genügend in seinem Wahllokal vorrätig waren das war unglaublich was da passiert ist also ich meine wir sind auch eine verrückte Stadt mit Frankfurt ihr habt ja auch gehört was hier so los war aber Berlin ich glaube Berlin würde man gar nicht merken wenn sich der Krieg auch nach Deutschland verlagert das geht halt nicht apropos Frankfurt das war glaube ich das erste Mal dass ein Oberbürgermeister fast 95% gekriegt hat bei einer Abstimmung also er hat damals auch mit 74% seine Wiederwahl gewonnen in der Stichwahl es sind immer hohe Zahlen gewesen bist du wählen gewesen Stefan? ne ich war nicht warum? weil ich nicht unzufrieden genug war mit Feder Feldmanns Politik um dann zu sagen ich mache diesen Stress auch noch mit also ich finde es ganz cool dass hier Kinder kostenlos Straßenbahn fahren können kostenlos ins Schwimmbad gehen können und also es sind ein paar tolle Sachen und dem Freundes und im Freundes und Familienkreis kostenlos Geld dazu geschoben werden ja das Abo-Ding selbst ist ja nochmal da ist ja eher mehr so Peripherie der Abo-Skandal selbst ist ja nicht grandiose Scheiße also das Problem ist wenn das Verfassungsgericht morgen sagt es muss eine Wiederholungswahl geben dann hat Berlin 90 Tage Zeit die zu organisieren und das stellt Berlin vor ganz ganz große Probleme es macht uns sehr viel Spaß wir sind auch sehr engagiert aber der Aufwand ist doch enorm das ist die ganze Auszählung und man kommt eben spät zur Ruhe und 50 Euro denke ich ist zu wenig deshalb will der Landeswahlleiter das sogenannte Erfrischungsgeld mindestens verdoppeln er erwartet das mehr mehr als die bisher nötigen 38.000 Wahlhelfer gebraucht werden weil das Verfassungsgericht laut bisheriger Erklärung eine Wahl in Präsenz für jeden Wahlberechtigten ermöglichen will das hat wiederum zur Folge dass wir mehr Wahllokale brauchen Wahllokale wahrscheinlich unter Bedingungen von Corona das hat zur Folge dass wir mehr Wahlhälfte in kurzer Zeit schulen müssen das hat zur Folge dass die Anzahl der Wahlkabinen da haben wir ja in der Kommission gesagt drei ist eigentlich eine sehr gute Zahl um Schlangenbildung zu vermeiden dass wir mit diesen drei Wahlkabinen nicht auskommen werden das heißt wir brauchen dann mehr Wahlkabinen also wie ist das nochmal gerade mit dieser Weltlage in der Ukraine im Iran und überall kämpfen die Leute für Demokratie und dann sitzt der Typ in Berlin und sagt Demokratie ist schön und gut aber das hat zur Folge dass wir hier morgens uns einen Wecker stellen müssen und dann mal tun müssen was getan werden muss und das geht nicht wir haben keinen Bock ich habe nicht gewusst ich habe nicht gewusst dass es das Geld für Wahlhelfende Erfrischungsgeld heißt ja und witzigerweise genauso viel ist wie Bürgergeld Aufstockung ja 50 Euro also einmal einmal für einen Tag einmal für einen Monat also ernsthaft an alle Berliner Berlinerinnen die hier zuhören falls ihr an Demokratie interessiert seid helft bei der Wahl mit Demokratie bekommt Erfrischungsgeld ja die Wahlhilfe an sich ist doch schon erfrischend wir hören noch mal ganz kurz was denn jetzt die Unterschiede zur letzten Wahl in Berlin sind was nicht es ist keine Neuwahl also die die Parteien stellen keine neuen Listen auf es gibt keine neuen Nominierungsverfahren die verstorben sind oder weggezogen sind die müssen auf diesen Wahlzetteln dann bestrichen werden und da wird ein ganz wichtiger Punkt sein damit wir quasi nicht wieder Chaos produzieren und weil das Wahlregister alle sechs Monate angepasst werden muss können im Februar auch die wählen die dann 18 geworden sind das stimmt natürlich also ich weiß nicht Hans als ich wählen war letzten September in meiner Schule wo ich immer hin war da habe ich sonst bin ich rein raus innerhalb von drei Minuten habe ich gewählt letztes Mal habe ich zwei Stunden angestanden ich war abends bei bei glaube ich BBC noch zu Gast am Pariser Platz ich bin zu spät gekommen weil ich weil ich nicht wählen konnte und dann war ich glaube ich irgendwie 17.30 Uhr durch oder so und dann musste ich mich mit dem Taxi gern Brandenburger Tor schleppen wie war das bei dir? halbe Stunde Spaziergang vielleicht mache ich diesmal wirklich Briefwahl ja also ich bin gespannt es sieht alles danach aus dass morgen die Entscheidung kommt wir bleiben bei Problemen und beschäftigen uns mal mit unserer Hörerschaft wir haben ja viele Studenten und Studentinnen und die haben auch Probleme in der Krise weil das Geld knapp wird hier wohnt Studentin Thea auf 22 Quadratmetern ihre Fächer Englisch und Geschichte Theas Mittel zum Sparen Pullover statt Heizung und Verzicht so eine ständige Angst quasi die man hat das ist halt immer irgendwie im Hinterkopf dass ich denke ach nee jetzt jetzt mal keine Milch weil dann ist die auch schon bald wieder alle muss bald wieder los und dann ist es wieder teurer ich will auch eigentlich gar nicht so richtig in die Richtung denken weil ich weiß wenn ich einmal wenn ich damit einmal anfangen und so weit gehe dann wird es wird es eine Angst einfach die ich habe und damit kann ich einfach gerade nicht gebrauchen so viel von meinem Fokus kann ich dahin nicht abgeben und ich hoffe einfach dass es sich dass es irgendwie wieder wieder in Ordnung wird sehr gut einfach mal offen und ehrlich über die Probleme reden sehr gut Schicksalsgemeinschaften Banden bilden sie ist in Greifswald jedenfalls nicht die einzige die Probleme hat andere Studierenden auch das Mensa essen wir teurer und viele andere Sachen günstiges Essen gibt es in der Mensa doch auch hier macht sich die Inflation bemerkbar da können wir schon eine Erhöhung so von 15, 20 Cent in den letzten Monaten erkennen das wird sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter steigern Energiekosten haben wir noch nicht umgelegt das Studierendenwerk hofft auf Unterstützung von Bund und Land um Preissteigerungen zu vermeiden die Studierenden sollen nicht noch mehr belastet werden man muss auf jeden Fall Abstriche machen man muss jeden Cent quasi nochmal extra überdrehen weil das teurer ist vor allen Dingen Lebensmittel man hat einfach weniger Geld für Privates und für die Freizeit so muss man einfach mal ein bisschen umrechnen davor hat man halt eine gute Lücke gehabt immer dass man das zurücklegen konnte das kann man nicht mehr so viel zurücklegen ich habe auf jeden Fall mir jetzt gerade einen Werkstudentenjob gesucht weil ich eben ansonsten dass ich hinkriege ja die ist aktiviert worden eine Studentin aus dem bekannten Kreis meiner Familie auch Werkstudentin die ihren Lebensunterhalt selber finanziert durch Arbeit die hat gerade neue Gasrechnung bekommen bisher 38 Euro in Zukunft 350 Euro wow die ist das geht einfach nicht das ist da werden wenn das Bestand hat und nicht irgendwie ausgeglichen werden kann werden Existenzen vernichtet bevor sie angefangen haben und es ist jetzt schon so bevor der Winter kommt dass zumindest in diesem Beitrag gesagt wird dass ein Drittel der Studierenden schon unter der Armutsgrenze lebt durch das Entlastungspaket des Bundes sollen alle Studierenden 200 Euro bekommen trotzdem wird aktuell die psychologische Erstbetreuung des Studierendenwerks immer mehr genutzt laut allgemeinem Studierendenausschuss lebt ein Drittel der Studentinnen und Studenten in Rostock unter der Armutsgrenze An sich haben wir momentan viele Fälle von Studierenden die ihre gesamten Rücklagen verbraucht haben und jetzt an den Punkt angekommen sind wo auch die Preise enorm gestiegen sind dass sie teilweise überlegen müssen ob sie ihr Studium abbrechen oder nicht der Aster wünscht sich nachhaltige Hilfe statt Einmalzahlungen Ich verstehe auch nicht genau wo das Problem ist irgendwie kann man doch irgendwie durchzählen 2 Millionen Studenten in Deutschland 30% also hat man so eine Grundmasse von keine Ahnung einmal Dortmund oder so warum man da nicht einfach eingreifen kann haben wir kein Geld in Deutschland oder was ist knapp hat Christian Lindner erzählt Wir bleiben bei der Krise und interessieren uns für die Kleinunternehmer anhand von MecProm dort wird mittlerweile an den Öffnungszeiten gespart Sie sparen wo sie können hier im Friseursalon von Melanie Wagner in Rostock Wasser spart Duschkopf neue Heizung Energiesparlampen auch bei den Öffnungszeiten wird gespart Wir haben auch schon seit einiger Zeit den Montag geschlossen und haben uns jetzt schon vor auch einigen Monaten dass wir nur noch jeden zweiten Samstag drauf haben und sind jetzt beim Überlegen gerade in den Wintermonaten dass wir dann ab 10 Uhr erst öffnen Aktuell geht es um neun los früher sogar schon um acht Uhr Hans Hans eine Frage an dich alten ARD-Hasen wenn du so einen Beitrag machen müsstest würdest du die Friseurin bitten während sie das Interview führt an den Haaren der Kundin zu spielen Ach das kommt drauf an wenn die Kundin einverstanden ist und die Situation insgesamt ist das ist natürlich ein anderer Eindruck und wie soll man sagen er wirkt es ist mehr Action im Bild als wenn man die Friseurin sozusagen da als Brustbild hinstellt kann man schon machen das hängt situativ davon ab ob man es macht oder nicht ich würde als Kunde sagen solange sie nämlich schneidet also die noch kämmt Kopfmassage durch die ganze Zeit es ist natürlich die Frage lohnt sich das überhaupt also die Öffnungszeiten zu verknappen offenbar Personal ist rar und wird in allen Branchen gesucht die Corona-Pandemie hat das Problem verstärkt viele Geschäfte haben daher schon länger ihre Öffnungszeiten verkürzt und behalten das weiter bei es ist so dass wir wenn man rein das Energiesparen betrachten würden dann lohnen sich Öffnungszeiten zu verkürzen nicht denn es ist einfach so dass viele Kosten weiterlaufen dass der Handel einfach in den letzten Jahren ja auch sehr sehr viele Maßnahmen getroffen hat um sowieso schon Energie zu sparen das heißt es läuft sowieso alles auf LED-Beleuchtung da wurde wirklich geschaut was kann man tun aber in Kombination mit dem Personalmangel ist es natürlich einfach auch eine Notwendigkeit ja es ist Zeit Arbeitszeit Lebenszeit und überall jetzt in allen Beiträgen die ich auch noch spiele überall ist Personalmangel in allen Bereichen überall fehlt es an Leuten was machen die Supermärkte auch weniger Öffnungszeiten oder lohnt sich das nicht auch einzelne Supermärkte schließen jetzt früher der größte Kostenpunkt das Kühlen der Ware bleibt aber die meisten Ketten halten daher an den bisherigen Zeiten fest für Geschäfte die keine Kühlung brauchen könnten kürzere Öffnungszeiten allerdings Entlastung bringen die Kühlungsfrage hatte ich auch nicht auch einen Schirm und was fehlt natürlich bei sowas sollen die Öffnungszeiten weniger werden soll da gespart werden eine Straßenumfrage das lieben wir im Podcast ich arbeite nebenbei und da haben wir auch ein Schichtsystem ich würde es zum Beispiel abends nicht schaffen noch einkaufen zu gehen wenn die jetzt früher zu machen würden ich bin ein alter Kerl und ich kann tagsüber einkaufen gehen ich brauche nach 20 Uhr keine Öffnungszeit mehr wenn ich zwar ab und zu mal mit meinen Freunden irgendwo lang gehe und zwar hat manchmal einen Laden zu klar es ist halt doof aber es schränkt ja nicht unser Leben ein ich kann ja immer nach Hause gehen sehr gut ja das ist das Pragmatische dort oben im Norden dann habe ich wir hatten ja vorhin den Apotheker schon gehört ey meine Katze ist in der Kamera ey Katze das ist ein Wolfs Podcast hier was ist das jetzt Moment geh mal weg da das ist doch bestellt Thilo nein die ach das Baby spielt hier ist gerade irgendein Technovideo angegangen wollen wir es ein bisschen laufen lassen nein 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 also wir erfahren noch mal was die Apotheker und Apothekerinnen in Deutschland für Probleme aktuell haben Apotheker Marco Butnik macht sich Sorgen zahlreiche Medikamente wie Fiebersäfte für Kinder aber auch einiger Antibiotika sind nicht lieferbar oder nur noch in geringen Mengen vorhanden und das schon seit Wochen also die Situation ist angespannt wir kriegen eben von den Arzneimittelherstellern auch von den Großhandlungen nicht den vollen Umfang den wir gerne hätten und das versuchen wir auszugleichen indem wir Patienten umstellen mengenmäßig oder auch stärkenmäßig oder Darreichungsforms mäßig und dann versuchen wir das auszugleichen auch in Online-Apotheken sind gängige Präparate derzeit nicht lieferbar ich muss ja ersetzen die Apotheke haben sie das so schon festgestellt ich kaufe nicht so schrecklich viel in der Apotheke aber ich habe davon gehört ja es kommt auch noch bei den Apotheken der Personalmangel dazu und anders als bei Corona wo Klopapier gehamstert wurde haben es dann Leute Medikamente im Notfall könne man zwar auch hier in der Apotheke selbst Fiebermittel herstellen dafür fehle aber das Personal außerdem sei die Eigenproduktion deutlich teurer was am Ende an den Kundinnen und Kunden hängen bleibt die Situation führe zu Verunsicherung einige würden sogar versuchen sich ein Vorrat zu sichern da wäre eben auch mein Appell an die Bevölkerung wirklich nur so viel zu kaufen wie man in der aktuellen Zeit braucht und sich keinen Vorrat an zu hamstern weil das eben dann dazu führt dass andere die es dann vielleicht auch in dem Moment brauchen nichts mehr bekommen Richtig so Stefan also Stefan nicht zehn Aspirin Packung kaufen ich rationiere alles jeden Montag kaufe ich nur das was ich in der Woche brauche in der Apotheke gehst jede Woche in die Apotheke ja ich will ja nicht am Donnerstag plötzlich dastehen ohne Medikamente andere Krisenherde in Deutschland ist die Versorgung der Geflüchteten haben wir dieses Jahr noch die Ukraine gekriegt dazubekommen das heißt viele ukrainische Flüchtlinge und ich weiß nicht wie es in Hessen aussieht Stefan aber in MV ist die Versorgung der Geflüchteten am Limit noch haren sie in Turnhallen aus in Friedland rund 100 Menschen geflohen vor Krieg und Zerstörung wie Mikola kamen in diesem Jahr schon mehr als 22.000 Geflüchtete aus der Ukraine nach Mecklenburg-Vorpommern weitere Schutzsuchende werden erwartet auch aus anderen Ländern was immer mehr zur Herausforderung wird für Städte und Kommunen aus Nordwest-Mecklenburg klingt es fast wie ein Hilferuf wir sind am Limit und darüber hinaus wenn ich die Integrationsleistung sehe die ganzen Jahre die wir gemacht haben seit 2015 im Speziellen die dezentrale Unterbringung die Versorgung der Asylbewerber ist so in der Dimension nicht mehr leistbar nichts Neues was für mich neu war eine Schalte also ein Skype-Interview fürs Fernsehen wird mit einem iPad umrahmt echt? warte mal mach nochmal die dezentrale Unterbringung die Versorgung der Asylbewerber ist so in der Dimension nicht mehr leistbar das ist das für ein Quatsch unglaublich sie wollten damit zeigen das Bild hat nicht Top-Qualität wir sind aber nicht schuld er hat es selber auf Hanses Problem bei der Versorgung der Geflüchteten zumindest in MV ist nicht wirklich das Geld sondern es fehlen Immobilien und Wohnungen das ist andernorts auch so kann ich zumindest für Rostock sagen nicht in der Größenordnung über Immobilien die sofort nutzbar wären und genau das ist dann das was natürlich ein bisschen bremst wir brauchen ganz schlanke Verfahren damit wir in der Verwaltungsarbeit weniger zu tun haben was das betrifft und ja Geld kann ein bisschen helfen damit wir dann tatsächlich auch übergangsweise Möglichkeiten schaffen können mit Containerlösungen und 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 auch der Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern klagt über Probleme bei der Aufnahme von Geflüchteten besonders bei der Wohnungssituation sinnvoll sei es Strukturen wie etwa Notunterkünfte generell bereit zu halten um dann wenn besonders viele Geflüchtete ins Land kommen diese auch versorgen zu können wir haben immer wieder Spitzen wir haben auch wieder Flauten und das Problem ist dass wir immer wieder in den Spitzenlein Strukturen aufbauen und sie danach auch schnell wieder abbauen und dann fangen wir jedes Mal von vorne an wieder hoch jetzt kommen wieder Geflüchtete wir haben keine Strukturen wir müssen sie wieder aufbauen also es wäre wesentlich sinnvoller die Strukturen so vorzuhalten dass man Spitzen gut abfedern kann haben wir letztes Jahr auch oder nee dieses Jahr zumindest in Berlin erlebt an den Hauptbahnhöfen Berlin hat nicht aus der Geflüchtetenkrise 2015 gelernt wo ja auch viele Ehrenamtler helfen mussten sonst wäre das alles zusammengebrochen sie haben die ganzen Kapazitäten wieder runtergefahren und haben sich dann wieder darauf verlassen dass die Zivilgesellschaft im Hauptbahnhof hilft anstatt das erstmal selber zu organisieren also ich finde es halt immer Staatsversagen wenn der Staat damit rechnet und darauf verweist dass es ja auch Ehrenamtler gibt ist so ein bisschen wie ist so ein bisschen wie die Jobcenter Angestellte die dem Hartz-IV-Empfänger sagt du wenn du nicht genug hast geh zur Tafel das haben wir vor jetzt haben wir alles total überlaufen von der Klärung wir wechseln das Bundesland Geflüchtete in Schleswig-Holstein Hans haben ganz andere Probleme sich mit Freunden oder der Familie austauschen aber auch an Sprachkursen oder dem Fernunterricht teilnehmen das alles funktioniert nur mit stabilem WLAN selbst wer einen Handyvertrag mit LTE hat bekommt hier in Burstedt etwa nur selten eine Verbindung das Funknetz auf dem Gelände ist einfach zu schlecht es ist wirklich blöd weil wir nicht mit unserer Familie telefonieren können wir können keine Filme schauen wir können nichts machen für uns alle ist es nicht nur für mich für jede wo hier ist jede beschwert sich hier in Burstedt haben wir die besondere Herausforderung dass die Mobilfunkabdeckung in der Landesunterkunft extrem schlecht ist also hier erreicht man mit Mühe Edge an LTE ist überhaupt nicht zu denken das bedeutet dass wir auch mit mobilen Internetboxen nicht weiterkommen weil die auf LTE angewiesen sind gruselig da kommst du als Geflüchteter nach Deutschland denkst du ey das ist Hans das ist eines der reichsten Länder der Welt und ich werde da gut versorgt und dann bist du in der Unterkunft und hast monatelang kein Zugang zum Internet ja willkommen im Neuland aber Stefan eine Lösung ist in sich die ist sofort da Starlink pass auf eine Kabelanbindung soll in der Unterkunft in Burstedt bald für besseres WLAN sorgen die dafür nötige Hardware ist aber erst im Frühjahr nächsten Jahres lieferbar weil die müssen sich noch ein halbes Jahr gedulden oh Gott die tun mir leid alter vielleicht haben wir wenn du die Leute fragst lieber kein Abendessen und dafür Internet würden die alle fürs Internet adaptieren na es ist wirklich schlimm na einige bestimmt einige Hans naja aber ist doch völlig völlig selbstverständlich äh und ich glaube eben nicht dass da das Hauptinteresse dem Spielen geht sondern das ist doch wirklich der Kommunikationsweg wo sie mit ihren Familien ihren Freunden in Kontakt treten können wenn dann das so ist es jetzt habe ich ein Thema was ich natürlich extra für Stefan mitgebracht habe aber auch weil es interessant ist ne Stefan der Herr der Demografie wir haben Fachkräftemangel und du hast ja auch immer hast im Interview ja bei Jungen und Naiv auch gesagt es braucht mehr Pragmatismus richtig und den erlebst du jetzt Sicherheitsunterweisung für die Tankreiniger sie haben täglich mit giftigen und explosiven Flüssigkeiten zu tun die Tankreiniger müssen ganz genau wissen wie sie damit umgehen müssen nur ein Fehler und es kommt zu tödlichen Unfällen die Firma Heinz Puls findet kaum noch qualifizierte Menschen für diesen Job wir haben natürlich einmal aus der Not heraus dass wir keinen Mitarbeiter mehr so auf dem Markt zur Verfügung hatten die wir für uns gewinnen konnten haben wir natürlich wie alle anderen auch riesig von der Flüchtlingskrise mitbekommen und dass hier selbst bei uns hier in Brunsbüttel doch etliche untergebracht worden sind so haben sie 2018 die ersten Geflüchteten angestellt der Chef wusste sie zu Fachkräften für einen gefährlichen Job auszubilden eine Riesenherausforderung die meisten sprechen kein Wort Deutsch Hassan Eribo aus Eritrea ist seit Juli letzten Jahres mit dabei drei Monate war ich zu Hause ich suche immer noch Arbeit dann zwei von meinen Kollegen die arbeiten noch hier in Puls die haben ein Interview gehabt zur Arbeit und nachdem die haben die Vorstellung gehabt die haben mich angerufen und gesagt jo ich suche immer noch Arbeit der Chef hat Hassan Eribo eingestellt ohne Vorkenntnisse Deutsch und auch die nötigen Fachbegriffe konnte er nicht wir stellen die Kollegen ein die laufen dann erstmal mit fangen dann mit banalem Sprachunterricht Schulung nach SCC und das Thema Arbeitssicherheit wird bei uns natürlich ganz groß gestellt für uns ist es immens wichtig dass keinem Mitarbeiter was passiert und dann dauert das natürlich ein bis zwei Jahre bis zum Mitarbeiter alleine auch gefährliche Tätigkeiten ausüben kann tja ja einfach mal in den sauren Apfel beißen ein neuer Mitarbeiter koste ich jetzt sechsstellig und viel Zeit aber dann hast du wenigstens einen und das Problem ist wenn der Chef den wir gerade gehört haben das nicht tun würde dann gäbe es das Unternehmen nicht mehr und die Ausbildung an sich ist auch nicht das einzige Problem es geht aber nicht nur um die Ausbildung die Geflüchteten brauchen Hilfe bei Behördengängen ohne sie können sie gar nicht erst angestellt werden mittlerweile sind 25 der 70 Beschäftigten geflüchtete Menschen Tendenz steigend ich bin jetzt acht Jahre genau in Brunsbüttel so gefällt mir Brunsbüttel ich mag Brunsbüttel weil wenn du jetzt in eine andere Stadt oder so andere große Städte hingehst dann muss man null anfangen wieder so neue Leute lernen neue Arbeit ich liebe hierbleiben und weiter Bus arbeiten der Chef ist sich sicher ohne die geflüchteten Menschen würde sein Unternehmen heute gar nicht mehr existieren ja ich würde auch nicht so sehr von das Unternehmen und so weiter das Unternehmen erbringt ja bestimmte Dienstleistungen die von erheblicher Relevanz sind für das Funktionieren unseres Nahverkehrs und da muss man echt mal drauf achten wie man argumentiert künftig also ob man hier wirklich einfach nur sagt ja das wäre echt schade für den Unternehmer wenn er keinen Umsatz mehr machen kann oder ob dann einfach das ganze Land still steht und in der Hinsicht diese CDU mit ihrem 2015 darf sich nicht wiederholen nee das sollte sich jetzt echt jedes Jahr wiederholen sonst irgendwann ist halt echt mal ein Leer gelaufen ja du hast diese Dienstleistung das ist ja äquivalent zu sehen zu der Tatsache dass der ganze Pflegesektor überhaupt nicht mehr funktionieren würde ja ich finde hier mein Clip nicht aber Ingo Info informiert darüber die Woche dass in den nächsten zehn Jahren ein Defizit im Gesundheitswesen aufläuft von Achtung haltet euch fest das ist die Originalzahl die er nannte 1,8 Millionen Beschäftigten 1,8 Millionen Beschäftigte in einem Sektor und zwar in einem relativ wichtigen in Deutschland weil wir werden echt alt und brauchen dann Pflegehilfe und sowas und das ist da wird es also sozusagen bei dieser humanen kritischen Infrastruktur wird das Problem am ehesten sichtbar aber das was wir hier sehen ist nicht geringer ja das fehlt an allen Ecken und Enden es wird wirklich brutal wir bleiben nochmal bei der Demografie Stefan wir haben ja vorhin gehört das Hotel und Gastgewerbe ist ja gegen das Bürgergeld die wollen dass die Leute arbeiten und zwar billig und viele Deutsche machen das einfach nicht aber es gibt ja immer noch nicht nur Geflüchtete sondern auch Menschen zum Beispiel aus Nordafrika wie diese Marokkanerin die wir gleich hören die sagt naja gut dann billig arbeiten in Deutschland ich bin dabei ich gehe nach Deutschland und ihr Schicksal sieht so aus dass sie das ganze Jahr durcharbeitet und ihre Familie genau einmal im Jahr dafür sieht Reslein ist die erste gemeldete Marokkanerin in Kühlungsborn das erzählte man ihr auf dem Einwohnermelderamt dass sie nun hier im Ostseebad arbeitet und lebt kann sie selbst kaum glauben seit mein Kindheit ich mag Deutschland Nordmarokko zu verlassen fiel Reslein nicht leicht ihre Familie und das ist mein Vater sieht sie nur noch einmal im Jahr das ist von meiner Mutter aber sie weiß warum sie hier ist ich bin eine sehr ehrgeizige Frau das sind die Schicksale und jetzt kommt der Hotelmanager Stefan der die Demografieprobleme in Deutschland kennt und sich pragmatisch denkt naja dann hole ich halt aus allen Herren Ländern billige Arbeitskräfte und wie er das begründet muss Hans jetzt mal erklären ich bin dafür vielleicht zu woke bei ihrem Online-Bewerbungsgespräch hat sie ihren Chef fast verpasst weil er die Stunde Zeitverschiebung nach Marokko zunächst nicht auf dem Schirm hatte dabei arbeitet der Hotelmanager mittlerweile mit einem sehr internationalen Team hat Fachkräfte aus Brasilien, Tatschikistan und nun eben aus Marokko mein Standardsatz ist immer mir ist egal wie meine Indianer aussehen aber ich glaube das ist politisch vielleicht nicht mehr ganz so korrekt also letztendlich wollen wir einen guten Service dem Gast geben und dort ist es ja erstmal grundsätzlich egal ob der Mitarbeiter groß, klein, jung, alt ist oder ob er die deutsche Staatsbürger schafft hat oder nicht mir ist egal wo meine Indianer herkommen ob sie einen Irokesen tragen oder einen Zigeunnerschnitzel essen die Hauptsache dem Gast geht's gut ja nicht der Profit des Hotels naja und jetzt für dich Stefan eine Übersicht wie es denn aussieht mit den Auszubildenden im Gastgewerbe zumindest in MV und das sehen mittlerweile immer mehr Hoteliers so schauen bei der Personalsuche immer öfter über die Grenzen hinaus ein Trend der zu funktionieren scheint ja also wir sind gerade in Grafik in MV kommen nur noch die Hälfte der Azubis im Gastgewerbe aus Deutschland größter weiterer Block ist Vietnam ja also das sind so Zahlen Indonesien und Ukraine genau man könnte jetzt überrascht sein weil man denkt oh krass das sind ja nur noch knapp mehr die Hälfte Deutsche wenn du den ganzen deutschen Arbeitsmarkt nimmst heutzutage es fangen ungefähr 700.000 Leute pro Jahr an in Deutschland zu arbeiten davon ist die Minderheit Deutsch die Minderheit das übersehen die Leute immer Städte wie Frankfurt am Main die Minderheit ist hier Deutsch aller Migrationshintergrund 52% mittlerweile also in der Hinsicht ja so ist es wir sind ein sehr also strukturell sind wir ein sehr multikulturelles Land nur kognitiv noch nicht so richtig keine Ahnung wo es da hakt wir könnten uns mal unserer Realität stellen es ist gar nicht so aufwendig und kompliziert ja und wer wie ich in den vergangenen Jahrzehnten gelegentlich dann auch mal Urlaub in Österreich gemacht hat weiß fremde Kulturen da ist das das Gastgewerbe dort also sowohl Gastronomie als auch Hotellerie ist seit Jahrzehnten überhaupt nur noch funktionsfähig gewesen weil ein Großteil der Arbeitskräfte eben keine Native Austrians waren sondern Menschen mit Migrationshintergrund vom Balkan aus der Türkei wo auch immer her das ist einfach die Realität gerade in tourismusstarken Nachbarländern da kann man sich seit 20 Jahren angucken wie das geht wenn es überhaupt gehen soll ich habe den Clip gerade gefunden wir können hier mal kurz ganz kurz wenn wir die Zukunft des Gesundheitswesen ja falls die HörerInnen fragen was Stefan jetzt mit dem dem kognitiven Zustand der Deutschen meint ich glaube das fest ist gut zusammen wir müssen jetzt für unser Deutschland unbedingt kämpfen ganz genau und uns nicht untergehen lassen das ist ganz ganz wichtig das ist ganz ganz wichtig und Herr Putin dass Deutschland bleibt bleibt und wenn Sie uns befreien können Herr Putin kommen Sie her räumen Sie auf also hier Ingo Info wenn über die Zukunft des Gesundheitswesens in Deutschland gesprochen wird dann fällt schnell das Wort Fachkräftemangel der Studie einer Wirtschaftsberatungsfirma zufolge werden in gut 10 Jahren möglicherweise 1,8 Millionen Stellen in dem Bereich unbesetzt bleiben falls nicht gezielt auch jenseits unserer Grenzen nach gut ausgebildetem gesucht wird und diese umworben werden 1,8 Millionen leere Stellen wie viele Stellen gibt es denn insgesamt die 1,9 Millionen? weil heute Dienstag ist der 15. November am Dienstag erreicht die Weltbevölkerung eine Rekordmarke Mensch Nummer 8 Milliarden wird ankommen so viel lebten noch nie auf der Erde ja ich hatte es ja folgend gesagt hier nochmal der Beweis auch die Tagesthemen sind heute schon alles der Meinung heute ist der Tag wie findet man heraus wer die 8 Milliardenste ist? Würfel ich würde sagen also ich glaube in jeder Sekunde werden gerade 10 Menschen geboren ja 13.29 jetzt ungefähr kann es sein dass in Afrika in Nigeria ein kleiner Mubit geboren wird wo die UN sagt der ist auserwählt den holen wir in unserer PR-Aktion rein wer weiß es ist jedenfalls so in der Lebenszeit von Hans hat sich die Weltbevölkerung die Weltbevölkerung mehr als verdoppelt kann man sich das vorstellen? nicht so ganz es liegt aber nicht an mir es liegt nicht an dir du hast nur kleinen Anteil kann ich noch ein bisschen Krisenkram machen? na los und dann gucken wir mal dieses Denkfabrikzeug ja gerne mir gehen die Themen nicht aus aber eine große Krise ist in MV die oder eine wichtige ein wichtiger Bereich in MV ist ja die Schiffsbranche die Schiffbaubranche kennt ja auch Hans aus Bremen in den letzten zweieinhalb Wochen ist das passiert was wir in fünf Jahren auf einem Podcast prophezeit haben dass der malaysische Investor dem die MV-Werften gehörten gesagt hat also ich behalte jetzt das Know-how und melde jetzt Insolvenz an und dieses Global Dream mit dem wir uns ja auch beschäftigt haben diesen riesen Kreuzfahrtschiff das größte der Welt was dort gebaut wird musste dann aufhören gebaut zu werden aber jetzt kommt Stefan halte dich fest und Grüße an Wolfgang M. Schmidt jetzt kommt die Lösung hinter diesem Tor lag bislang eine der größten Investitionsruinen des Landes aber jetzt liegt Hoffnung in der Luft Hoffnung darauf dass hier demnächst weitergebaut wird an der Global Dream und mit ein bisschen Farbe kann man sich auch vorstellen wie aus dem Kreuzfahrtriesen ein Disney-Dampfer wird fünf Schiffe dieser Art gehören bislang zur Disney-Flotte sie steuern unter anderem die Bahamas die Karibik oder auch Kanada an in der Firmenzentrale Disneys in Orlando herrscht heute auf Nachfrage zu den Kaufabsichten Schweigen auch der Insolvenzverwalter der Werften Christoph Morgen hält sich bedeckt und der zuständige Minister will dazu nichts sagen kein Kommentar Puh Geheimniskrämer wir kauften jetzt das unfertige Schiff Ich bin sicher Wolfgang Amschmidt wird das begrüßen solange es einen guten Komfort gibt ja dass dieses saubere Kreuzfahrtschiff gebaut wird zwei kleine Sachen noch in Sachen Krise ist jemand von euch zu Weihnachten eine Gans kommt die auf den Tisch Ich esse nur eine halbe Hans? Nein Okay bei uns auch nicht aber es gibt bestimmt jede Menge HörerInnen die eine Weihnachtsgans zu Weihnachten bekommen das Problem ist dass die Gänse knapp werden aber was jetzt ist das jetzt Fachgansmangel oder was was hier los in Deutschland Fachgansmangel genau was aber jetzt besonders lustig ist der Beitrag den wir jetzt sehen beginnt so und achtet mal darauf wie der Bauer seine Gänse anschreit Sie hört man schon von weitem schnattern die dänischen Mastgänse und Maladenenten hier unter freiem Himmel aufrügen dieses Jahr ist es schwer für Landwirt Holger Kliewe schon im März wurde das Futter für sein Geflügel 50% teurer wegen des Krieges in der Ukraine und dann noch die Vogelgrippe in Frankreich paar Tage habt ihr noch ne? Das ist eine sehr gute menschliche Haltung Ein paar Tage habt ihr noch Herr Fun Oh Gott, oh Gott Menschen so schlimm Also das Futter wird teurer die Versorgung der Gänse wird teurer darum gibt es einen Fachgas Fachgansmangel und damit weniger Gänse Diese Verknappung der Jungtiere hat sich natürlich insofern negativ ausgewirkt dass wir im Bereich Wassergeflügel oder Entengänse ungefähr ein Drittel weniger Tiere in diesem Jahr zur Verfügung haben für die Vermarktung zum Weihnachtsgeschäft wie sonst in den Vorjahren Ein Drittel weniger Gänse Ja, ganz wenig Gänse Dann gab es aber auch die Sorge der Gansproduzenten oder der Gänseproduzenten dass die Leute ja weniger Geld haben und darum auch die restlichen Gänse die zwei Drittel nicht los werden ist aber eine unberechtigte Sorge Ja, und wir haben eigentlich auch ein bisschen Angst gehabt, dass wir aufgrund der Preissteigerung die Tiere eventuell auch gar nicht so los werden wie in den Vorjahren weil die Leute auch alle gefühlt das Geld müssen zusammenhalten Die Nachfrage ist groß auf dem Kliewehof nach Maladenenten und dänischen Mastgänsen trotz der hohen Preise und meistens werden sie am gleichen Tag geschlachtet und verkauft Die, die jedes Jahr eine Gans gekauft haben die kaufen auch immer wieder eine Gans Da muss das einfach sein zu Weihnachten Gänsebraten da ist das so drin Das ist bei meinen Eltern mit dem Fisch so, Hans Mutter erzählt auch immer jedes Jahr der Aal ist teurer geworden aber das muss halt sein Yes Eine Sache noch Ich finde übrigens wenn ich das sagen darf Maladen Maladenenten Das hört sich irgendwie nicht so attraktiv für mich an Also Maladeenten Können wir die nicht Balladenenten nennen? Weil sie schön singen können Die sollen so lebend rein in den Saalen Vielleicht haben die ja Covid oder so Maladen Malaria Eine Sache noch Ein Trend zumindest in Norddeutschland ist Kettensägenlehrgänge weil wir haben ja Energiekrise da könnte frisches Holz helfen Ja Viele Menschen suchen momentan nach Alternativen zum Heizen erzählt der Forstwirtschaftsmeister Holz besonders beliebt Der Motorsägenschein ist Voraussetzung dass wenn ich jetzt in den Wald der Landesforsten gehen möchte dann sagt mir der Rivierleiter Mensch okay du kannst bei mir Holz machen Ja kannst du da mit der Motorsäge umgehen hast du ein Zertifikat gemacht hast du so ein Motorsägenlehrgang gemacht und wenn der Teilnehmer das dann vorlegen kann dann kann er eingewiesen werden in diesen Beständen Bäumefällen und Bäume aufarbeiten um Holz zu bekommen Das hätte ich jetzt nicht gedacht dass das der Sinn ist diese Angelegenheit ja Du kannst ja nicht einfach so in den Baum in den Wald gehen und dir einen Baum holen Dann würde das ja jeder machen dann hätte man keinen Wald mehr auch hier noch ein kleiner sprachlicher Hinweis der Einleitungssatz der Reporterin war ja viele Menschen suchen nach Alternativen zum Heizen die Alternative zum Heizen wäre doch eigentlich der warme Pullover Richtig Ja das Hans das Holz was sie von dem Baum bekommen das wird ja nicht in den Ofen gesteckt das wird quasi um sich herum gebaut damit das Holz vor der Wärme schützt oder so Ja bestimmt Man kann aus Holz auch Klamotten machen ich habe ein T-Shirt das ist aus Baumwolle im Sinne von Baumwolle Ohne Schatz Ist das nicht kratzig? Nein Das ist das weicheste T-Shirt das ich habe wirklich Das ist ein Weichholz Jetzt sind wir ja ein medienkritischer Podcast und obwohl ich die Regionalmagazinberichterstattung in der Regel lobe was ich jetzt anzumerken habe was ich euch jetzt aufzeigen möchte finde ich sehr problematisch weil diese Kettensägenlehrgänge waren offenbar ein beliebtes Thema bei den Regionalmagazinen dass man sich gedacht hat naja wenn die einen so einen Beitrag machen dann kopieren wir den einfach und ich habe jetzt einfach mal ich habe jetzt einfach mal den Kettensägenlehrgangsbeitrag des Nordmagazins für euch gegengeschnitten zum Kettensägenlehrgangs Magazinbeitrags des Schleswig-Holstein-Magazins wer jetzt zuguckt wird auch die Einbindung sehen sodass ich dass ihr sofort wisst was was ist das sind beide Beiträge zusammengeschnitten über dasselbe Thema und ich möchte eine Kritik von Staffan danach hören Beitragsbeginn Das Problem beginnt manchmal schon beim Anwerfen Motorsägenlehrgang im Wald bei Rickling da siehst du jetzt hier diese Markierung oh das ist ganz schlecht und die zeigt wohin dahin ja und da wollten wir den Baum nicht haben wir wollten ihn dahin haben wichtig für alle Teilnehmer wohin soll der Baum fallen du hast die Pavillon gewählt das ist nicht wirklich nochmal kontrollierend bei euch kommt es nicht auf Schnelligkeit an sondern dadurch dass ihr die Bäume ja auch runter haben wollt wenn die irgendwo drinnen hängen dann habt ihr davon ja auch nichts hier bist du ein bisschen zu weit gekommen ja da dieses Stück hätte auch noch stehen bleiben sollen das Bruchleiste ok aber das ist alles würde ich sagen der Aufregung geschuldet das war dein erster Baum aber es ist klasse geworden verstaucht man sich das Handgelenk wesentlich schneller ich glaube wir haben es in der Theorie versucht vernünftig zu vermitteln und ich muss sagen sie hat es verstanden das sage ich den Leuten eigentlich immer das machen ist etwas anderes aber ich muss erst wissen was ich machen muss und das andere ist eine Übung und da stellt sie sich gar nicht so dumm bei an sage ich mal so das ist sehr sehr aufregend sehr sehr spannend und dieses Vertrauen ist einfach noch nicht da also so man denkt noch zu viel nach oder extrem viel nach also und da ist einfach keine Routine drin also das kommt glaube ich über die Zeit also für mich ist es Schwerstarbeit heute auch Saskia Knobst gibt beiden Ausbildern eine Bestnote ja ist immer Luft nach oben aber ich will zahlen in eins also der Beginn der Kettensägen Lehrgangsbeiträge war derselbe dann als Thema dann wie wird der Baum richtig gefällt in welche Richtung haben sie genau dasselbe gemacht dann gab es ein O-Ton von dem Lehrgangsleiter und dann ein O-Ton von einer Frau ja das ist irgendwie wenn du Nachrichtenredaktionen den Auftrag gibst bringt er mal einen Bericht mit sieht das so aus wenn du so einen YouTuber oder so einen Instagram Story Macher da irgendwie hinschickst sieht das total anders aus und irgendwo dazwischen ist glaube ich die Lösung aber Hans wer hat da von wem abgeguckt oder ist das Zufall dass die Beiträge genau gleich aufgebaut sind keine Ahnung kann das eine sein kann das andere sein wie Stefan sagt also mit klassischen Magazinen mit klassischer Magazindramaturgie so eines Beitrags ja ein Beitrag muss ein Anfang haben und ein Ende haben und ein Anfang ist natürlich wenn es um Kettensägen geht wir schmeißen die Mühle mal an das ist wirklich sehr naheliegend darauf kommt man dann auch wenn man nicht abguckt aber es kann auch sein dass jemand das gesehen hat und gesagt hat hier Kollege guck mal das gibt es doch bei uns auch lass uns das auch machen ich weiß nicht was es war es ist alles möglich vor allem da stehen fünf Leute mit fünf Kettensägen und natürlich kommt der in den Beitrag der sie nicht ankriegt der hat fünf Versuche oder auch es ist das alte Prinzip Hund beißt Mann ist keine Nachricht Mann beißt Hund Säge springt an ist keine Nachricht Säge springt nicht an ist eine Nachricht es ist diese Uhr eine richtig gute aber sie hat sich nicht so dumm angeschrieben ja das war der O-Ton des Tages auf der anderen Seite sie hat ihm das ja am Ende zurückgegeben das fand ich dann auch ganz schön war schon gute Stimmung ja immer Luft nach oben wie war denn die Stimmung bei diesem Konvent bei dieser Denkfabrik ja ihr habt es ja beide geguckt ich habe es mir gespart die Stimmung war gut Hans willst du zuerst deine Clips oder soll ich mal meine Clips oder zwischendurch lass uns also erstmal sagen worum es geht in Berlin hat sich eine Denkfabrik gegründet die nennt sich Denkfabrik und unter dem Titel R21 R steht für Republik und das sind überwiegend Menschen aus dem würde ich jetzt mal sagen konservativ bürgerlich bis hin zu konservativ liberalen Lager die sich große Sorgen große Sorgen darum machen dass diese Gesellschaft von Woken Linken unterminiert und unterwandert wird die durch ihre geheimbündlerische gefährliche erfolgreiche Tätigkeit viele Freiheiten oder die Freiheit an sich in dieser Gesellschaft in höchstem Maße gefährden und dagegen will die Denkfabrik jetzt ihre Fließbänder einschalten und produziert Aufklärung und Gegenmacht das ist der Anspruch Stefan richtig der Rödder wir kennen ihn als Kommentator in der Phönix Runde der auch schon mal ohne dass er das irgendwann nochmal glaubt anführen zu müssen auch mal im Vorschlag war CDU Minister auf Landesebene zu werden und so weiter aber keine Ahnung er ist jetzt ein Mann der Wissenschaft das ist ein Pseudo er nennt sich ja mal Historiker aber wird mal weggelassen dass er CDU Typ ist ja also total das muss ja kein Widerspruch sein ja ja der hat mich mal Linksextremist genannt ja also er hat hier eine Einführung gemacht er sieht sich angegriffen und wir hören uns das mal kurz eine halbe Minute an heute widmen wir uns Identitätspolitik als Bedrohung von Links Sie sehen auf unserem Programm dass wir eine Palette von unterschiedlichen Themen Perspektiven und Referenten zusammengestellt haben die qualifizierte Expertise aus wissenschaftlicher Beschäftigung und eigenen Erfahrungen einbringen im Vorfeld dieser Konferenz war ja auf den sozialen Medien ein bisschen was los und danach auch es gab Antisemitismus-Vorwürfe und so weiter ja lass mich an der Stelle einhaken das passt nämlich ganz gut nachdem sozusagen der Präsident der Gesellschaft dass die große Überschrift da hingesetzt hat wurde das dann noch weiter ausgeführt von Susanne Schröter Islamwissenschaftlerin die in der Vergangenheit sowohl die Freiheit der deutschen Gesellschaft durch einen radikalen politischen Islamismus bedroht sieht aber dieses inzwischen auch ausweitet auf die gesamte wokee Linke und das führt sie jetzt oder hat sie dann da sozusagen dem geneigten Publikum auch ausgeführt Identitätspolitik und wokee Kultur im Übrigen woke heißt erwacht ja woke aus dem das sind die Erwachten diejenigen die den Durchblick haben sozusagen und so bezeichnen sich die Aktivisten als diejenigen die aufgrund ihrer Wachheit jetzt für sich den Auftrag sehen die Gesellschaft endlich umzuerziehen und aber dieses gesamte Programm führt natürlich dazu dass aus einer Gesellschaft die auf der Grundlage der Gleichheit der Gleichheit und Freiheit aller Bürger besteht dass daraus eine Gesellschaft wird die atomisiert ist wo sich Menschen in unterschiedlichen Bubbles in tribalen Strukturen wiederfinden und nahezu nicht mehr miteinander kommunizieren weil der andere mit Verdacht belegt wird und Streitkultur die wir brauchen in unserer Gesellschaft in unserer pluralistischen sich schnell verändernden Gesellschaft wir brauchen Streitkultur wir müssen uns auseinandersetzen damit wir Lösungen für Probleme finden Streitkulturen endet da wo Identitätspolitik beginnt ja Streitkultur oder Identitätspolitik Identitätspolitik ist der Angriff von links angetreten um alle Streitereien zu beenden und damit die alten vorherrschenden wie sie komplett aus dem Spiel zu nehmen wer sich jetzt fragt wer ist sie den Rötter habe ich zumindest noch erkannt so der tauchte schon ein paar Mal im Fernsehen auf aber wer ist sie hier eine kurze historische Anmerkung ein ähnliches Erlebnis da habe ich einen Referenten eingeladen einen führenden Polizisten der über seinen Polizeialltag sprechen sollte und im Nu gab es an der Frankfurter Goethe-Universität eine Unterschriftenliste von Studenten aber auch von Mitarbeitern und Professoren und auch außerhalb der Universität im linken Spektrum forderte man dass diese Veranstaltung nicht stattfinden dürfe so also sie hatte damals vielleicht erinnert sich der ein oder andere irgendeine Veranstaltung an der Goethe-Uni Frankfurt gab es so eine Vorlesung mit einem führenden Polizisten sie wollte ihn doch nur fragen wie ist es so im Polizeialltag wir hören mal kurz weiter ich habe damals mich einschüchtern lassen muss ich ganz ehrlich sagen weil ich damit gar nicht gerechnet habe und habe dann Rainer Wendt um den es sich handelte unter großem Bedauern wieder ausgeladen ich glaube er hat es mir nicht wirklich übel genommen weil er meine Not gesehen hat also es war die Veranstaltung mit Rainer Wendt die damals hier für bundesweites Aufsehen erregte weil einfach die ganze Uni gesagt hat ach nee wir haben einfach keinen Bock und ein paar haben auch gesagt nee wir finden es auch blöd und das fand sie dann nicht so gut dass Rainer Wendt von dem wir wissen als Gewerkschaftstype war da eh nicht mehr auf der Straße oder so linker Typ das ist so ein linker der kann sowieso nicht vom Alltag berichten aber gut so ist es halt ich meine wenn sie ein Problem mit der Streitkultur hat und den Woken sollte sie sich vielleicht mal den Woke Up Podcast anhören den was? ach den Woke Up Podcast ja genau also ich meine dieses da müsst ihr nicht zufrieden sein ja dieses was wir da gehört haben das sind die Aufgewachten und so weiter das in der Terminologie und in der Assoziation ist das ja nahe an den Zeugen Jehovas die uns den Wachturm verkaufen wollen das ist ein sowas von Zerrbild ich glaube da ich habe nie so häufig von Menschen die nach Meinung der R21 Denkfabrikanten wohl dazugehören ich habe nie so häufig von denen das Wort Woke gehört wie bei dieser Etikettenverteilung hier das ist sozusagen sie sie sehen sich selbst als Opfer dieser gefährlichen Unterdrückungsbewegung und das wird dann auch wir haben das jetzt schon gehört wie das bei der Veranstaltung in Frankfurt gewesen sei und die Vorsitzende des Netzwerks Wissenschaft im Rahmen dieser R21 Denkfabrik Frau Kostner sieht das als grundsätzliche Strategie an das hat sie auch zu Gehör gebracht mach mal Stefan also etwas was ganz klar nicht in irgendeiner bösen Absicht ist sondern wo man Begriff verwendet um etwas zu bezeichnen dass das dann nicht mehr geht und Personen wirklich dann auch schauen und das ist ja auch ein missbrauchsanfälliges Instrument wo kann ich jetzt eine Skandalisierung finden wo kann ich jemanden anklagen und wir haben auch in Deutschland inzwischen nicht in dem Maße wie in den USA aber überall Institutionen geschaffen wo man sich beschweren kann die nachgerade darauf warten dass jemand kommt der sich beschwert man muss sich die Hände nicht selber schmutzig machen sondern man geht zu jemand anderen und sagt mach mal Sie haben jetzt ja auch stark gemacht in den unternehmerischen Aspekt gewissermaßen haben das das polemische Wort von den Agenda Wissenschaftlern gebraucht wenn ich jetzt auf diese Polemik noch eine halbe Polemik draufsetze hieße das dann mediocre Wissenschaftler die also nicht seriös Wissenschaft zu betreiben verstehen verlegen sich eben aufs Moralbusiness und dort sind sie gewissermaßen aller wissenschaftlich seriösen interdisziplinären Überprüfung enthoben also würden sie so weit gehen dass man gewissermaßen es bewusst als Ausweichfeld sucht um akademische Meriten zu ernten die man andersorts nicht bekäme ja die schwachen Wissenschaftler die kommen ja nicht mehr vorwärts und gehen deswegen ins ins Woke-Business der Aufmerksamkeitsökonomie ja also das ich meine das was die quasi Rechten den linken Identitären in Anführungsstrichen vorwerfen das gilt dann das gilt doch auch für sie also wenn sie mit einem Finger auf die linken Woken zeigen dann zeigen sie ja mit drei Fingern auch auf sich und wenn sie dann sagt ja wo kann jetzt skandalisiert werden wo kann angeklagt werden das machen die Rechten doch ständig wenn irgendwo gegendert wird sie reden eigentlich immer spiegelbildlich auch über sich selbst ja das ist das interessante dabei das wird in weiteren Beiträgen dann auch noch deutlich das was nee 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 ist ja richtig dass dir das an der Stelle hier auffällt das was sie als Vorwurf an die angeblich macht übernehmende Woke linke Community richten ist wie du sagst mindestens drei oder vier Finger weisen auf dich selbst zurück das ist sozusagen sie verstehen deswegen etwas davon von diesem Business weil sie es selbst betreiben wenn man um das um das als Beispiel zu nennen wenn sie sagt ja es gibt jetzt hier Leute die machen da ein Geschäftsmodell draus die machen Beratungsinstitutionen wo kann ich mich denn beschweren so wenn wir jetzt mal gucken wenn man jetzt mal nee wenn man jetzt mal gucken würde im Bundestag ehemalige Bundestagsabgeordnete oder andere wie viele gibt es die dann ihre Beratungsbüros aufmachen die ihre Coaching Zentralen aufmachen also sozusagen die Skandalisierungsfähigkeit von Themen oder die Ausbildungsbedürftigkeit von Menschen zur eigenen Geschäftsidee zu machen wenn man das empirisch sich angucken würde gibt es glaube ich in Deutschland deutlich mehr Menschen aus dem nicht linken Sektor die genau diese Geschäftsmodelle schon ziemlich lange betreiben als diejenigen die jetzt hier als Voke Linke damit identifiziert werden also ich hätte jetzt als nächstes ein paar Stegemann Clips es sei denn Hans du jetzt noch ja ich würde nachdem wir wir hatten also sozusagen bis jetzt die Wissenschaft die angeblich von den Voken unterwandert und gefährdet wird und damit die Freiheit es ist aber nicht nur die Wissenschaft sondern auch der unser Beruf der Journalismus das hat Judith Bassard mit großem anklagenden Ton vorgetragen eine soll ich sagen Kollegin eine eine Angestellte eine frühere Angestellte ich glaube bei Springer die dann gekündigt hat dort weil Springer zu nachgiebig eingeknickt ist vor den Voken wer hätte das gedacht und das führt sie jetzt aus woran eigentlich oder in welcher Weise der Journalismus als Ganzes schon unterwandert sei oder das Ständern der Sprache das vor allem vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit voller Überzeugung betrieben wird obwohl fast jeden Monat eine weitere Studie beweist dass die Mehrheit der Gebührenzahlen der Bevölkerung das Ständern ablehnt ganz zu schweigen von der Tendenz das Kopftuch als ein Zeichen der Emanzipation umzudeuten oder die Gewalt im Islam die sich sehr oft gegen queere Menschen richtet komplett tot zu schweigen das alles ist ganz klar kein Journalismus mehr sondern Aktivismus der mit einer so krassen Arroganz einem so krassen Partialismus betrieben wird dass sich immer mehr Menschen von den klassischen Medien abwenden also die Rechten regen sich über Gendern auf sagen auch dass die meisten Deutschen das stimmt ja dieses Gendern ablehnen ob jetzt nur 60% oder 80% also die absolute Mehrheit Riesenmehrheit ist auf deren Seite und trotzdem tun sie so als ob es andersrum ist ja ja also die die kleine Minderheit die für Gendern und Identitätspolitik aus linker Perspektive ist die sind auch noch ein Problem die müssen mal null sein irgendwann ja Hans lass uns doch mal deinen vierten Clip hier ja mach wir machen einfach cold Christina Schröder ich glaube Josef Joffer hat das mal so schön gesagt die die so ticken das ist eine Minderheit aber die sind im Besitz der kulturellen Produktionsmittel Medien in den Unis in den NGOs und deswegen schaffen sie es Schritt für Schritt es zu institutionalisieren zum Beispiel über das Beauftragtenwesen und deswegen also mittelfristig bin ich schon optimistisch und glaube es wird sich die Welle wird wieder abflachen so wie wir auch antiautoritäre Erziehung in den 60er Jahren war mal ganz groß und im Nachhinein sagen wir das war eine Verirrung ich glaube bis das in 20 Jahren wir das auch sagen werden aber ich fürchte erst mal bis dahin wird es nochmal eine harte Zeit für die Freiheit also ist so ein bisschen antisemitische Dog Whistle antisemitisch würde ich das nicht nennen ja aber so Kulturproduktionsmittel in Hand von einer Elite ja aber das 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 Verrückte ist ja dass eine Politikerin die nicht im Verdacht steht linkes Gedankengut zu haben auf einmal zitiert die dann marxistische Terminologie besitzt der Produktionsmittel und so weiter da wo es ihr in den Kram passt das ist intellektuell so unseriös wie etwas nur sein kann das kann man doch mal machen ja das kann man mal machen es ist historisch wo sie dann sagt ja das war ja bei der antiautoritären Erziehung auch so das das wurde war mal so der heiße Scheiß und jetzt sagen alle oh Gott wie falsch keine Gewalt an Kindern das hat sich ja überlebt das ist das ist das ist historisch sowas sowas von Unsinn wer sich Erziehung in der Kita in der Schule in der Familie heute anguckt und im Vergleich zu sagen wir mal 1965 da wird immer noch geschlagen da liegen Lichtjahre da liegen selbst in konservativen Familien Lichtjahre dazwischen und das sind Auswirkungen von antiautorien Diskussionen und Prinzipien und Versuchen die natürlich nicht eins zu eins weiter gegeben werden die aber in reflektierter Weise Gesellschaft und auch Erziehung durchdringen und wenn Schröder ernsthaft glauben sollte aus der Tatsache dass die antiautoritäre Erziehung nicht wie sie 1970 71 ausprobiert wurde dass aus der Tatsache dass sich das nicht jetzt eins zu eins fortgesetzt zu findet sei deutlich geworden dass es gescheitert sei dann hat diese Frau von gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen noch weniger Ahnung als man sowieso schon gedacht hätte das ist unglaublich aber das war ja eh auf diesem ganzen Veranstaltungspaneln und Redebeiträgen so ein bisschen schwierig was so Approximationshoffnung näher zur Realität angeht und so wollen wir mal ein paar Stegemann Clips gucken ja ich kenne ihn ja gar nicht aber irgendwie Aufstehen damals mitgegründet gilt so als der Wagenknecht Linker genau Counterpart zu Wagenknecht Bernd Stegemann er ist Dramaturg Professor für Dramaturgie an der Ernst Busch Schauspielschule in Berlin ist definiert sich selbst als Marxist und hatte aber großes Vergnügen daran glaube ich auf dieser Veranstaltung die Menschen dort mit ein paar unbequemen Wahrheiten zu konfrontieren das hat er sehr elegant und charmant gemacht währenddessen klingelt es bei mir weißt du woran mich diese Veranstaltung erinnert an Christoph Ploss Christoph Ploss der war da vor ein paar Wochen bei uns der CDU aus Hamburg ach so ja 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 diese junge dynamische Nachwuchskraft bei der CDU da hast du doch am Ende noch über das Gender mit ihm 20 Minuten diskutiert und ihn auseinandergenommen ich habe ihn nicht auseinandergenommen ich nehme keine Leute auseinander rhetorisch du hast anhand seiner eigenen Worte die er in seinem Buch geschrieben haben soll ja was habe ich verpasst ja hier der CDU der CDU der CDU war letztens bei uns und der hat auch über Gendern in seinem Buch geredet und dass es jetzt irgendwie Regeln gibt und dass es Vorschrift ist und so weiter und Hans da immer nur so wo denn was denn stimmt doch gar nicht grotesk grotesk der Philipp Amthor des Westens Stegemann ja ich wie gesagt kannte ihn wenig ich weiß natürlich so ein bisschen hier aufstehen bisschen Dramaturgie pipapo höre dann diesen kleinen Ausschnitt zwei Dinge die um die wir alle kreisen das eine ist quasi die bestimmte Protestlogik oder Aktivistenlogik und das andere ist der Anti-Universalismus der Identitätspolitik ich fange mal mit der Protestlogik an gibt es ja in der Systemtheorie schöne Überlegungen zu ich komme ja quasi aus dieser Luhmann-Schule da ist quasi Protest Reduktion von Komplexität das heißt also ich muss es schaffen eine möglichst scharfe schwarz-weiß Unterscheidung gut böse Unterscheidung in die politische Kommunikation hineinzubringen das Klima hat mir den Auftrag gegeben alle die mir widersprechen sind jetzt Klimaleugner das habe ich ja so noch nie gehört also dieser Satz ist Komplexitätsreduktion der passt natürlich überall aber wenn man das schon auf so einer vulgären Logik dann ist es doch mehr das Thema Vertrauen oder was man da bei Luhmann immer rauszieht bei Protest habe ich das noch nicht gehört du kannst Luhmann aber vielleicht kennt er irgendwie andere Texte als ich was ich nicht glaube und das ist albern weil hier hört man sofort das sind so Leute die dann Wittgenstein die Welt ist Wille und Vorstellung warum ja da doch auf seinem Buchcover geschrieben Punkt irgendwie das ist so die die Tiefe um die es hier geht und das ein Protest einfach nur die Redaktion also die Reduktion von wir mögen es nicht so kompliziert wir brauchen es einfach wir müssen ja mobilisieren also Schwarz-Weiß Klimaschutz oder Tod dass das irgendwie da braucht man dann nicht Luhmann für also das kann man dann auch einfach selber da kann man sagen ich Stegemann sage das ist zu einfach wie der Protest abläuft Punkt da muss man dann nicht so einen komischen Popanz aber er hat ja die ganze Zeit und ich finde es grandios wie er es gemacht hat weil das so eine ganze eigene Schöpfungshöhe von Klamauk ist so insgesamt hier bringt er mal nächster Bahnhof Habermas ja nächster Halt ist Habermas es geht mir gar nicht so sehr um die inhaltliche Auflassung es gibt den autoritären Identitätspolitik Donald Trump es gibt die progressive es gibt verschiedene Varianten aber es ist eine Methode und diese Methode ist an sich toxisch egal ob sie von rechts oder von links verwendet wird egal welchen Inhalt diese Methode zerstört die Grundlage die wir brauchen damit in einer Demokratie durch diese ganzen dann schwierig zu erlernenden Habermas Regeln überhaupt noch es zu Kompromissen und Einigung kommen kann die Habermas Regeln im Sinne von hier diese Gütekriterien für wahrhaftig wahre Dingsterbumskommunikation das ist jetzt so Handbuch oder was Lehrbuch dritte Klasse da lernt man das wie man das macht und wenn man es nicht macht dann geht man den falschen Weg und wird plötzlich zum woken Protestler der sich zu einfach macht das ist wirklich es ist so grandios wie Thilo es vorhin meinte das wirklich gespiegelt wird sie hören immer die rennen ja dem mit den einfachen Antworten hinterher und jetzt sympathisieren die ja mit diesen Leuten mit den einfachen Antworten und sagen denn es sind ja die anderen die das machen wir sind ja genau die Opfer von dieser ganzen Taktik die anderen kommen ja mit zu einfachen Antworten während wir die Streitkultur verlangen und fordern und uns niemand dieses Geschenk macht man ordentlichen Streit mit uns zu machen stattdessen werden wir hier rausgewogt und überall nur noch erniedrigt und das ist grandios wie diese Opferrolle während man gleichzeitig an so einem Rednerpult in so einer keine Ahnung das ist ja hier es sieht mir nicht aus wie so eine Straßenkampfbühne wo man sich nochmal kurz hört mal alle zu ich hab noch was zu sagen sondern das scheint mir hier irgendwie so im mitten im Nest wir sind so marginalisiert wir bekommen gar keine Räume mehr die wir teuer mieten genau ja es ist wirklich es ist grandios bescheuert wir werden wie die AfD behandelt ja es ist echt so ein Abfeiern von ne ihr robbt gerade gar nicht durch den Schlamm mit zugeklebten mündern sondern ihr steht auf der Bühne und haltet reden also was versucht ihr uns ja irgendwie zu erzählen ich meine das was wir vorhin beim Bürgergeld gesehen haben wie die CDU quasi sich an die AfD ran robbt politisch ist das jetzt quasi aus einer kulturpolitischen Sicht also die CDUler und konservativen robben sich an die rechte Identitätspolitik der AfD ran ja wobei ich weiß nicht hast du noch mehr Stegmann oder Stefan ja ok geht gleich weiter ja mach mal ok wir springen mal kurz in so ein die Rede ist gehalten es gibt noch ein kleines wie heißt es Feierdings Plays Talk Dings der Bums Situation wo das Publikum auch nochmal kurz was sagen darf haben sie die Hymne gesungen aha ne die Hymne wurde nicht gesungen Stegmann sitzt also in so einem kleinen Panel und wie soll man sagen das Name Dropping hat kein Ende nach Luhmann und Habermas kommt nochmal kurz Elon Musk vielleicht haben wir irgendwie die Lösung oder ich meine wir können jetzt über was schönes reden also Elon Musk natürlich und macht der nicht eigentlich gerade zumindest versucht er den Gegenbeweis anzutreten ich meine er ist erklärtermaßen Kapitalist hat sie jetzt Twitter geholt hält nicht mit seiner anti-walken Meinung hinterm Berg ist ihm sogar egal ob irgendwie Werbekunden abspringen die sagen sie hätten lieber gerne politisch korrekte Dinge auf Twitter also er pfeift ja gerade wirklich auf alles kann das irgendwie der Erste sein der da versucht diesen walken Kapitalismus zu brechen keine Ahnung wir werden es sehen ja also Elon Musk pfeift gerade auf alles ne Elon Musk pfeift gerade aus dem letzten Loch und wir können uns alle noch in drei Jahren ungefähr so vorstellen wie die Geschichten dann ablaufen was das für ihn für eine Zeit war das ganze Vermögen einmal halbiert einen absoluten Schrotthaufen gekauft kein Plan überhaupt und jetzt wird er auch noch rechts und links boykottiert es ist ihm egal wenn die Werbekunden abspringen ne der leidet gerade tausend Tote und die sitzen einfach daran versuchen noch so ja ist das nicht unser Mann versucht er nicht irgendwie die Woken gerade zu brechen den Woken Kapitalismus als Kapitalist das ist ja wie ein Marxist auf der Bühne der hier und so es ist verdreht ohne Ende also Luhmann Habermas Musk wer fällt ihm noch ein er muss noch mal Habermas nennen aber er hat dann noch einen fünften weil wie soll man denn eigentlich die partikularen Ansprüche noch durchsetzen wenn ich gleichzeitig negiere dass es einen Universalismus für alle gibt dann bin ich ja wirklich noch im Kampf aller gegen alle so wie Hobbes es beschrieben hat und das ist ja auch genau der Grund warum Habermas so ein erklärter Gegner davon ist dass er sagt das kann nur in die Hölle führen insofern ist es tatsächlich ein schwieriges Problem aber eben nicht nur von Linker auch von Rechter aber eben auch von Woker und all diesen anderen Methoden die versuchen jetzt irgendwie mit dieser Ausnahmezustandslogik quasi einen schnellen Geländegewinn zu erreichen einen schnellen Erfolg zu erreichen ohne Hammermaß ist Hobbes ab in die Hölle aber wir sind ja ein Wolfs Podcast also hier Wolf und der Weide und so passt eigentlich wieder Au ja das ist so ja wobei wobei ich finde er hat an einem Punkt recht und das war für mich sozusagen die interessanteste Position wenn man wenn man schon auch mal eine ernsthafte Auseinandersetzung führen will mit dem was was manche Leute da auch an Diskussions und Diskurs oder auch nicht Diskurs Form entwickeln den spüren wir ein diesen Clip also den finde ich nicht so ganz unberechtigt du meinst Stegemann dein sechsten okay ich würde mal sagen alle hier im Raum sind gegen Diskriminierung die Frage ist ja nur mit welchem Mittel versuchen wir das und deshalb habe ich auf diese Protestlogik abgehoben Protestlogik oder Aktivismus ist ja im Prinzip eine Beschleunigungstechnik gegen die Langsamkeit von demokratischen Verfahren also sie ruft den Ausnahmezustand aus damit die Sache nicht so unfassbar lange in irgendwelchen Arbeitskreisen diskutiert werden und am Ende vielleicht auch gar nicht so schön entschieden werden sondern sie versucht quasi eine Ad-Hoc-Erscheinung herbeizuführen und das hat offensichtlich eine wachsende Faszination auf Menschen und dann sind wir natürlich in dem großen Bereich des Populismus drin also der Populist sagt ja es gibt das eine große Problem wir und die anderen wir die guten die anderen die bösen das kann man unterschiedlich aufladen dieses wir die und ich sage euch ich weiß wo die Lösung ist und deshalb folgt ihr mir und dann werde ich euch ins gelobte Land führen das ist ja quasi die super einfache super brutale Reduktion von Komplexität und die löst offensichtlich weil die Welt eben so schrecklich chaotisch und immer chaotischer wird bei immer mehr Menschen eine große Sehnsucht aus und das ist das wovor ich ja wirklich Angst habe dass diese Sehnsucht immer weiter getriggert wird auf unterschiedlichsten Ebenen sie wird von ganz rechts und von Identitätspolitik und von Woken immer immer sind es eigentlich das ist es dieselbe Methode eine einfache radikale befreiende Lösung für einen irgendwie gefühlten gordischen Knoten anzubieten also wir haben jetzt ein paar Vertreter von letzter Generation Fridays for Future und so weiter gesehen bei Lanz auf der Bühne überall ist da irgendeiner aufgetreten mit so einem Spruch auch nur im Entferntesten ich führe euch ins gelobte Land bitte folgt mir nach oder war der Kino da nicht mehr Leute wir wollen einfach nur die Komplettkatastrophe verhindern wir haben davon gar nichts wir wollen auch wir wollen das gelobte Land verteidigen ja es ist wirklich diese also dieses Leben in der Welt aus Wille und Vorstellung was der Stegermann uns hier vormacht ja das ist echt nicht das ist wirklich ein bisschen übertrieben ja auf der anderen Seite hat er du hast recht Stefan wenn wir uns die Protagonisten meistens ziemlich klug argumentierende Menschen oder mindestens nachvollziehbar argumentierende Menschen angucken aber es gibt ja auch einen Diskurs auf anderer Ebene und wenn einem dann relativ häufig entgegengehalten wird wenn man versucht argumentativ etwas zu begründen wenn du dann nur liest alter weißer Mann und alleine deswegen falsch also diese diese Form von von verballhornender Kürze bei das war bei Trump dann eben Fake News ja liberale Fake News diese Form von Verkürzung gibt es eben auch aus dem ich sag's jetzt mal Lager und wenn er da auf solche systemischen Prozesse hinweist damit hat er nicht so ganz Unrecht aber wir müssen doch hier klar differenzieren zwischen so ein Klamauk scheiß Blödsinn wie von Sophie Passmann die halt solche bekloppten Bücher schreibt und ganz legitimen Ansprüchen wie nenn's bitte nicht Zigeuner so weil ich komm und so weiter da kommt doch keiner mit das gelobte Land nenn's nicht Zigeuner so wir wollen ins gelobte Land bist du bescheuert du kannst es doch hier nicht aufhalten auf unserer Autobahn ins gelobte Land das gibt's doch so gar nicht das ist nur ausgedacht das ist einfach die haben sich hier ihren rosa Elefanten einfach mitten in den Raum gestellt und ich glaube du kannst auch ihn wenn auch nur an diesem einen Clip auch nur verteidigen weil jetzt du wiederum zu früh diesen Clip abgeschnitten hast ich lasse mal durchlaufen wie dieser Clip direkt im Anschluss weiterging und das ist aber etwas mit Luhmann und Habermas Legitimation durch Verfahren ich glaube was wir mühsam gelernt haben nach 1945 ist doch dass wir es aushalten dass es dich den Führer gibt der uns ins gelobte Land führt sondern dass wir aushalten müssen dass wir miteinander das mühsam herausfinden was das Richtige ist und dieses Aushalten des mühsamen herausfindens das erlarmt und es erlarmt auf eine wirklich brutal schnelle Art und Weise und das halte ich tatsächlich für eine wirklich gefährliche Situation ich fasse kurz zusammen der Clip geht gleich noch weiter es ist eine wirklich gefährliche Situation wie er sagt dass diese Woken immer noch einen Führerwunsch haben und da frage ich mich worüber redet er gerade worüber redet er gerade ist das hier irgendwie so eine Selbstbelustigung die da auf der Bühne stattfindet von so einem Intellektuellen der irgendwie Oma Erna vor sich sitzen sieht und denkt ich halte jetzt mal einen geilen Vortrag du hast es verstanden Oma Erna du kommst aus dem zweiten Weltkrieg raus du hast verstanden du brauchst keinen Führer in deinem Leben aber die Woken die heute dein Leben bedrohen die hängen ja immer noch im Führerwunsch nach und deswegen machen wir eine Veranstaltung das sagt er ja nicht na klar hat er das gesagt aber da wären wir bei der Umkehrung die Rechten wollen Führer absolut das ist diese Umkehrung ja was er sagt und deswegen finde ich gut was er an dem Punkt sagt dass in Form von Reduktion von der Argumentation in der wo du relativ schnell und das ist bei manchen schlicht und einfach so bei ziemlich einfachen Etiketten landest da steckt drin dass die diskursive Konsensfindung einfach behindert und erschwert wird so dass diese Beobachtung dass das in der Struktur drin ist würde ich absolut teilen ich würde sie nicht als Gefahr so dramatisch hochhängen wie das mindestens die die ihn da eingeladen haben wohl gerne hätten jetzt ist er Professor an der Schauspielschule er inszeniert sich da auch selbst und er gefällt sich auch selbst hat er da auch mal Eitel gesagt in der Rolle ich bin jetzt hier der Buhmann und so also er überinterpretiert das aber in dem was er sagt steckt finde ich auch ein mehr als ein Körnchen ein Korn ein größeres Korn von Wahrheit nichts anderes wollte ich sagen ich musste lachen beim Clip davor meinte er ja so ja wir sind hier ja alle gegen Diskriminierung und dann das Gesicht von Anna Schneider sind wir wirklich ich weiß nicht ich weiß nicht so Hans ich will es genau das Gegenteil behaupten von dem was du jetzt gesagt hast aber nicht um darüber zu diskutieren sondern nur damit sich der Hörer im Wettstreit der Argumente hier nicht einem Führerwunsch anhängt sondern sich alternieren Hans nicht aufstehen nein 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 also ich habe mich festgeklebt auf dem Spiel das was die hier kritisieren ist ja dass die von ihnen kritisierten nämlich die angeblich Woken Raumgewinner haben und zwar echte ja wir reden jetzt über das Klima weil es den Jungen von Bedeutung ist ja wir haben jetzt überall so Quotenregelungen in den Parteien bei den Listenaufstellungen weil das ein Anliegen in der Gender Dimension ist und so könnte man die Liste irgendwie durchgehen ja Armut zum Beispiel müsste in Deutschland auch nochmal so thematisiert werden dass die 15 Millionen die irgendwie betroffen sind von dem Niedriglohnsektor und so dann auch wirklich mal schicksalsgemeinschaftlich aufstehen und einfach sagen ne Lindner ich finde es nicht so cool und Lindner dann wirklich mal zurückstellen muss ja also Raumgewinne gegeben werden müssen das ist aber nicht vergleichbar und überhaupt nicht in dieser Dimension ausgeprägt wie er das hier thematisiert dass das nämlich also dass diese Art von wir verteidigen jetzt mal unseren selbst also unseren kleinen Posten und machen Raumgewinne auf Kosten der Männer auf Kosten auf Kosten der also wie gesagt bei Eigentum fehlt es noch und so weiter also dass da einfach mal auf Kosten derjenigen die von den Klimazerstörungen reduzieren profitieren dass man da mal Raumgewinne macht kann man nicht als Angriff auf diese Verteidiger ja des alten Status Quo hier werten das ist einfach kein Angriff sondern deren Angriff der letzten 200 Jahre als Hegemon über alles zu schweben endet jetzt einfach mal und mit dieser neuen Rolle kommen sie einfach nicht zu Recht damit ist auch alter weißer Mann gemeint und die Leiden und Krokodils drehen ohne Ende ja kann schon sein dass damit ursprünglich alter weißer Mann gemeint ist nur wenn in der wenn in der realen Erfahrung auch von Diskussionen heute das was ursprünglich alter weißer Mann eine andere Bedeutung hatte jetzt nur als Totschlag Totschlagargument benutzt wird als ich finde das scheiße was du sagst ich muss mich aber gar nicht mehr damit aus wie gesagt Sophie Passmann einfach auslenden ja aber es gibt es gibt mehr als eine Sophie Passmann die gibt es auch und ja die gibt es auch ich wollte nur sagen das was du was du Stegmann sozusagen unterstellst findet seinen tatsächlichen Ausdruck bei einem anderen männlichen Diskussionsteilnehmer das ist wie bei das ist wie bei den Sanktionen beim Bürgergeld das betrifft 3% ja lass uns Dieter für den Rest aufheben ja ich sag's ja sehr gerne ich sollte nur sagen ja zu diesem Raumgewinn gibt es hier mal Christina Schröder zu spielen die nämlich jetzt mal so richtig kurz darstellt anhand der Frauenquote wo sie glaubt das Problem ist und danach schätzen wir das nochmal ein ich finde es führt auch nochmal weiter wenn man sich wirklich mal mal überlegt was was denn die Regelungen über die wir hier reden auf individueller Ebene bedeuten also wenn wir zum Beispiel mal das Thema Quote Mann Frau nehmen es kann ja bedeuten dass in manchen Unternehmen die Zukunftschancen von einzelnen Männern auf bestimmte Karriereperspektiven wirklich auf Jahre hinweg massiv eingeschränkt sind vielleicht sogar nahe zu null sind das kann es ja bedeuten und das heißt ja dass da diese Männer nehmen wir einen jungen Mann dass der quasi in Haftung genommen wird für sein Geschlechterkollektiv wir kaufen das immer so als was normales aber das ist doch eigentlich eine absurde Sichtweise der ein Mann wird in Haftung genommen für sein Geschlechterkollektiv mit der Argumentation des anderen Mitglieders dieses Geschlechterkollektivs in der Vergangenheit vielleicht oder tatsächlich Vorteile hatten und deswegen soll er jetzt seine Karrierechancen an dem vielleicht der Wohlstand seiner Familie hängt zulassen dass die massiv eingeschränkt werden der hat doch auch nur ein Leben ja also sie beschreibt genau das richtige Phänomen nur für sie ist das ein Problem obwohl es die Lösung ist genau also der Mann der sonst immer einen Vorteil hatte wenn der Chef einen neuen neuen Anfolger gesucht hat und weil er ein Mann war hat er den Vorteil gehabt weil es ist nachgewiesen dass Vorstandsvorsitzende Chefs und so weiter sich denn lieber einen anderen Typen suchen und dieser Vorteil verschwindet jetzt oder soll verschwinden und das ist für sie ein Angriff und also quasi der Vorteil der jetzt weg ist ist dann jetzt ein Nachteil obwohl jetzt quasi Level Playing fehl ist es fehlt halt jemand in dieser Veranstaltung der hier in diesem Moment dann einfach ihr sagt ja Frau Schröder da eine Karrierechance sich nicht verwirklichen zu lassen ist genau Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit weil nämlich dadurch die Karrierechance eines anderen Menschen überhaupt erst ermöglicht wird die übrigens auch Familie hat und der ist dann auch schlicht gegen und die auch nur ein Leben hat und so weiter und das verstehe ich nicht warum sie das so klar und deutlich beschreibt was das Phänomen ist aber nicht sieht dass sie natürlich hier nicht nur über den Mann spricht sondern auch über den von dem Mann verdrängten anderen Sondern wir haben ja kein Nullsumm-Spiel Karriereleiter die oben dann enger werden Hierarchiestufe weil das bei Konservativen und Neoliberalen die Unfähigkeit ist Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft sozusagen zusammen bringen zu können in einem mechanischen Beispiel ein Pendel die Bewegung eines Pendels sieht so aus dass es zur einen Seite ausschlägt und ausschwingt und dann kommt es nicht etwa in einer neutralen Mittelposition an bleibt das stehen sondern es eine Bewegung zur anderen Seite hin und was was hier stattfindet selbst und das ist die Unfähigkeit das zu erkennen die aber mit der politischen Grundposition eng zusammenhängt dass dass die Quotenregelung die es jetzt gibt die ja Männer in der aktuellen Situation beeinträchtigt behindert ungerecht behandelt dass die dass das aber nichts anderes ist oder auf einer anderen Ebene nur bedeutet dass jahrhundertelange Ungerechtigkeit noch tradiert wird ja ich finde dass diese Ebene diese Erkenntnis Ebene ist ihr einfach nicht gegeben oder sie hat die Erkenntnis und verteidigt die jahrhundertealte Praxis genau und es ist wirklich bemerkenswert dass wir hier eine Diskussion haben mit jemand auf der Bühne der etwas sagt wo ich mit der genau entgegenteiligen Meinung sage also ihr sagen würde sie haben es genau richtig beschrieben nur das ist nicht das Problem sondern das ist das Feature der Lösung deswegen machen wir das überhaupt nur verstehen sie aber wir streiten uns hier gar nicht darüber dass der Sachverhalt genau so ist denn der ist genau so wir teilen zuerst auf also wir nehmen richtig die Axt und hauen die ganze Hierarchie in zwei und dann haben wir nur noch eine halb so große aber doppelt und dann können sich die Männer nur noch auf der halben als ihre Spielwiese ansehen und die andere hilft eben nicht mehr und das ist wirklich grotesk ja und diese diese Form von von Erkenntnis Amputation teilweise Erkenntnis Amputation findet sich auch bei einem anderen Segment was sie diskutiert haben wo sie nämlich gesagt haben ja wenn man nicht also bestimmte jetzt gendermäßig oder so wenn man nicht bestimmte Codes erfüllt dann wird man ausgeschlossen oder erleidet Nachteile im akademischen Betrieb dann kriegt man schlechtere Noten und so weiter da kann man sagen wann habt ihr euch eigentlich darüber beschwert dass wenn Lohnabhängige in Billiglohnunternehmen versucht haben Betriebsräte zu gründen dass die rausgeschmissen werden dass die behindert werden dass die ihre Jobs verlieren es ist genau der gleiche mindestens genau der gleiche unter einem wesentlich größeren Umfang zu beobachtende Struktur dass Menschen die in einer bestimmten Situation bestimmte Prinzipien vertreten die den Herrschenden über die Situation missfallen dass die behindert werden also wer sich darüber beklagt dass sozusagen es hier Genderopfer an den Universitäten gibt ohne vorher drüber zu klagen dass es tausendfach mehr Opfer ökonomische Opfer gibt bei der Organisation von Interessenvertretung in Betrieben der ist auf dieser strukturellen Ebene einfach blind und da sie gar nicht mehr über strukturelle Sachen hier richtig diskutieren also dass sie sich so ausgeliefert sehen oh Gott wir werden hier angegriffen wir können gar nichts machen flüchtet Stegemann hier in so seinen eigenen Humor wie sollen sich unternehmen gerade auch im internationalen ein Parkett sozusagen wie sollen sie sich positionieren wie sollen sie sich da bewegen da ich kein hellseher bin weiß ich das auch nicht aber als Marxist würde ich natürlich sagen der Kapitalismus soll mal so weitermachen damit er sich schon daran selber zerlegen weil er quasi die Konflikte dadurch natürlich immer weiter anheizt ja und als nächstes kommt sein Buch der marxistische Axelitarismus als einziger Ausweg gegen die Woken wir müssen sie mit runterreißen wenn sie Anlauf auf uns nehmen müssen wir sie in den Abgrund mitreißen in den sie uns stoßen wollen also diese Veranstaltung war übel ich meine was er meint ist ja das was Wolfgang auch immer wieder anprangert dieser progressive Kapitalismus der progressive Neoliberalismus weil die aus ökonomischen Gründen ihre Kunden und Kundinnen nicht verlieren wollen sind sie halt so pseudo woke ja und versuchen dann auch wir besetzen das jetzt hier paritär wir sprechen Frauenthemen an aber das ist halt alles so leer und da steckt nichts dahinter dass ihnen halt nichts anderes einfällt außer ja also wir Frauen müssen ja zusammenhalten und das muss doch irgendwie fair sein also sie sprechen das grundsätzliche aus ohne das quasi einfach nur aufzuzeigen kommen wir mal zu Dieter Nuhr Dieter Nuhr mit Christina Schröder zusammen das Abendland der war ja auch vor zweieinhalb Wochen bei uns wer Dieter Nuhr achso vor zweieinhalb Wochen genau jetzt verstehe ich ja ja also in den letzten zweieinhalb Wochen Nuhr und Schröder auf der Bühne sie machen ihr kleine Podiumsrunde und das Abendland das es zu verteidigen gilt es ist verloren einfach mal versuchen einigermaßen oder sehr präzise solche Thesen vorzutragen das hilft ja schon und wenn man dann standhält und nicht den Kniefall macht dann hat man dazu beigetragen den Debattenraum wieder zu weiten und das ist schon viel Herr Nuhr ist der Kultukampf noch zu gewinnen das klingt so ein bisschen als Game of Thrones aber ich glaube schon dass sich da jetzt gerade was dreht das nehme ich selber wahr also immer mehr Menschen trauen sich jetzt auch mal den Mund aufzumachen und was zu sagen weil sie sich ideologisch bevormundet fühlen ich glaube da gibt schon was sowas sind ja auch Wellen und jetzt schwappt es gerade ich glaube der Höhepunkt ist überschritten glaube ich das ist so ein Gefühl kann ich nicht benennen aber ich glaube dass es grundsätzliche Probleme gibt dass wir bestimmte Bereiche der Gesellschaft denen überlassen haben das betrifft die komplette Kultur das betrifft leider auch den Journalismus ich kann es nicht genau sagen ich habe da so ein Gefühl ich glaube wir haben den ganzen Journalismus verloren die ganze Kultur alles ist vorbei wir haben nur noch Game of Thrones aber ich meine wenn man John Snow hier apropos Game of Thrones zitiert dann ist ja das deren Losung there is only one war that matters the great war and it is here ja genau genau oh Gott das ist wirklich okay Hans du hast hier einen Clip also im Game of Thrones Beispiel sind wir also die White Walker die Bösewichte die Schneeflocken die hier ja das sind wir also das ist das kann man ja sozusagen fast noch ironisch nehmen was nur da erzählt aber es gibt eine Passage das ist eigentlich für mich die erschreckendste dieser ganzen Veranstaltung gewesen und zwar von Dieter Nuhr da spielen ganz viele Dinge eine Rolle da gibt es eine inkonsistente ein inkonsistentes ideologisches Gewaber was die öffentliche Meinung übernommen hat und das trifft auf eine Bevölkerung die fassungslos davor steht wenn man jetzt draußen dazu kommt ja noch wir sind jetzt hier in Berlin in Berlin ist ja die öffentliche Meinung nochmal anders als irgendwo im Westen der Republik in Frankfurt wenn man durch Bochum läuft glaube ich oder diese Orte wo Linke glauben da wären sie eigentlich zu Hause da gibt es eine ganze da gibt es eine Bevölkerung die überhaupt nicht mehr weiß wovon reden die da eigentlich in Berlin das wird auch in Berlin verortet dieser Wahnsinn und man hat das Gefühl dass hier eben eine machtvolle kleine Elite versucht zu steuern gegen einen Großteil der Bevölkerung und das ist zutiefst antidemokratisch was das tut das stellt unsere Demokratie in Frage weil wie kann ich noch freie Wahlen veranstalten wenn die Information offensichtlich angstgesteuert einseitig ist also ja also das das Bild was hier einmal ja ja also es gibt keine freien demokratischen Wahlen mehr die Demokratie ist in Gefahr eine kleine Elite steuert alles ein sozusagen also das ist 1984 1984 und ich weiß nicht was alles zusammen genommen und ich weiß nicht ob er das selber glaubt wenn er es selber geglaubt dann ist er tatsächlich Gefangener seiner eigenen Bubble weißt du woran er mich erinnert hat an die hier ich bin unter Hitler geboren und drei Jahre aufgewachsen dann kam Stalin ich kenne alles und jetzt und jetzt kriege ich mal eine grünen Idioten Diktator oder weiß naja also ne Hitler nicht aber aber es ist es ist ne Öko-Diktatur es ist es er er zeichnet das Bild ähm einer links-grün versifften Verschwörungslogik ja wer sich über die da nur wer sich über die da nur informieren will sollte einfach das junge naif an die vor angucken also das ist so ein unlustiger pseudo-intellektueller Typ ja also pseudo-intellektuell ist das alles hier gewesen und bei die da nur übrigens übrigens für Dieter Nuhr bin ich glaube ich auch ein Feindbild ich habe ja schon zwei oder drei Artikel oder Interviews mit ihm gesehen also wird mir dann irgendwie geschickt wo er mich denn mal als Beispiel bringt so ja der Junge ist ja auch irgendwie für Pazifismus oder irgendwie diesen Woken Kram ja in Berlin wohnt er auch noch ja äh mein Lieblingsclip von Dieter Nuhr hm er übrigens auch ja hat ja auch eine Wohnung ok ja überall wahrscheinlich hat er aber unendlich viel Geld verdient da unser Geld Dieter Nuhr ich habe einen Lieblingsclip von ihm er hat nämlich am Ende diese totale ähm wie soll man sagen er versteht gar nicht den Unterschied zwischen einem Politiker und einem Kaparatisten für ihn ist einfach alles Kaparatismus und das ist wirklich so grotesk wie gesagt ganz wichtige Dinge sind ästhetischer Art und die haben was mit dem Gefühl zu tun wie ist der wenn der vor der Kamera spricht und diese politische Sprech den die drauf haben der ist ganz furchtbar der der deswegen hat der Habeck so einen Erfolg ich meine jeder hat wenn Habeck gesprochen hat und wurde inhaltlich da muss man schon ziemlich dämlich sein um nicht bemerkt zu haben dass der Mann von Tuten und Blasen keine Ahnung hat von dem was er da macht aber er spricht es so aus er hält den Kopf schräg nach unten und denkt beim Sprechen und es dauert offensichtlich sehr lange bei ihm und dann denken die Leute aber der ist nett ja und das ist der Punkt hier geht es um ästhetische Fragen die Erfolge ausmachen das ist ganz ganz wichtig und das würde ich mal versuchen jetzt hier sind Parteien gefragt die die bürgerliche Weltbilder transportieren wollen aber zu fragen wie transportiere ich denn das welches Transportmittel verwende ich ich weiß noch ich weiß noch wie er sich mit Händen und Füßen gewährt hat Hans als ich ihm unterstellt habe dass er eigentlich ein konservativer oder ein liberal konservativer ist er wollte sie ja nicht einordnen ist er jetzt also ist ein Kabarettist nicht eigentlich muss er nicht immer links sein und er ist auf keinen Fall links der Typ ist neidisch auf Habeck weil er eine bessere Fernsehshow macht als er wenn er irgendwo im Interview ist oder so das ist Anlass dieser Kritik hier und gleichzeitig gibt er da seine Antwort selbst wenn er sagt alles ist subjektiv alles ist Geschmackssache muss er damit leben dass verschiedene Menschen verschiedene Geschmäcker haben ja da kann er gar nicht gegen angehen aber es ist jedenfalls es steht schlecht um unsere Republik wir sollten mal eine Veranstaltung machen um uns dagegen hier zu wehren gegen diesen Suffizienz-Marxismus der immer irgendwas also dieses Pendeln zwischen Habermas und Luban hat mir besonders gut gefallen das ist völlig ich bin so lost ich bin verloren was sage ich auf der Bühne und dann macht man einfach den Quatsch wie der Stegemann also zu dem was zu den jetzt wie gesagt Stegmann dem würde ich mildern nein der hat mir in Teilen wirklich gut gefallen weil er der einzige war mir nicht ja ist ja jetzt auch deutlich geworden nicht aufstehen Hans nicht aufstehen ich bin doch festgeklebt sage ich doch weil das was er sagte immerhin noch ein Stück weit konsistent war zur absoluten Inkonsistenz der anderen all der anderen gehörte dass sie sich auf einen Diskursbegriff bezogen nämlich den von Foucault wo automatisch Foucault sagt ja verkürzt gesagt wer die Herrschaft über die Sprache hat hat die Herrschaft oder oder politische Herrschaft und Macht ist verbunden oder nicht denkbar und sprachliche Herrschaft was was anderes ist als der Diskursbegriff bei Habermas insofern hat Stegmann recht sie alle beziehen sich explizit auf diesen Foucault diskursbegriff und ich glaube sie würden ansonsten erschrecken wenn sie wüssten was Foucault noch so alles gesagt und geschrieben hat das heißt sie benutzen auch in willkürlicher Weise die Gedanken und Ideen von Intellektuellen als reinen Steinbruch wo sie ohne jegliche Rücksicht auf Konsistenz dass die Brocken die ihnen passen rausbrechen und behaupten das sei nun ein eigenes Mauerwerk was sie da bauen das ist diese Buchdeckelphilosophie wenn das die Produktionsform dieser Denkfabrik ist dann glaube ich deren Produkte werden keinen sonderlich großen Bestand haben und wenig zur Befriedigung von Bedürfnissen beitragen eigentlich können wir doch froh sein dass das so bekloppt ist wie die reden war irgendwie schon also so schwach ja das war jetzt auch nicht also Dieter Nuhr klar bringt ein bisschen mediale Resonanz mit aber ansonsten war das ja auch kein Podium wo man jetzt denkt oh das ist aber interessant dass da Day auch nochmal zu hören war in der Hinsicht ja man kann auch einfach einen Haken dran machen wir haben jetzt noch gar nicht über die Midterms gesprochen und es ist schon 14.30 das ist das ist ja schon über Midday hinaus ich hab noch 20 Clips für den Podcast du hast noch wie viele Clips 20 20 also Midterms lasst uns fix machen hab ich nur einen Clip vom Moment 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 hier vor der Wahl 7. 7. November also ein Tag also es war der Montag Elmar Teves hat schon mal eingebaut für den Fall dass die Demokraten haushoch verlieren dann haben sie natürlich gleich wieder eine Ausrede nämlich Putin landesweit gibt es rund 300 Kandidatinnen die die Lüge von der angeblich gestohlenen Präsidentschaftswahl weiter verbreiten als künftige Parlamentarier Gouverneure Innen- und Justizminister könnten sie Donald Trump falls er wieder antritt 2024 auch bei einer Niederlage wieder ins Amt verhelfen auch Russland befeuert nach Recherchen der New York Times die Polarisierung bei den US-Wahlen Putin-Berater Yevgeny Prigorshin bestätigte jetzt die Einflussnahme all das keine guten Nachrichten für Amerikas Demokratie jo wir wissen ja heute kein einziger von diesen in Frage stehenden gefährlichen Republikaner hat irgendein Wahlamt gewonnen und auf der politischen Seite ist sogar im Senat noch ein Posten Richtung Demokraten geflippt also nichts von roter Welle und so aber um Teewissen in Schutz zu nehmen will ich mal diesen einen Clip hier spielen denn wieso ist der so leise na ich guck gleich mal jedenfalls Teewissen versucht so ein bisschen ja Demoskopie wir wissen ja das hat bisher immer ein paar Schwierigkeiten gehabt also das ist am noch rechtzeitig vor der Wahl am achten also als die Ergebnisse so irgendwie kurz vorher einen Tag vorher dass man versucht nochmal einzufangen wir wissen aus unseren Reisen dass ganz offenbar den Demokraten es gelungen ist sehr sehr viele Wähler alleine im Bundesstaat Arizona mehrere 10.000 30.000 neu zu registrieren das sind neue Wähler die vorher nicht gewählt haben und die sind im Grunde genommen unbeschriebene Blätter für die Wahlforscher das heißt man weiß nicht in welche Richtung das geht und die können in diesen engen Ergebnissen wirklich einen Unterschied machen und das zweite ist viele Menschen weigern sich den Wahlforschern Auskunft zu geben in dieser polarisierten Stimmung ob sie für den einen oder den anderen stimmen werden also könnten die Umfragen vielleicht auch nicht stimmen darauf setzen die Demokraten aber zum Schluss muss man sagen es ist wohl mehr Hoffnung als Realität ja am Ende war ganz schön viel Realität klar Hoffnung auch aber es war eben dann am Ende wirklich auch Realität ändert nichts daran dass die letzten zweieinhalb Wochen in Deutschland im öffentlich-rechtlichen Abend Nachrichten Journalismus nichts passiert ist es gibt weiterhin nur einen Protagonisten und der heißt Donald Trump es ist wirklich brutal ich meine klar es gab es keine rote Welle in dem Sinne dass die alles geworden haben was man hätte gewinnen können aber dass Trump und die Republikaner jetzt keinen Erfolg gehabt hätten würde ich auf keinen Fall sagen sie haben halt nicht den vollen Erfolgerungen es gab nicht das Worst Case Szenario aber sie haben das Haus gewonnen also das Repräsentantenhaus das werden sie heute gewinnen offiziell Trump wird seinen Präsidentschaftswahlkampf verkünden die Republikaner werden jetzt alles blockieren was Biden und die Demokraten auf den Weg bringen wollen und sie haben auch in verschiedenen Unterämtern wie man so schön sagt auf Wahlleiterebene auf Innenminister Ebene haben sie tatsächlich viele viele Ämter gewonnen also nicht alle verloren ja also hier das ist halt problematisch das ist halt problematisch für die Wahl dann 2024 also beim Presseclub so habe ich es auch in den amerikanischen Podcasts gehört das Bild ist schon eher so ein weiteres Ergebnis steht ebenfalls bereits fest in keinem der wichtigen Swing States haben es bisher Wahlleugner in Ämter geschafft in denen sie künftig für die Wahlaufsicht zuständig gewesen wären Tagesthema das ist natürlich nicht Presseclub also diese radikalen wir können hier auf Länderseite einfach mal in die Bundeswahl eingreifen ist so aber die Betonung also es war richtig was sie gerade gesagt hat aber Betonung auf Swing States es gibt so Staaten die eben keine Swing States sind die traditionell rot sind Texas Arizona und so weiter und da haben die gewonnen aber da ist auch im Grunde egal wir wissen ja dass in Amerika nur noch die Swing States entscheidend sind in Kalifornien lohnt sich überhaupt nicht mehr wählen zu gehen ganz simpel gesagt wer eine rote Welle ankündigt und dann wird eine rote Pfütze draus ist sehr weit von der Erreichung seiner Ziele entfernt und das ist eine relative Niederlage eine relative keine absolute aber eine relative in Sachen Erwartungsmanagement ja ja natürlich natürlich wir gehen die jetzt mal durch denn die Frage die uns alle interessiert ist ja nicht so sehr wer hat jetzt irgendwie diese Mitirums und so weiter wir wissen okay die Demokraten sind im Senat sogar noch mal gestärkt rausgegangen sie brauchen jetzt gar nicht mehr diesen wie heißt das wenn der Vizepräsident da sein Dingsvot macht und so sondern die haben jetzt eine eigene Mehrheit und gut das bringt ihnen halt nichts sie hatten vorher die Mehrheit durch Harris und sie hatten die Mehrheit im Haus wobei das Repräsentantenhaus und das ist ja interessant die Republikaner haben jetzt die Mehrheit und die Frage ist ja welche und die beginnen ja jetzt vielleicht dann tatsächlich heute wenn Trump seine Präsidentschaftskandidatur erklärt wir gehen jetzt jetzt mal hier durch wie die heute Journals und Tagesthemen das gemacht haben wir beginnen mal beim neunten es ist Trump die Obsession ist groß insgesamt dürfte es aber nicht der Erdrutschsieg gewesen sein den er sich erhofft hatte Donald Trump trotzdem schreibt er auf seinem eigenen Social Media Account bei Truth Social während die gestrigen Wahlen in gewisser Weise etwas enttäuschend waren war es aus meiner persönlichen Sicht ein sehr großer Sieg 219 Siege und 16 Niederlagen wer hat jemals besser abgeschnitten wenn er genau damit meint unklar generell gilt für Trump und die Republikaner hat die Wahl wohl mehr Fragen aufgeworfen als Antworten geliefert in der Tat vermutlich hatten sich viele Trump-Fans unter den Republikanern das so vorgestellt erst die rote Welle bei den Midterms am besten mit vielen Siegen der von Donald Trump unterstützten Kandidaten und dadurch dann gehörig Rückenwind für eine erneute Präsidentschaftskandidatur Trumps in zwei Jahren doch wie sieht das jetzt aus Stefan Niemann erkennt es das Spiel mit den Kameras doch Donald Trump wirkt leicht gequält am Wahlabend der Ex-Präsident hat Mühe das Abschneiden der von ihm unterstützten Republikaner als Erfolg zu verkaufen was für eine aufregende Nacht viele Rennen sind noch heiß umkämpft wir verfolgen das hier ja ich würde sagen er hat auch Mühe mit der Fortbewegung das ist ja mittlerweile eine Zeitlupe auch bei ihm so eine Coolness Lässigkeit die sich da mit der er ganz schön viel verstecken will es ist so dass das heute Journal jetzt endlich man hätte es vielleicht auch schon ein bisschen früher machen können nicht um so sehr die Gefahr zu zeigen dass der Typ jetzt Präsident werden kann also Ron DeSantis sondern um überhaupt mal zu zeigen wie ist eigentlich die Partei da gerade drauf die Republikaner die Midterms zu nehmen ist vielleicht nicht schlecht denn DeSantis hat ja nun doch einige wie soll man sagen Show Dinger hingelegt so auf der Bühne die mir geboten wurden er strotzt jedenfalls vor Kraft im Rennen um das Gouverneursamt im US-Bundesstaat Arizona deutet sich dagegen eine Hängepartie an die Demokratin Katie Hobbs und die Republikanerin Carrie Lake sind nur etwa 12.000 Stimmen auseinander vor allem ein Wahlergebnis bei den Republikanern dürfte ein schlechtes Zeichen für Trump sein der klare Erfolg seines größten innerparteilichen Rivalen Ron DeSantis ähnlich radikal wie Trump bleibt er mit klarer Mehrheit Gouverneur von Florida Danke für eure Unterstützung hier in Florida wir haben nicht einfach nur die Wahl gewonnen wir haben die politische Landkarte neu geschrieben und vielleicht bleibt das jetzt auch der Tenor denn das war am 19 am 13 wird das hier auch thematisiert dass Trump und seine Kandidaten bei den Wahlen einen solchen Dämpfer erhalten haben sorgt nun parteiintern für Kritik Das hätte eigentlich eine riesige rote Welle sein sollen doch Kandidaten die die Wahlen von 2020 anzweifelten und Verschwörungstheorien verbreiteten wurden fast allesamt zurückgewiesen das ist im Grunde die dritte Wahl in Folge die Trump uns vermasselt hat es ist wie beim Baseball dreimal nicht getroffen und du bist raus nur in Florida gab es eine rote Welle hier wurde der ultrakonservative Republikaner Ron DeSantis Haushoch als Gouverneur wiedergewählt der 44-jährige smarte Yale-Absolvent und Militärjurist gilt als der neue Held der Republikaner der ja dann auch gleich seine 20% Vorsprung oder so da eingefahren hat das ist die große Gefahr für Trump und auch für die amerikanische Demokratie dass DeSantis halt nicht nur republikanische Wähler bekommen hat sondern auch Demokraten in Florida ihn gewählt haben weil dieselben Demokraten haben bei den anderen Ämtern Demokraten gewählt außer bei DeSantis und DeSantis nur zur Einordnung das ist im Grunde ideologisch ein noch gefährlicherer Typ als Donald Trump eben und das ist ganz wichtig für deutsche Journalisten das zu verstehen jetzt deswegen deswegen lass mich das sagen in den USA wird gesagt DeSantis is Trump with brain genau er ist mindestens rechtsradikal und was ihn krass von Trump unterscheidet und warum Trump Probleme bei der republikanischen Basis hat und dafür muss man zum Beispiel nur No Agenda hören DeSantis ist Anti Vax also er ist gegen Impfungen er ist Corona quasi Corona Leugner und das ist Trump nicht Trump ist nicht gegen Impfungen und das nehmen viele Trump übel bei der republikanischen Basis und DeSantis hat den großen Vorteil im Vergleich zu anderen prominenten Republikanern die gegen Trump antreten könnten er ist nicht auf irgendwelche republikanischen Spenden angewiesen er hat nämlich einen Mäzen in Florida im Hintergrund der auch Billionaire ist also Milliardär und dadurch Trump auch finanziell gefährlich werden könnte am Ende geht es nur darum Wahlen zu gewinnen und wenn die Partei Meinung ist du hast jetzt dreimal eine Wahl versemmelt nämlich deine eigene Wiederwahl in Sand gesetzt dann diese Georgia Nachwahl womit wir den Senat verloren haben wahrscheinlich meint er das und dann jetzt die Midterms ist das einfach gruselig und wir hören hier mal einen Ausschnitt von Chris Christie mittlerweile wird nämlich Trump von allen aber dass die republikanische Elite wo Chris Christie und andere dazugehören die wir jetzt auch gerade immer ganz gehört haben immer gegen Trump sind und auf Waren ist da keine Frage aber am Ende entscheiden bei den Republikanern wieder die Basis und das ja aber sie wollen Wahlen gewinnen und sie haben jetzt dreimal gesehen dass es nicht geklappt hat normalerweise gewinnt die Oppositionspartei bei Zwischenwahlen überzeugend hinzu und es mehren sich die Stimmen die dafür Donald Trump die Schuld geben wir Republikaner haben es satt zu verlieren und dass Trump uns mit seiner Eitelkeit in diese Niederlagen hineinzerrt es wird jetzt einfach so gesagt ja Fox News auch total enttäuscht alle und so und deswegen man muss sich jetzt mit Ron DeSantis also spätestens jetzt beschäftigen ich hätte ja schon gesagt bevor die Gefahr aber jetzt kommt man nicht mehr drum rum also der Typ wird da antreten ich weiß gar nicht was die nächsten zwei Jahre dann noch passieren soll Trump hat ihm ja auch schon gedroht das auch ich weiß was über dich was weiß nicht mal deine Frau weiß und so das ja es ist und ganz wichtiger Punkt wir sind ja hier auch alle Fans der Demografie als eigentlichen politischen Akteur die Dingsterbums Klüber Ashbrook Dings Dings ihr wisst ja alle wen ich meine saß im Presseclub und hat hier nochmal eine kleine Anmerkung gemacht warum diese rote Welle wahrscheinlich auch ein bisschen abgemildert wurde und das interessanterweise die rote Welle gebrochen ist an den amerikanischen Jungwählern wir haben gesehen eine Wahlbeteiligung die historisch hoch ist zwischen den 18 bis 29 20-jährigen die haben die haben fast jede republikanische Wahl der 65 jährigen plus wettgemacht numerisch also es tut sich was in amerika also die jungen haben eine große rolle gespielt waren engagiert dabei ich habe jetzt ganz darauf gewartet dass das kommt aber die größte Rolle haben die Briefwähler und Briefwählerinnen gespielt in amerika und das interessante ist dass Trump da die allergrößte Verantwortung hat weil er ihn 2020 während Corona eingeredet hat macht keine Briefwahl dort wird geschummelt das ist fake macht das nicht und daran haben sich die Republikaner gehalten auch dieses Jahr und haben ganz ganz wenig Briefwahl gemacht und die Demokraten sehr sehr viel also glaube ich neue Rekordzahlen das heißt die müssten nicht anstehen die mussten nicht am Wahltag irgendwie arbeiten frei machen und so weiter und das ist natürlich genau da braucht er eine neue Botschaft da nützt Trump gar nicht das ist ja auch diese Georgia Nachwahl die damals im Dezember oder Januar oder so statt von nach der Wahl von Biden wo er auch Mitch McConnell gelitten hat darunter dass alle dachten ne jetzt läuft das die ganze Zeit unter die stehlen uns ja eh die Wahl also gehen die gar nicht erst hin und dann ging allein über Wahlbeteiligung zwei Senatorenposten da verloren das ist natürlich dramatisch sowas naja mehr mitterms das muss man ja nicht gucken ich habe so clips wo ich es einfach albern finde dass Marietta Slomka nach Amerika gefahren ist nur um dort zu moderieren nämlich zum einen ja dann sagen sie immer was und dann die Berichte kommen dann aber auch nicht von ihr und dann fliegt sie wieder zurück also nur um Aufsager zu machen dann ist sie da vor zu Washington Kapitol geflogen das ist natürlich albern sowas keine Ahnung damit sie denn bei der übernächsten Republika sagen kann ich recherchiere auch in Amerika ja ich finde sowas total albern das ist doch macht es doch von zu Hause da muss echt erst in Katar die WM stattfinden bis man sich in Mainz sagt nee wir machen das von hier weil wir wollen Distanz fahren ja brauchen wir journalistischer sozusagen Überflugrechte und müssen das mal selber machen und dann machen sie es einfach von zu Hause der amerikanische Midterm Election kann man auch von zu Hause machen bist du durch mit Midterbs ja dann lass uns Wahl in Brasilien und Israel machen ich muss mich für 30 Sekunden verabschieden 30 Sekunden ja vielleicht 60 das Countdown läuft 30 29 28 ich kann ja ich kann ja hier mal ein paar Clips abspielen weil wir ja heute keine Danksagung beziehungsweise hier spenden hatten das haben wir dann lange nicht mehr gehört bei Resolution Airstrikes bomb them bomb them keep bombing them bomb them again and again bei Heunecker war es schön schlimm aber hier ist es auch schlimm ich wohne am Alex ich sage nein das kann nicht sein so wenn diese Betriebe jetzt mit Gewalt aus Brüssel oder Berlin kaputt gemacht werden da gibt es hier richtig Widerstand lass mich einen Clip spielen ne Achtung Experten rechnen mit einem Anstieg des Ostsees und ich sage an wir sind hier im Heute-Journal nicht im Nordmagazin Spiegels von etwa einem Meter bis Ende des Jahrhunderts bereits jetzt investiert Mecklenburg-Vorpommern rund 25 Millionen Euro jährlich in den Schutz seiner Küsten ein Wettlauf mit der Zeit Ausgang ungewiss wir werden die bebauten Gebiete die einen Ortskern haben die werden wir schützen aber wir werden nicht jedes Einzelgericht schützen können und wir werden uns auch daran gewöhnen müssen aus bestimmten Gebieten uns zurückzuziehen Leute die ihn nicht erkannt haben das ist der hier also ein auffälliger Wolf ist erstens nach Sicherheits- und Ordnungsgesetz wenn er in Dörfer eindringt und sich dort permanent notorisch auffällt dann kann er nur getötet werden Till Backhaus ist immer noch Umwelt- und Landwirtschaftsminister in Mecklenburg-Vorpommern der längste amtierende Minister aller Zeiten in der Republik seit 1998 den Rückzug des Menschen zugunsten der Natur von der Ostsee wir können nicht mehr alle schützen hat er gesagt das ist natürlich eine Ansage ich hatte den Klapp hatte ich jetzt nicht mitgebracht aber im Nordmagazin haben sie jetzt auch erklärt was der Klimawandel alles Gutes hat für die Badesaison an der Ostsee die verlängert sich kann man einen Monat länger baden weil das Wasser wärmer bleibt kann man auch im November noch baden gehen wenn man es sich zutraut sehr gut ich kann ja schon mal anmoderieren bei Brasilien hat mich und Israel hat mich interessiert wie wie über die Kandidaten gesprochen wird gerade in puncto Israel und das ist natürlich in dem Sinne interessant dass bei Bolsonaro kein Blatt vor den Mund genommen wird bei Netanjahu und seiner ich will schon sagen Verspannde das überprüfen wir gleich ja es gibt Ausnahmen beim ZDF gibt es Ausnahmen bei der ARD nicht wollen wir auf Hans das noch warten da ist Hans the man is back der ist doch nicht angeklebt er hört uns nicht jetzt hört er uns du warst ja doch nicht angeklebt doch aber ich hatte zwischendurch eine Dose Sonnenöl dabei ja es war nur mit Tomatensumme geklebt gut wir gehen nach Brasilien guck doch mal was Bolsonaro trägt wenn er wählen geht über der kugelsicheren Weste trägt er das gelbe Trikot das zu seinem Markenzeichen geworden ist nach der Stimmabgabe in Rio gibt sich Präsident Bolsonaro optimistisch wenn Gott will werden wir heute siegen oder besser gesagt Brasilien wird heute siegen er war schon mal Opfer eines Attentats und so weiter aber das hat nicht nur damit zu tun ja Gott wollte nicht Gott wollte nicht Brasilien ja also das dieser Militarismus diese allgegenwärtige Gewalt in Brasilien bekommt quasi nicht nur Bolsonaro zu spielen beziehungsweise hat davor Angst sondern auch seine treuen Abgeordneten aus dem Parlament haben es gewalttätig abgesehen auf die Opposition Hans guck mal hin wiederholt hat der Präsident demokratische Institutionen angegriffen immer wieder gibt es Übergriffe rechtsextremer Anhänger auf Andersdenkende erst gestern bedroht eine Abgeordnete von Bolsonaros Partei Oppositionelle mit einer Waffe die Nerven liegen blank auf beiden Seiten das ist eine Abgeordnete gewesen ja aus dem nationalen Parlament die mit einer Waffe über die Straße läuft und Oppositionelle jagt gibt es immer wieder Straßenumfragen ich fand die jetzt eigentlich mal ganz gut weil die knackig auf den Punkt bringt wie die Lager in Brasilien verteilt sind ich unterstütze Bolsonaro ich denke an die Zukunft meiner Kinder und Enkelkinder ich bin so emotional ich wähle Lula aus Überzeugung denn die andere Option ist die totale Zerstörung der totale Rückschritt wir sehen die absolute Zerlegung der demokratischen Institutionen stimmt ja auch in einem anderen Beitrag MZDF gab es auch eine schöne Szene am Obststand in Rio schau das ist der Lula-Wähler der nicht bezahlt hier ist Bolsonaro Liste 22 Diebe raus ach und Bolsonaro raubt wohl nicht Bolsonaro ist doch auch ein Diebe Vinicius hat seit 14 Jahren seinen Stand und kann sich nur noch wundern wenn bestimmte Kunden mitbekommen dass du für den einen oder den anderen bist kaufen sie nicht mehr bei dir das ist fast schon eine Art Krieg dann was mir Angst macht wie quasi die Basis also Lula Anhänger versucht haben Wahlkampf in ihrem Bezirk zu machen das erklärt mal diese Mutter ja bis hinein in die Armenviertel Silvana lebt in der Favela Thomas Coelho im Norden von Rio de Janeiro und unterstützt Lula viele ihrer Nachbarn aber wählen Bolsonaro die Stimmung ist gereizt ich habe Angst ich habe Angst vor Aggressionen ich mache Wahlkampf indem ich mit den Leuten rede die ich kenne von denen ich weiß dass sie mich nicht angreifen werden früher hat Silvana am Empfang einer Arztpraxis gearbeitet doch als die Regierung das Arbeitsrecht lockerte verlor sie nach und nach ihre Ansprüche und schließlich den Job nun schlägt sie sich durch indem sie Accessoires häkelt und auf der Straße verkauft sie kommt gerade so über die Runden Fleisch oder Gemüse beides gleichzeitig geht nicht mehr wir wechseln wir wechseln den Sender ARD dort kann man deutlich werden wenn man will Hans wenn es zum Beispiel um Bolsonaro geht in Brasilien läuft die Stichwahl um das Präsidentenamt mehr als 150 Millionen Menschen sind aufgerufen sich zu entscheiden zwischen dem rechtsextremen Amtsinhalber Bolsonaro und dem linken Ex-Staatschef Lula da Silva finde ich gut ja es sind halt am Ende immer nur so einzelne Worte ja ja kein Widerspruch aber ist einzelne Worte wir hören es ja gleich mal wie es bei Israel mittlerweile gemacht wird dass man sich ein bisschen Zeit nimmt und auch Argumente der Semantik hinterher schiebt das ist schon bei Israel ist man aber trotzdem immer noch vorsichtig benutzt man dann viele ich sag mal Synonyme ja also wie gesagt wir überprüfen es gleich mal am echten Wortlaut das ist schon überraschend mittlerweile wir gucken uns wird nochmal erklärt wen wen dieser von wem dieser Rechtsextremist unterstützt wird in Brasilien Sollte Bolsonaro wieder gewählt werden damit er seine wirtschaftsliberale Agenda weiter fortführen das heißt die Privatisierung großer Staatsbetriebe vorantreiben er will auch eine rigidere Haushaltspolitik betreiben als Lula und darüber hinaus klar wird der Amazonas weiterhin abgeholzt werden denn Bolsonaro hat sich auf die Seite von Goldgräbern und Holzfällern geschlagen und der großen Agrarbetriebe das heißt ihm ist die Amazonas Abholzung in dem Fall wichtiger als der Klimaschutz auch wenn er oft anderes behauptet auf der anderen Seite wenn Lula gewählt werden würde will er Arbeitnehmerrechte stärken was manche in der Wirtschaft verschreckt weil sie höhere Kosten auf sich zukommen sehen also und das unterscheidet sich dann zu uns wo uns der Klimaschutz so wichtig ist dass wir natürlich hier wir hatten auch mal Urwald in Deutschland wo ist ein Hin? ah abgeholzt okay alles klar das Kapital steht auf Seite des Rechtsextremisten wer noch? ganz klar wir sehen das hier allein schon an der Frage wer wo gewinnt Bolsonaro liegt immer in Führung und auch wahrscheinlich heute wieder in den wohlhabenden Regionen und Provinzen Brasiliens in dem sehr wohlhabenden Agrarbereich im Hinterland aber auch im Süden in den reicheren Bundesstaaten wie Sao Paulo wie Santa Catarina oder Rio Grande do Sul dort wird er wahrscheinlich eine Mehrheit bekommen Lula dagegen in den ärmeren Bundesstaaten ja es ist ja auch dieser Tweet wieder aufgetaucht von der Deutschen Bank damals die Märkte wünschen sich Bolsonaro und so ja gut fürs Geschäft haben sich die Märkte übrigens diesmal auch gewünscht nur hat die Deutsche Bank das nicht getwittert ja richtig Hans was du jetzt denkst Bolsonaro hat ja knapp verloren gegen Lula das Ergebnis wird ja jetzt offenbar auch anerkannt sind wir Bolsonaro jetzt los leider nicht scheint wie bei Trump zu sein selbst wenn er jetzt klein beigeben sollte der Schaden für die Demokratie Brasiliens könnte längst angerichtet sein der Bolsonaroismus ist nicht tot Bolsonaro selbst der gestern besiegt wurde erlebt natürlich gerade einen sehr schlechten Moment aber als politischer Führer ist er nicht erledigt es ist möglich dass wir in drei bis vier Jahren wieder eine Krise der Demokratie erleben könnten jetzt gehen wir in der Israel Stefan hat natürlich völlig recht auch die deutschen Medien die können nicht mehr ignorieren und so tun als ob alles so wie vielleicht noch wie vor zehn Jahren war unter Netanyahu sondern dass es mittlerweile einen noch massiveren Rechtsruck gegeben hat trotzdem sind sie sich bei der Wortwahl insbesondere von Netanyahus Koalition Wahlkoalition unsicher ich meine Hans erinnere dich als wir die Bundesregierung vor zwei Wochen gefragt hatten oder ich hatte ja gefragt wie sie denn diese den Wahlsieg von Netanyahu und seiner Rechtsradikalen seinem Rechtsradikalen Block bewerten haben sie das sofort zurückgewiesen sie haben nicht nur gesagt das würden wir nicht würden wir so nicht sagen sondern sie haben es zurückgewiesen was auch interessant war also wir gehen mal ins heutige Journal Stefan kann gleich nochmal seinen Clip wahrscheinlich von Bewerunge abspielen aber im heutigen Journal wird Bibis Koalition jetzt erstmal als Rechtskonservativ bezeichnet und Hans kann ja mal sagen ob das ein Oxymoron ist Freudentänzel beim Likud der Partei Benjamin Netanyahus denn der führt womöglich bald die Regierung an sein rechtskonservativer Block hat nach neuesten Hochrechnungen mit 61 Sitzen eine knappe Mehrheit im Parlament ein Ergebnis das die Spaltung Israels widerspiegelt rechtskonservativ naja also ein Oxymoron ist es natürlich nicht doppelt gemoppelt oder nein ein Oxymoron wäre sein progressiv konservativer Block okay naja also rechtskonservativ naja im heutigen Journal haben sie sich dann am Zweiten getraut zu sagen dass es dass er nur mit Rechtsextremen regieren kann was natürlich die ganze Koalition so ein bisschen in dieses Licht drückt was natürlich auch absurd ist ist jetzt die Bezeichnung für Lapid also den bisherigen Premierminister die Polarisierung hat die Wahlbeteiligung nach oben getrieben mit rund 70% ist sie die höchste seit 20 Jahren negativ ausgewirkt hat sich das offenbar vor allem für den Amtsinhaber Premierminister Jair Lapid Vertreter des liberalen Israel Da würde jetzt Omri Böhm an die Decke gehen Omri Böhm israelischer Philosoph der auch mehrmals erklärt dabei bei Hans in der Sendung bei mir in der Sendung da ist da es gibt keinen Liberalismus an der israelischen Regierung das ist also Lapid und Co hätte man als rechts bezeichnen können was wir so als CDU keine Ahnung bezeichnen und Netanyahos Block ist halt noch viel weiter rechts also liberal im liberalen Sinne würden Liberale in Israel sagen naja da müssen auch die Palästinenser hier mitwählen die sind ja auch unter unserer Herrschaft ja liberal im liberalen Sinne sind diese Liberalen nicht genau so jetzt Stefan vielleicht meinst du das das heute Journal wenn es um Ben Gvir geht das ist kann man auch sagen sagen Israelis selbst das schreiben die israelischen Zeitungen der könnte man als Faschisten bezeichnen im heute Journal wird er als rechtsextrem bezeichnet doch allein wird das nicht gelingen er braucht Koalitionspartner und einer davon wäre ausgerechnet dieser Mann Itamar Ben Gvir von den Rechtsextremen er löst politische Probleme schon mal mit der Pistole hier geht es um einen Streit um Grundbesitz so ein Mann womöglich als Minister für innere Sicherheit eine dauerhaft stabile Regierung wäre mit solchen Partnern kaum möglich meinen politische Beobachter Wunder passieren schon mal aber wir haben ja immer wieder gesehen wie schwierig es ist selbst wenn Netanyahu es schaffen sollte eine Regierung zustande zu bringen er muss dann mit den extremen Rechten klarkommen und bei einer solchen Regierung käme auch noch Druck von außen dazu aus anderen Ländern das wäre nicht einfach dann hat sich Hans gedacht das Heute-Journal Wulf Schmiese war ja mal hier im Auffahren-Podcast wir hatten damals auch über die Israel-Berichterstattung geredet Stefan wir haben ja auch über die Wortwahl und so weiter geredet und Wulf ja nur so ja keine Ahnung ja kann ich jetzt kann ich jetzt nicht bestätigen Wulf Schmiese musste das Heute-Journal-Update an dem Tag moderieren und hat sich gedacht wir schalten wir schalten mal zu einem Experten Hans falls du es nicht gesehen hast wer könnte Experte zur Wahl in Israel sein keine Ahnung ich habe es nicht gesehen und mir fällt im Moment niemand speziell ein überraschend mich ein Experte wäre ja jemand der recht neutral ist oder ein Experten nein überhaupt nicht Experten sind Menschen denen man unterstellt dass sie von der Materie Ahnung nein dass sie von der Materie Ahnung haben dass sie Expertise haben das heißt nicht neutral dann bewerte doch mal ob du diesen Experten für geeignet als einzige O-Ton-Stimme aus Deutschland hältst guten Abend Volker Beck guten Abend nach Mainz was würde denn die Rückkehr Netanjahus an die Macht in den deutsch-israelischen Beziehungen ganz konkret verändern naja ist er immer noch Vorsitzender dieser wie heißt es deutsch-israelischen Gesellschaft gut dann ist er sozusagen formal von so einer Funktion her hat er dann den Experten Status als einzige Stimme hielte ich ihn für nicht die Idealbesetzung er stößt sich oft auf Twitter Hans wenn du oder ich in der Bundespressekonferenz Israel thematisieren dann kommt ab und zu dass wir Antisemiten sind ja ich weiß nicht ob er ich hab ihn ja nun auch in seinem früheren politischen Leben bevor er Fehleinkäufe getätigt hat weiter im Text hatte ich ja gelegentlich mit ihm zu tun gehabt er hat sich sehr verdient gemacht um die Ehe für alle und so weiter also Volker Beck ist ein ein Radikaler im ursprünglichen Sinne des des Wortes er verbohrt sich in Themen und manchmal kann man sagt man dann das ist jetzt aber ganz gut und bei anderen Sachen fasst man sich an den Kopf und sagt was ist denn jetzt hier wieder los der tickt der tickt immer schon aus wenn man Besatzung in den Mund nimmt Wolf Schmiese in seiner Moderation benutzt jetzt nicht rechtsextrem oder faschistisch sondern folgende Worte ja diese Koalition in Israel wie wir gerade gehört haben die scheint ja nicht unproblematisch zu sein wegen der ultranationalistischen des Bündnisses religiöse Zionisten also nochmal die Frage inwiefern könnte das denn diese deutsch-israelischen Beziehungen belasten oder sagen wir es anders könnte es ein weiter so nicht geben nein ich denke die Beziehungen werden auch diese schwierige Zeit überstehen nicht unproblematisch könnte es nicht geben also noch mehr nicht 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 verneinung kann man da gar nicht ich will es nicht so deutlich sagen aber nicht 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 also wir haben rechtskonservativ wir haben ultranationalistisch wir haben rechtsextrem in Bezug auf wenn gewirr Michael Bewerunge ist noch das beste Beispiel beim ZDF ist ja der Nachfolger von Nicola Albrecht gewesen die hat ihn offenbar gut angelernt zum einen also er mixt das ein bisschen Stefan zum einen sagt er rechtskonservativ momentan liegt Netanjahu mit seinem rechtskonservativen Block relativ sicher bei einer Mehrheit von 62 Stimmen das sind zwei Stimmen über der Mehrheit dann aber bei einer Nachfrage wird einmal deutlich was diese Netanjahu dieser Netanjahu Block eigentlich vorhat also das ist schon eine massive Veränderung in der politischen Landschaft da ist etwas sehr nochmal deutlich nach rechts ins Rutschen gekommen wenn man nur die Ergebnisse der ultranationalisten der ultranationalistischen Zionisten sieht die haben ihr Ergebnis im Vergleich zur letzten Wahl verdoppelt und das sind Menschen die die Hand an die Verfassung legen wollen die wollen den Straftatbestand von Untreue und Betrug im Amt streichen das würde eine Amnestie für Netanjahu der genau wegen dieser Straftatbestände vor Gericht steht gleich kommen der ehemalige Sprecher des Likud hat angekündigt als erstes Gesetz werde man einbringen eines was der Knesset erlauben würde Entscheidung des obersten Gerichtshofes zu überstimmen also da ist hier der Rechtsstaat in Gefahr dazu kommen rassistische Drohungen dieser Ultranationalisten besonders von dem Führer Ben Gewirr gegen die arabische Bevölkerung im Land aber auch gegen die in der Westbank das bedeutet es wird hier eine weitere massive Spaltung im Land geben die wird vorangetrieben und die Spannungen mit den Palästinensern und der arabischen Bevölkerung im Land die werden sich deutlich verschärfen Volker Beck meint das wird eine schwierige Zeit Bewerunge sagt Tacheles die gehen die gehen an den Staat ran an die Demokratie an Israels Demokratie bei Arte hatte ich nochmal mit offenen Karten gesehen die sich auch mit der Palästinenser Frage beschäftigt hatten was mir wortwahl technisch aufgefallen ist Hans dass Menschen bei israelischen Militäreinsätzen in der Westbank nicht getötet werden sondern sterben Netanjahu sucht ein Bündnis mit der rechtsextremen Partei religiöser Zionismus die ihr Ergebnis verdoppeln konnte einer ihrer Führer Itamar Ben Gwir setzte im Wahlkampf nach einer Anschlagswelle im Frühjahr ganz auf das Thema Sicherheit seitdem nehmen die Spannungen im Westjordanland zu und bei israelischen Einsätzen sind bereits über 120 Menschen gestorben Ja ist eine sehr eindeutige Todesursache das kann ich nicht beurteilen deswegen weiß ich nicht ob dieser Begriff den sie verwendet hat angemessen ist oder nicht ich würde ich würde jetzt auch nicht behaupten dass 120 Menschen alle getötet worden sind weil ich das nicht weiß aber ich bin mir sicher dass einige oder viele nicht nur gestorben sind naja gut jeder getötete ist ein verstorbener das ja ist so und getötet setzt eben eine eindeutige Kausalität voraus wenn ich die nicht kenne und ich kenne sie nicht kann ich diesen Begriff nicht verwenden ich ich hatte mich nur an die Gaza Berichterstattung erinnert wo auch bei Opfern von israelischen Snipern von Gestorbenen geredet wurde was die deutsche Berichterstattung komplett weggelassen hat ist die Palästinenser Frage beziehungsweise die Besatzung das hat offene Karten dann mal gut aufgezeigt seitdem förderten die konservativen Regierungen vor allem die unter Netanjahu zwischen 2009 und 2021 die Gründung von Siedlungen entgegen den UN Resolutionen hier sieht man die israelischen Siedlungen entlang der palästinensischen Gebiete im Westjordanland und in Ostjerusalem gegen Anschläge und zum Schutz der Siedler wurde eine 500 Kilometer lange Sperranlage errichtet die aber weder die palästinensischen Anschläge noch die ständige Gewalt der israelischen Polizei und Armee verhinderte das war's naja dann hören wir nochmal hier Bewerunge und wir hören ihn nicht nur wir sehen ihn auch danach mal beschreiben in welchem Setting er in der Ostsee gleich ertrinkt aber Bewerunge es ist ein interessantes Setting am Wahlabend glaube ich also es gibt noch ein kleines Fragezeichen weil eine arabische Partei knapp an der 3,25 Prozent Grenze kratzt die hier die Eintrittskarte ins Parlament ist das würde die jetzige Hochrechnung mit einer Mehrheit von 61 oder sogar 62 Stimmen für den Netanjahu Block noch mal verändern würde in einem Pappmünden wenn es jetzt aber so bleibt dann sehen wir einen dramatischen Rechtsruck in Israel denn Minister Netanjahu regiert dann mit den beiden Ultras ultraorthodoxe und ultranationalistische Zionisten das ist im Grunde das härteste Urteil über also begriffliche Urteil über rechtsradikale politische Kräfte die man das mal so machen kann das ist schon hier wirklich eine Ansage regiert dann mit den beiden Ultras ultraorthodoxe und ultranationalistische Zionisten vor allem letztere bekennen sich ganz offen zu rechtsextremen Positionen zu rassistischen Positionen sie wollen die Hand an den Rechtsstaat legen wollen zum Beispiel Betrug und untreuen Amt streichen genau deswegen steht Netanjahu vor Gericht das käme eine Amnestie gleich wir haben Itamar Ben Gewirr in den Bericht gesehen wie er die Waffe zieht er hat da in Ost-Jerusalem provoziert dieser Mann soll Minister für öffentliche Sicherheit werden das wäre dann so ungefähr als hier diese wilden israelischen Politshows eine große Tageszeitung Jedi Ochronoth hat heute geschrieben falls Netanjahu triumphiert dann werden dies die letzten Tage des Staates Israel sein wie wir ihn seit 75 Jahren kennen was wäre das so dermaßen einschneidende an einer Rückkehr von Bibi es ist nicht so sehr vielleicht die Rückkehr von Bibi aber er hat im Prinzip Extremisten und Rassisten die hier im Lande ganz offen von sehr vielen als Faschisten bezeichnet werden hoffähig gemacht das hat es in der Geschichte des Staates Israel noch nicht gegeben und genau viele Beobachter bezweifeln dass Bibi selbst wenn er diese Koalition eingeht dass er eben umgekehrt die Extremisten das Ruder übernehmen und dann quasi die Kontrolle im Land übernehmen Michael Bewerunge live aus Tel Aviv ganz herzlichen Dank für diese Informationen heute Abend da hat er nicht Unrecht das in der Live schalten sozusagen ist gut ja und Bibi braucht halt unbedingt die Stimmen der Rechtsextremisten dementsprechend wird er sich sehr viel denen nähern müssen das ist ein bisschen so als als ob die AfD mit der NPD hier die Bundesregierung übernimmt ich möchte mal was zur Person sagen weil ich kenne Michael Bewerunge aus sozusagen gemeinsamen Berliner Zeiten der war so Anfang der 2000er Jahre war beim ZDF hier in Berlin bei der ARD da haben wir relativ viele Events parallel und gemeinsam gemacht das ist kein expliziter Linker aber er ist ein sozusagen rechtsstaatlich sehr aufmerksamer Kollege das war er immer und er ist bevor er jetzt in Israel Korrespondent wurde war er lange Zeit ZDF Korrespondent in Italien und er ist sozusagen auch da durch die politischen Verhältnisse in Italien die sich ja auch nicht unbedingt durch Höchstmaß an stabiler Rechtsstaatlichkeit ausgezeichnet haben ist er sozusagen für die Bedrohungen demokratischer Staatsverfassung durchaus sensibilisiert worden und das wurde dann in Israel offenbar sozusagen diese Sensibilität wurde dann durch das was er da vorgefunden hat noch sehr viel weiter geschärft und dann kommen solche wie ich auch finde guten klaren deutlichen Aussagen dabei raus gut ich habe ich habe nur bei den bei der ARD genau das vermisst Hans ich habe noch nicht mal was gefunden es wurde nur berichtet und das ist ja das haben wir auch immer im Aufwand Podcast betont im ZDR mit Nicola Albrecht wurde immer besser berichtet als die BR Korrespondenten der ARD am Ende hat Berichterstattung auch viel zu tun mit der Persönlichkeit der jeweiligen Korrespondenten das stimmt gut damit ist es 15 Uhr und spät ich bin noch nicht durch wir kommen mal zu zu Kopp Luisa Neubau hat gewagt On Air live im WDR Medienkritik zu äußern Boah Schweinerei jetzt ist aber trotzdem die Frage wie schafft man denn Aufmerksamkeit um seine Ziele seine Aktivitäten durchzusetzen also wir haben die gesehen letzte Generation die machen das ja radikal das wollen sie eigentlich für Fridays for Future nicht aber wie schafft man es in einer akuten Krise auf eine spätere Krise in Deutschland hinzuweisen ehrlicherweise würde ich die Frage gerne zurückgeben das ist sozusagen nicht zuletzt eine Riesenaufgabe der Medien die beweisen müssen dass sie es schaffen die Aufmerksamkeit dort hinzulegen wo die großen gefährlichsten akutesten Dinge überall passieren und da richtet sich der Appell an genau Institutionen wie den WDR an Menschen wie sie dort genau jetzt hier da zu sein wir geben alles was wir können und wir setzen darauf dass das eben andere auch für sich tun ja was hat sie denn gedacht jetzt beim WDR was sie als Antwort bekommt Frau Neubauer wie schaffen sie es denn dieses Megathema immer wieder ist doch klar dass die Rückfrage ist ja wie schaffen sie das denn auszublenden sie machen 24 Stunden Programm am Tag und kommen da nie drauf zu sprechen sind sie bescheuert also na gut Apropos Kopp und Klimawandel ich hatte ja die heute Sendung mir angeguckt nicht heute schon heute Sendungen da war dann auch ein paar Tagen Kopp Top Thema aber anstatt das dann quasi thematisches verbinden und nach der Kopp Berichterstattung auch nochmal irgendwie Klimawandel in Deutschland anzubringen wurde erstmal wieder 20 Minuten andere Themen gemacht und Bundesliga und so weiter und am Ende wird Oma Erna dann nochmal belästigt mit Problemen hier in Deutschland und Hans jetzt kommst du ins Spiel ich du bist ja bekannter Skifahrer du warst Skilehrer ich war ich war genau und früher bist du auch immer gerne in den Skiurlaub gefahren das Problem ist das Problem ist ja mit dem Klimawandel das zu wenig Schnee fällt ja und dann ist das natürlich problematisch für den Klimaschutz wenn dann Kunstschnee gestreut werden muss der erste Schnee liegt schon in den Alpen auch auf der Zugspitze doch er reicht bei weitem noch nicht aus für den Skibetrieb im Tal sind die Pisten noch grün sicher ist auch in diesem Winter wird im Skigebiet Garmisch-Klassik beschneit werden Energiekrise hin oder her für die Umweltorganisation Greenpeace ist die Beschneiung indiskutabel wir müssen uns einfach darauf einstellen dass auch im Alpenland weniger Schnee fallen wird in den kommenden Jahren und da jetzt gegenzuarbeiten mit Schneekanonen die gleichzeitig auch noch eine Unmenge an Wasser und Energie verbrauchen und damit den Klimawandel ja noch weiter anheizen das ist absolut unverantwortlich hä zuerst jammern die rum weil es zu warm wird und jetzt haben sie auch noch was gegen Schnee ich blick da nicht mehr durch ja Stefan es wollen 14 Millionen Deutsche in den Skiurlaub die wollen ihren Schnee also meine Skilehrerkarriere hat angefangen in der Uni in Hannover und zu dem Projekt wegen den Bergen die wir da wegen der Berge zu den Projekten die wir da dem Berg ja ja aber plural dem Berg in Hannover in der Ski AG war eins der Projekte in den 70er Jahren fing das mit den Schneekanonen an und da war eins der Projekte dass wir uns sozusagen mit der Ökobilanz dieser Technologie befasst haben das Ergebnis war damals und das ist jetzt wie viel fast 50 Jahre her war damals das gleiche wie heute es ist ein kompletter Wahnsinn es kostet Strom es kostet Ressourcen Wasser kommt nicht aus der Leitung sondern wir haben dann eben kleine Speicherseen oben angelegt aber trotzdem es ist es ist es ist gut ist Hans nee lass mich das sagen es ist a enorm energieintensiv es ist ressourcenverbrauchend und es ist für die Natur schädlich weil dieser Kunstschnee der wird a verdichtet und b liegt er dann auch noch länger das ist als wenn du Boden wenn du Pflanzen sozusagen einbetonierst das halbe Jahr das freut die dann auch nicht und befördert deren Wachstum auch nicht das galt damals und das gilt heute unverändert wir hören mal was die China konnte nichts besseres passieren als dass in Katar eine WM ist so knapp vor der Olympiade in da liegt eigentlich auch kein Schnee China oben dass das niemand thematisiert gerade weil alle sich über Katar aufreden wir hören mal wie die Skiurlaubs Industrie sich rausredet und das schön redet wir haben Solaranlagen wir wollen das Thema Wasserkraft weiter vorantreiben wird eben auch dazu führen dass wir letztendlich da auch CO2 neutraler werden nur mit Kunstschnee beginnt die alpine Skisaison dann wann sie soll unmittelbar vor den Weihnachtsferien jeder Euro der bei uns umgesetzt wird hat den Faktor 5 noch mal in der Region ganz klar Hotellerie hängt bei uns sind die Restaurants der gesamte Tourismus eigentlich mit Hans hat es ja gerade angesprochen der wahnsinnige wirklich wahnsinnige Energieverbrauch dieser Skigebiete doch Schneekanonen sollen nicht mehr flächendeckend eingesetzt werden die Pisten sollen schmäler die Schneedäcker dünner ausfallen der Betrieb der Bergbahnen und Skilifte macht 40% des gesamten Energiebedarfs aus hier sollen Kosten reduziert werden die Sitzheizung der Sessellifte etwa bleibt aus Lifte und Seilbahnen fahren langsamer in Randzeiten weniger Komfort bei steigenden Preisen 57 Euro wird ein Skipass in dieser Saison kosten das soll sich für Garmisch rechnen wie toll war der Skipass damals Hans 2 Mark ne je nachdem wo man gefahren ist aber 50 Mark wurde man damals auch schon los und 50 Mark war in der Kaufkraft damals ungefähr so viel wie 50 Euro heute Bergbahnen und Skilifte ja jo apropos Klimawandel wir essen ja alle gerne Kartoffeln oder ich hab jetzt ein paar rausgeschmissen die jetzt nicht mehr lustig sind ich will euch nur noch belustigen ok wenn wir nicht lachen ist der Podcast zu Ende das ist jetzt traurig weil die Kartoffelerde im Eimer ist im Eimer das ist dieses Jahr das Problem durch die Trockenheit konnten die Kartoffeln nicht gleichmäßig durchwachsen und sind irgendwann wo es so heiß war abgestorben und jetzt in September kam der Regen und nun wollen die Kartoffeln auch wenn sie fertig waren nochmal loswachsen was und diese Pflanze jetzt die zieht jetzt aus dieser Knolle praktisch die ganze Stärke raus dadurch verdienen natürlich Geld bis zu 30% weniger Ertrag hat der Landwirt dieses Jahr und das obwohl er auch maschinell alles versucht hat um die Ernte noch irgendwie zu retten ja man ist hilflos natürlich haben wir die auch hier in Betrieb die Option zu beregnen aber in den zwei drei Tagen wo wir fast 40 Grad hatten hier in dieser Sonst vielleicht steffa kann ich mal eindrucks schildern ist es so schlau an einem fließband ein interview zu führen wo der interviewte dann schreien muss den ernteverlust kann der 36-jährige kartoffelbauer dieses jahr noch auffangen ein Dauerzustand sollte es aber nicht werden für die nächste ernte wünscht er sich Planungssicherheit besseres Wetter ein bisschen mehr Niederschlag es muss gleichmäßigen Niederschlag und das vielleicht mal gesamtpolitisch auch in Europa gesehen ein bisschen Ruhe einkehrt die Antwort ist immer Weltfrieden wenn du gefragt wirst was ihr wünscht was das für ein Egoist ja dann habe ich natürlich wieder Regionalmagazine gesehen ich guck gerade wo der Klipp hier ist es gibt eine mobile Käserei das ist gut in Mecklenburg Vorpommern wo quasi die Milchbauern also die Kuhbauern quasi vor Ort ihre eigenen Käse machen können gucken wir uns das alles nicht an weil wir aber ein Familien Podcast sind Stefan finde ich interessant wie die Pflegerin eine Käse Pflegerin ihre Pflege beschreibt die Molke die beim Käsen übrig bleibt nutzen die Ottos weiter verfüttern sie an ihre Schweine das was wir heute machen ist ja nur die Arbeit die am ersten Tag passiert aber dann geht es nachher weiter mit dem Wänden mit dem Pflegen mit dem waschen und mit der Zerlegung des Käses das ist doch viel viel Arbeit Salz und Rotschmiere Kulturen damit der Käse in Ruhe reifen kann darum kümmert sich Henriette Gede im Kensliner Käse Team also das ist wie Kinder oder wie Tiere die man beaufsichtigt jeden Tag entwickeln und sehen anders aus und sagen einem was sie brauchen wenn man sieht da kommt so ein kleiner Fremdschimmel durch dass man intensiver pflegt oder einer der zu trocken schon aussieht dass man sagt den müssen wir die nächsten Tage ein bisschen mehr schmieren also immer jeden Tag was Neues ich esse ja keinen Käse ich habe keinen Bezug zu diesem Thema die werden mit Liebe gepflegt und aufgezogen gut ja und dass man gegen Fremdschimmel etwas tun muss das fände ich auch bei der menschlichen Pflege ein gutes Prinzip also von daher die Dame hat eine volle Unterstützung ja dass ich glaube der Käse redet mit ihr ist ein bisschen verdächtig das hat nicht mal der Gänsebauer gesagt wie was nicht mal der Gänsebauer hat behauptet dass die Gänse mit ihm wenn er sie so anschreien dass er da was versteht aber sie redet mit dem Käse oder der Käse mit ihr ja sie ist eben die sensiblere oder sensitivere Person alles Käse ja genau ich suche gerade noch einen Clip den ich nicht finde habt ja dann dann hat sich das wohl von selbst erledigt dann machen wir machen wir was anderes wir hatten ja vorhin schon über R21 geredet und wie die sich über den Staat und die Uwoken aufregen wir regen uns das mal über den deutschen den deutschen Obrigkeitsstaat auf Hans Stefan ist ja Hausbesitzer Hans bringt auch den Müll runter weil jetzt geht es um die Biotonnen um eure Biotonnen und wie der Obrigkeitsstaat uns kontrolliert also ist mein Lieblingsbeitrag die ist nicht völlig okay aber das ist jetzt schon wieder so ein bisschen der Grenzfall wir haben hier eine Plastiktüte drin oh ja wir haben hier so Karten dafür einmal hier eine rote die können wir da an die Tonne dranhängen damit die Bürger informiert sind dass sie die Tonne falsch befüllt haben und dann haben wir hier auch noch diesen Anhänger und der würde in dem Fall besser passen weil der nämlich direkt sagt dass da Plastikmüll drin ist der dann nicht reingehört und wenn was drin ist was nicht reingehört wird die braune Tonne eben nicht geleert ja da haben wir eine Fehlbefüllung das ist ein Bio-Plastikbeutel der ist kompostierbar aber leider nicht in der Zeit in der unsere Kompostierungsanlagen kompostieren das heißt die müssen jetzt aussortiert werden an der Anlage also ist es leider eine Fehlbefüllung dafür ist so eine Aktion ganz gut um dem Bürger darauf hinzuweisen wo der Fehler liegt in diesem Fall und der kann sich dann aussuchen ob er die falsch befüllte Tonne mit der Hand neu sortiert oder als Restmüll gegen eine Gebühr abholen lässt oder einfach gleich das Richtige in die Tonne schmeißt oh Mann was hat der Rötter nochmal gesagt ich glaube der der hatte doch recht diese Vokel-Scheiße das erträgt auch niemand ich hoffe die Menschen die diese Arbeit verrichten die ich für gut halte ich hoffe sie werden gut bezahlt weil deren Nasen haben einiges auszuhalten denke ich mal oh ja stell dir vor jeden Tag acht Stunden hältst du deine Nase in so eine riechende Biotonne dagegen ist der Job in der Käserei denke ich fast wie eine Parfümfabrik das Geile kommt jetzt erst noch das Geile kommt jetzt noch Stefan achte mal darauf was die alles so finden in Biotonnen was da gar nicht reingehört Plastik im Bio Glas im Bio oder Elektroschrott unverständlich für Jennifer und Sönke kann aber noch getoppt werden dann hatten wir durchaus auch schon Wildabfälle dass wir dort einen ganzen Keilerkopf inklusive Deckel gefunden haben das geht natürlich auch gar nicht das muss ganz anders entsorgt werden weil die Biotonnen die sind ja für Gartenabfälle beziehungsweise Haushaltsabfälle da hä aber wenn er reinpasst ist doch Natur außerdem außerdem wenn in meinem Garten ein Keilerkopf über den Zaun fällt dann ist das doch logisch also das regt mich gar nicht auf ich habe letztens im Fernsehpodcast mitbekommen dass Stefan nicht mitbekommen hat dass Klaus Ruhe Matzen unser einstiger Lieblingsbürgermeister in Deutschland nicht mehr er ist jetzt Minister ist nicht mehr Oberbürgermeister in Rostock Hans sondern er ist Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein bei den bei den CDUern von Juhl was dazu führte dass Rostock einen neuen Bürgermeister braucht das war jetzt am Wochenende es gab 17 Kandidaten wir machen mal kurz eine Live-Schalte zu David Pilgrim der uns informiert dass es eine Stichwahl geben wird ja es sieht wirklich nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus und zwar zwischen Eva-Maria Kröger von den Linken und dem ehemaligen Rostocker Polizeichef Michael Ebert der ist ja parteilos und wird unterstützt von FDP und CDU ja die etwa 100 der 142 Wahlbezirke sind inzwischen ausgezählt ja beide eben genannten Kandidaten sind knapp unter 25 Prozent insofern wird es in der Tat du hattest es gesagt Thilo auf eine Stichwahl hinauslaufen die soll dann in zwei Wochen stattfinden oh, danke David ja, das ist gesagt Thilo ja ja genau hat jetzt nichts damit zu tun dass er im Nordmagazin-Moderator auch Thilo heißt nein so, aber jetzt mein Highlight der politikwissenschaftlichen Berichterstattung ein Politikwissenschaftler steht vorm Rostocker Rathaus und erklärt Oma Erna und damit auch Stefan und Hans wer denn diese beiden Finalisten sind und ich habe selten Politikwissenschaftler gesehen der das so gut runterbrechen konnte und uns verdeutlichen konnte wer da antritt wofür steht Eva-Maria Kröger? ja, sie ist die erfahrenste Stadtpolitikerin, die sich aufgestellt hat sie ist 13 Jahre hier schon unterwegs man nimmt sie als soziale, verantwortungsvolle Politikerin wahr mit natürlich auch schon Erfahrung aus Schwerin und sie ist, glaube ich, thematisch breit aufgestellt Michael Ebert ich hatte so ein bisschen das Gefühl, sein Thema ist Sicherheit Fokus klar als ehemaliger Polizeichef aber wofür noch? ja, ich hatte das Gefühl beim Durchblättern des Programms dass da sehr, sagen wir mal so, urkonservative Punkte drin waren da war die Rede von eine, die Wirtschaftspolitik ist die beste Sozialpolitik dann natürlich viel, wie Sie schon gesagt haben auf Ordnung und ähnliches da fehlen natürlich so ein bisschen die Punkte die auf die aktuellen Herausforderungen Bezug nehmen da war auch immer jetzt zu hören dass er noch Fan von der Steinkohle ist und ähnliches das ist natürlich bei Eva-Maria ein bisschen anders herzlichen Dank Dr. Jan Eva-Maria im Sinne von Vorname wir sind per du das finde ich natürlich sehr gut anscheinend hat Rostak einfach die Wahl zwischen einem Engel und dem Teufel und wahrscheinlich nicht in den Nordmagazinen er hat sich ja mit einem Halbsatz selbst entautorisiert nicht aufgefallen wie ich festgestellt habe beim Durchblättern des Programms also wenn die Qualifikation eines Politikwissenschaftlers über einen Kandidaten darin besteht dass er dessen Programm mal durchgeblättert hat das ist nicht das was ich was ich belastbare Wissenschaft nennen würde so letzter Clip voll ja bald dieses Video muss auch noch produziert werden hier das geht alles nicht ja 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 Thilo komm ich weiß ich wollte euch darauf aufmerksam machen dass der Nähmaschinenmarkt in Deutschland boomt und 100 Millionen Umsatz hat nur einen Steinwurf vom Stoffmarkt entfernt der Fadenlauf ein Laden der sich auf den Verkauf von Maschinen spezialisiert hat in Deutschland sind das pro Jahr Maschinen im Wert von 219 Millionen Euro die neue Stickmaschine bringt es immerhin auf 2500 Euro ja das ist wie mit jedem Hobby wenn sie eben bleiben wir mal bei Maserati der hat dann eben sein Hobby und pflegt das nicht nur ein vielleicht sogar zwei wenn er das Kleingeld hat und in diesem Fall ist das die stickende Zunft und jetzt kommt mein Lieblings O-Ton von einer Oma Erna für echte Nähfans spielen Zeit und Raum gar keine Rolle mehr wenn ich mich an der Maschine setze morgens um acht ich würde vor acht abends nicht aufstehen wenn mein Manni sagt willst du nicht mal Mittag machen ich sag schon wieder essen so sieht sie aus ja was nährt sie denn die ganze Zeit acht Stunden am Tag zehn, zwölf Stunden das ist natürlich na die kaputten Hosen vom Mann was dem einen sein Internet ist der anderen ihre Nähmaschine offenbar so wir kommen jetzt wirklich zum Finale was darf natürlich nicht fehlen der Wolf der Wolf tut mir leid und wir fangen mal mit einem Clip an die Frage ist ja sonst immer gewesen im Aufwand Podcast wie geht es dem Wolf Stefan aber das ist die falsche Frage die richtige Frage ist wie geht es Wolf seit Anfang Oktober befindet sich die Baufirma Wolf in Insolvenz in Eigenverwaltung das Saarbrücker Familienunternehmen muss sich sanieren der Betrieb läuft weiter Insolvenz Eigenverwaltung und der Betrieb läuft weiter also was ist denn jetzt ja na die die Kunden zahlen nicht und die damit auch nicht doch in Eigenverwaltung sie leben jetzt von ihren Reserven führen den Betrieb weiter hoffen dass sie neue Geschäfte machen können und dass irgendwann die Kunden doch zur Zahlung gezwungen werden also warum bringe ich das so wie im Aufwand Podcast keiner zahlt und wir machen trotzdem Podcast kommt in den 1% kommt in den 1% aber warum bringe ich das mit weil Stefan das Demografie Klingel bei mir geklingelt hat nämlich jetzt hört mal genau zu was dieser Bauunternehmer für Probleme hat Mit der Corona-Pandemie fing es an Krankes Personal Probleme bei der Materialbeschaffung Stilllegung von Baustellen und viele seiner Mitarbeiter kommen aus der Ukraine Mit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges wurden uns gerade im Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektrohandwerk wurden uns die kompletten Fachkräfte abgezogen um in die Heimat zu schicken das finde ich krass ja das ist wirklich heftig beeinträchtigte also ein großer Teil seiner Arbeitskräfte waren Ukrainer die jetzt in den Krieg gezogen sind vor allem überleg mal der Typ ist jetzt Unternehmer ist jetzt sein Ding und so wie ruhig er das gerade gesagt hat und da müssen ja wirklich 100 Therapiestunden dazwischen liegen zwischen dem Ereignis Februar, März die Leute hauen ab sein Unternehmen ist kompletto also liegt einfach da nieder niemand mehr da der morgens und so und jetzt berichtet er davon wie das so ist krass das ist aber also dieses Wolfs Beispiel ist ein Beispiel für die gesamte Branche die vor einer massiven Krise steht die Baubranche Martin Herrmann hofft dass die Auftraggeber bald bezahlen strukturell ist die Firma gesund genügend Aufträge für das nächste Jahr sind vorhanden Wolf ist nicht die einzige Baufirma mit Problemen die Stimmung in der deutschen Baubranche ist angespannt die Unsicherheit groß das Neugeschäft im Bauhauptgewerbe lag im August inflationsbereinigt 15,6 Prozent unter dem Vorjahreswert Aufträge brechen weg weil Zinsen und Materialkosten steigen man merkt deutlich dass es weniger Baugenehmigungen in Deutschland gibt das sind im Vergleich zum Vorjahr rund 10 Prozent weniger die wir momentan schon verzeichnen können und auch rund 17 Prozent unserer Betriebe sind jetzt schon auch von Stornierungen betroffen hauptsächlich im Bereich von Wohnungsbau und auch von privaten Endverbrauchern klar wenn sich die Zinsen von zwei irgendwas auf fünf erhöhen oder so dann werden erstmal alle Projekte gekellt Hans erinnerst du dich wie viele neue Wohnungen pro Jahr die Ampel bauen will waren das nicht 400.000 korrekt die Wohnungen würden zu teuer werden auch für private Investoren lohnt sich der Wohnungsbau nicht obwohl die Mieten ständig steigen die von der Regierung anvisierten 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr ein Viertel davon sozial rücken erstmal in weite Ferne schön es ist total wir brauchen massiv Sozialwohnungen es gibt aber guten Abschluss der Wolf ist zuversichtlich wir gehen davon aus dass wir fürs nächste Jahr eine volle Auslastung erreichen werden na immerhin na dann jetzt kommen wir jetzt kommen wir aber wirklich zum Wolf an sich ach Thilo ja warum gucke ich dann wochenlang diese Sachen das weiß ich höchstens es ist ja nur kurz weil ich aufzeigen wollte Stefan hat ja am Anfang gesagt es hat sich nicht viel geändert in Sachen Medienberichterstattung das stimmt auch für den Wolf weil es geht genau so wie seit Jahren weiter ein Beitrag beginnt mit bösem Wolf also bösen Bildern vom Wolf und einem toten Kalb oder Schaf das Jagen liegt in seiner Natur der Wolf allein in diesem Jahr hat er in Brandenburg mehr als 500 Nutztiere getötet oder verletzt Brutal Ort Spreneiße ein Blutrausch Ende Juli nur vier Tiere überleben als der Wolf einen meterhohen Zaun überwindet und neun Kamerun-Schafe von Thomas Fiedler tötet wir haben nur den Zaun schon höher gemacht von meterfünfzig Zaun und trotzdem ist der Wolf oben drüber gemacht ich weiß nicht was machen soll dagegen es ist nicht der erste Angriff auf seine Schafe 29 Tiere soll der Wolf schon getötet haben Fiedler fordert Folgen bejagen das Jagdrecht aufgenommen weil es wahrscheinlich doch zu viel die wollen auch fressen ist verständlich aber ich auch auf unsere Kosten Wölfe leichter nicht auf unsere Kosten den Rest sparen wir uns das ist alles wie immer es kommt natürlich noch Jäger zu Wort die sagen wir müssen die alle abknallen und zum Schluss letzter Clip aber lass mich das noch sagen ich finde es schön wenn Journalisten über sprachliche Stilmittel verfügen hier war ein Kollege der hatte einen starken Hang zur Alliteration und das ist ihm gelungen Fiedler fordert Folgen also nicht nur der Wolf ist ein Problem hier in Deutschland sondern im Aufwandpodcast auch der Biber letzter Clip dem Biber geht's gut wir gucken mal in der Sachsen-Anhalt Familie Biber hat wirklich Geschmack Grundstück mit Seeblick die heißen auch noch Biber Strand und netten Nachbarn was will man mehr vor allem die Versteckmöglichkeiten haben die beiden überzeugt obwohl ganz anonym wohnen ist hier dann doch nicht möglich aufmerksame Beobachter haben heimlich Paparazzi Aufnahmen von den beiden gemacht da war ich überrascht ich war mit unserem kleinen Hund draußen und plötzlich sehe ich diese zwei großen Tiere dort und sie saßen ganz nah am Ufer und ich bin bis auf drei Meter rangekommen im Gondelteich von Aschersleben gondeln jetzt also zwei Biber herum schön würde man meinen wenn wenn der MDR nicht fehlerhaft berichten würde und so tun würde also Biber so eine so eine süßen Tiere sind das sind sie nicht das sind gefährliche Tiere Hans die eine Menge Ärger machen dieser scheiß Biber was der so alles macht erklärt uns jetzt mal der Betroffene wir haben das Filz das ist Wein ja ich bin eingelagert zum Trocknen und letztens kommen wir hier ran da liegen die Stämme also die Äste hier abgeknabbert hier rum der Biber kommt wir haben das dann beobachtet und holt sich sein Futter da raus um die Stämme abzuknabbern also die die Ründe die Baumründe ja muss er räumen sie eben nicht weg er lässt sich hier liegen wir müssen dann nochmal aufräumen und das jeden Tag brutal jetzt wisst ihr auch warum Till Backhaus das macht wenn der Biber immer wieder Ärger macht und sich an bestimmte Regeln nicht hält dann muss er dann auch mal äh tatsächlich ähm zur Verantwortung gezogen werden ja er räumt nicht auf er ist unordentlich er lässt alles liegen ja weg kennt man kennt man also der scheiß Biber macht Ärger und dann gibt es echt Oma Ernas die spazieren gehen und sagen oh das ist doch ganz toll wir haben sie leider noch nichts gesehen wir gucken jetzt jeden Tag drei Mal in der Woche laufen wir hier lang ja wir haben wir beobachten die wollen nicht angebaggert werden deswegen verstecken die sich und der letzte Clip des letzten Clips äh Naturfreund der die Biber ja entdeckt hat und bis auf drei Meter rangekommen ist freut sich jetzt auf Bibersex das ist ja der Elbebiber äh er kam früher nur an der Elbe vor also zu DDR-Zeiten aufgrund dieser schlechten Wasserqualität der Flüsse und seitdem Saale, Bode, Wippa die ganzen das ganze Einzugsgebiet hier äh sauber geworden ist zieht er sich praktisch auch an die Flüsse die Flüsse sind eigentlich alle besiedelt und jetzt hat er es eben geschafft durch die Stadt durchzuwandern also im Fluss lang und ist eben auch hier oben und hat sich hier angesiedelt das ist so ein Pärchen und wir hoffen auf Nachwuchs auf das Besiedeln kommt das Besudeln und dann geht's Rambazamba ja der Biber ist der Wolf der Flussauen richtig uh ja aber seine Gefahr wird immer noch unterschätzt und der MDR äh ja macht das so aufs Süß in Baden-Württemberg äh widmet man ihm ganze Ortsnamen apropos MDR Donnerstag 23.50 Uhr oder so fröhlich lesen mit mir ist dabei ja schön mit mit ja mit da ist noch so eine Junge aneinander klar dabei die ist ziemlich pfiffig 18 Jahre Buchautorin nehmt euch uns endlich ernst wirklich schlecht ja das war's von uns jetzt kommen die Hörerkommentare Stefan gab's viele nein weiß nicht genau wir haben keine Hörer mehr es ist irgendwie es ist tot Deutschland ist tot aber die Nummer für Audiokommentare über Whatsapp und Telegram geht da immer noch die geht sie steht ja in jeder Ausgabe drin richtig Leute wir wollen gerne wir wollen Feedback von euch haben ja und gerne die ganzen Woken Kram wir stehen auf die anderen Meinungen genau wir werden uns im Dezember wieder hören jo schon bis dahin habt ihr Zeit uns hier zu unterstützen jo sonst irgendwas Hans nö abschließende Worte deiner Woken Einstellung ja ich ich muss mich noch mal intensiver mit der Geschichte dieses Wortes Vogue beschäftigen weil das ist ich glaube fast 100 Jahre alt inzwischen wissen die wenigsten ist keine Erfindung der sprachlichen oder kommunikationen Neuzeit ist auch sehr gut dass du im 445 Aufwachen Podcast sitzt und sagst ich muss mich mal mit dem Begriff Aufwachen beschäftigen nein nein mit der mit der Geschichte des Wortes Vogue das ist eine völlig andere Aussage kommunikativ wird das und das finde ich bedenklich so ähnlich verwendet ich habe schon gesagt etikettenmäßig wie Boomer also was dem einen sein Boomer ist dem anderen sein Vogue und beides ist Schwachsinn gut dann war es das von heute dann gibt es halt jetzt nur noch ein paar Audioschnipsel traditionell und Stefan letzte Worte Rinje Hauen bis nächstes Mal herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauer einen schönen Abend so viel heute von uns Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten machen Sie es gut für mich muss der Wolf hier nicht existieren der soll dahin gehen wo er hergekommen ist von früher her man gibt uns nicht eine Chance diese Wolfsinvasion abzuwehren Herr Putin wir als Dresdner schätzen Sie sehr kommen Sie nach Dresden und räumen Sie hier auf vor ganz Deutschland kommen die Ausländer hier rein machen die Hand auf und kriegen Handy kriegen Klamotten und wissen das kann nicht sein so die Merkel die hat das deutsche Deutschland und Europa zunichte gerammelt hat die das mit ihrer Politik es waren so 45 Euro über den Schnitt bereut überhaupt nicht wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren wir müssen jetzt für unser Deutschland unbedingt kämpfen und uns nicht untergehen lassen das ist ganz ganz wichtig dass Deutschland freut ich schwöre es so wahr mir Gott helfe ein toller Nachmittag der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat ich kann es ganz kurz machen ich bin mit Ihrer Rede zu 99% einverstanden tschüss zusammen wiedersehen tschau vielen Dank